... als Erster An-Star-Gatterherren, dann Hans-Peter Bachmann auf 2, Patrick Riffel auf 3, Basil Probst auf 4, Michael Schmucki auf 5, dann Marcel Wechsler, P6, Adib Meier auf 7, Rudi Künzi 8, Markus Brunner 9, Diego Papio, Führgefahren auf die 10. Position, Star Nummer 12, dann Philipp Piz 11, Hans-Ueli Moser auf 12, Christoph Vessler 13, Andreas Wirth 14 und Jeffrey Fehlmann mit der Startnummer 888 macht das Top 15 voll. Da hat er ja Deck hat, was es da gibt für die Gruppenaufteilung, Reis oder Experte. Dann Raphael Scheiben 16, Andi Lager 17, Enrico Tierbach, Behringer Führgefahren auf die 18. Position, Peter Küng 19, Roger Lauder 20, Andreas Egli 21, Samuel Gysi 22, Friedl Keller auf 23, Schamark Neueschwander, der Alpicar auf P24, Roger Steiger 25, Panagioti Savestas auf 26, Peter Gier 27, Oli Benz 28, Frank Lloyd Willer 29 und Helder Philippe Fernandes auf Platz 30. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt lassen wir richtig los hier am Motocross Schlatt 2023. Wir gehen von den Qualifyings in die Rennaction rüber und am Start stehen die Fahrer der Kategorie Quad. Die Fahrer der Kategorie Quad absolvieren hier ihren ersten Rennlauf 15 Minuten und eine Runde ist angesetzt und die Zeitkämpfe und Pokal gesponsort von Fussterrauchspezialitäten GmbH in Durbetal. Programmheft Seite 39, dort findet ihr sämtliche Informationen zu den Fahrern der Kategorie Quad, wo es jetzt darum geht, wer da den Hochschot zieht, wer als Ersten in die sogenannte Waldvogelbagger zieht. Wer wird sein? Let's go! Wer haben wir da voraus? Mann in Rot, das dürfte der Joao Ferraz sein. Der Joao Ferraz, der amtierende Meister mit der Start Nummer 1, ist aber auf die Fee 2. Der Mann in Rot, vorne kommt den anderen, könnte eventuell der Blacky Badger ziehen. Der Schnellstarter aus Zürich Unterland, der Embracher, ja das ist er tatsächlich. Er wird seinem Ruf gerecht als einer der schnellsten Starter in der Quad Szene. Jetzt allerdings hier der Wirt von Blackys Barwerkstatt Treff in Embracher bereits auf Platz 2 verdrängt worden, aber der Holschot, der ist ausgegangen zu seinen Gunsten. Vorher jetzt, wenn ich es richtig sehe habe, der Robin Lüthitsch an Nummer 2,95. Der Trainingsschnellste vom Qualifying heute Morgen, der da jetzt als Ersten hätte am Badger vorbei in Front. Dann der Joao Ferraz, der amtierende Champion in Rot unterwegs, mit der Start Nummer 1. Bei den beiden Fahrern haben wir hier einen anderen Pilot, Robin Lüthitsch an dritter Position. Zwei Platzierte konnte ich noch nicht ganz ausfindig machen. Im Qualifying hat es ja so ausgesehen, dort hatten wir Robin Lüthitsch als schnellsten. Schuhe Ferraz auf 2, Marcello Cruz auf 3, so wie Thomas auch dabei ist. Ja, gleich werden wir es wissen, wenn sie dann das erste Mal definitiv beim Start und Ziel vorbeikommen werden. Jetzt befinden sich die Fahrer hier bei diesem Carnazza-Karosserie-Spengler 1, Step-Down-Sprung ab. Und der Leader in Rot in der Tograd-Zielkurve mit der Start Nummer 1, der Presidente. Ja, die Start Nummer 123 ist, der da an zweiter Position ist, der Marcelo Cruz, der ehemalige Champion. Und der hier als Ersten Verfolger unterwegs ist vom Schuhe Ferraz. Aber der Cruz auf Platz 2 wird schon herpräderend vom Trainingsschnellsten von Robin Lüthitsch vom Altendorfer mit der Start Nummer 295. Ja, die drei Piloten konnten sich hier absetzen. P4, dann Thomas Zinecker. Der Mann aus Deutschland vor dem Blacky Batchert, einem Meisterschaftsvierten, der jetzt hier auf Platz 5 ist, direkt vor dem Thurgauer, am Roman Tobler. Der Roman Tobler probiert jetzt natürlich, den Druck aufzuzüben auf dem Blacky Batchert. Start Nummer 25, er muss auch schauen, dass ihm Ismail Pereira nicht auch noch das Leben schwer macht. Also sehr spannende Ausgangslage da bereits nach der ersten absolvierten Runde der Kategorie Quad. Ja, die Fahrer jetzt im oberen, hinteren Bereich werden jetzt wieder auftauchen. Ja, und der Schuhe Ferraz hat sich da doch bereits absetzen können. Gegenüber Robin Lüthi und Marcello Cruz. Und der Robin Lüthi probiert es aussen herum da, bei der SAM Auffahrt. Ist ja vorbei, der Robin Lüthi hat ihm nicht ganz gelang. Der Schuhe Ferraz kommt, der Mann in Rot, dann der Mann im dunklen, im schwarzen Oberteil mit den blauen Hosen. Das ist der Marcello Cruz und hinten der Mann in Grau mit dem weissen Helm. Das ist der Robin Lüthi, der schnellste aus dem Qualifying. Jetzt über die, wenn der Krauss da möglichst lang natürlich der Training schnellste. Robin Lüthi kommt in den Schach behalten. Jetzt aber einen Angriff auf der Aussenbahn vom Robin Lüthi um vorbei. Robin Lüthi neu an zweiter Position. Robin Lüthi vorbei am Cruise. Jetzt wird er die Verfolgungsjagd aufnehmen. Richtige Leaderführer, richtige Schuhe Ferraz. Die Rundenzeiten werden wir natürlich jetzt dann da beachten. Letzte Zühldurchfahrt oder die aktuelle Zieldurchfahrt sind es 4,1 Sekunden gewesen. Wo da der Mann mit den Startnummer 1, der Regenstorfer, gegenüber dem Altendorfer sich auch rausschaffen konnte. Und wie es dann bei der nächsten Zieldurchfahrt ist, ob da der Lüthi den Boden gut machen kann, werden wir sehen. Der Cruise jedenfalls bleibt dem Lüthi dran. Da ist noch nicht das letzte Brick gegessen, definitiv. Der Cruise probiert da den Change nochmal herzustellen, dass es nochmal einen Wechsel gibt. Jetzt die beiden Piloten über den Dienstjeans und die Schuss. Sprung darauf. Ebenfalls in der Steigung über die sogenannte Middle End Steigung. Thomas Zinecker, er mit dem roten Quad unterwegs auf Platz 4. Wie sieht es aus? Um Platz 5 im Zweikampf. Der ist jetzt ausgegangen zugunsten von Roman Dobler. Der Pilot aus Riedt-Pierle an Blackie Batscher vorbei können. Blackie Batscher stand Nummer 41, verliert einen Platz gegenüber dem Roman Dobler. Dann Ismail Pereira, sieben Dominos de Xayra und Riccardo, Schoa, Gardoso oder Botello. Mit der Start Nummer 21 weiterhin an 9. Position vor dem Bruno Cunha. Wieder befinden sich hier die 2. und 3. platzierten Fahrer in diesen Allianz-Waves. Vorsprung, haben wir gesagt. 4,1 Sekunden gewesen bei der letzten Zieldurchfahrt vom aktuellen Leader, Schoaferas. Ein Mann in rot unterwegs. Was sagt der Zeitemonitor? Da haben wir den 2. und 3. platziert jetzt über die Zielgeraden hier. Robin Lüthi, ja der kommt nochmal eine Sekunde drauf rüber. 4,1 ist es gewesen. Knappe 1,3 Sekunden hat er nochmal eine Hypothek rüberkommen, Robin Lüthi. Und Gata mit 5,4 Sekunden Rückstand gegenüber dem Leader in die nächste Runde. Ja, der Robin Lüthi wird bedrängt vom Marcelo Cruz. Ich bin davon ausgegangen, der Robin Lüthi kann sich da lösen und die Verfolgung aufnehmen. Gegenüber dem aktuellen Leader, Schoaferas. Aber das ist nicht ganz so so. Der Feras kann seinen Vorsprung ausbauen und der Lüthi muss sich doch eher orientieren. Gegenüber dem Konkurrent, den er hinten im Rücken hinein gespürt. Am Marcello Cruz am Langenthaler. Der versucht ihm das Leben schwer zu machen. Ja und hinter diesen 3 Piloten haben wir dann doch bereits einen gut 20 Sekunden Abstand gegenüber dem Mann aus Deutschland. Am Thomas Zinecker mit der Stadtnummer 181 auf Platz 4. Dann der Zinecker seinerseits auch einen komfortablen Vorsprung von knapp 19 Sekunden sogar gegenüber dem Roman Dobler. Dann die Ismail Pereira, er vorbei können am Blacky Batchert in der letzten Runde. Also der St. Galler aus Gosau mit der Stadtnummer 98. Gunt da an Platz, fährt noch ein füllen auf 6. Für den Blacky Batchert geht es auf 7. Die beiden Fahrer natürlich auch schon nicht mehr so nahe. Bineinander sind bereits 3,9 Sekunden der Rückstand von Blacky Batchert gegenüber dem Pereira. Dann der Dexaira. Der Domingos mit der Stadtnummer 81 auch nochmal 4 Sekunden hinter dem Batchert. Dann der Riccardo Botello 12 Sekunden und der Bruno Guna 4 Sekunden voneinander trennt. Also denen klingt sich eigentlich nicht unbedingt weh. Also werfen wir hier sicher aufs brisantischste Duell in dem ersten Lauf der Kategorie Quads Augenmerk. Und das sind die beiden Fahrer, die jetzt in dem Moment durch die Dogra-Kurve durchgekommen sind. Und füllen fahren Richtung Waldvogelbacher-Betriebs-Startkurve. Und zwar geht es hier um den zweiten Platz zwischen Roby Luthi und Marcello Cruz. Es sind doch nochmal 2 Sekunden gut dazukommen. Bereits sind es 7,5 Sekunden, die der Altendorfer verliert gegenüber dem Shoah Ferraz. Also der Shoah Ferraz fährt an Rundenzeiten. Der beste Laptime 2.10. Beim Luthi sind es 2.12. Und letzte Runde der Luthi sogar 2.13 gefahren. Also da sieht es so aus, da spricht alles quasi in die Karte vom aktuellen Leader mit der Star Nr. 1 amtierenden Champion aus Regenstorf am Präsidenten Amt, und so weiter. Und jetzt kommt das schon an Runden- und Regenstorf. Und jetzt kommt das schon an Runden- und Regenstorf an Rundfunk. Und jetzt kommt das schon an Runden- und Regenstorf am Runden-Tabschmerz. von der zeit her sind wir da bereits in der erweiterten schlussphase in eine gute viereinhalb minuten sind noch to go für den leader für den joa ferrass plus einrunde zusätzlich dann natürlich wenn die zeit abgelaufen ist und den leader haben wir da bereits in der auffahrt ja der kommt auch bereits über der carnazzo-karosserie-spänglerei sprung durchab den mann im gelen helm mit dem roten shirt hashtag nummer eins auf dem frontplay drauf da haben wir ihn in der zielkurve togra zielkurve spektakulärer fahrstil wenn man ihn beobachtet in den kurven keinen liter weg schräg ins zeige wie der joa ferrass dafür befindet sich jetzt dahinter im festzelt in den salzgeberapparatenbau und wups innen geht in elsener garage knickchen da nummer eins in dem knickchen richtig liner kurve joa ferrass und hat es im vorsprung weiterhin können ausbauen auch der runde hat es nochmal knappe sekunden und der marcello cruz ist wieder vorbei am robin luthi der marcello cruz wieder vorbei am robin luthi und wieder jetzt der erste verfolger und zwar ganz klar und deutlich hätte er sich da vorbeisetzen also da muss dem robin luthi irgendein zwischenfall passiert sein wenn man auf die runde zeit schaut der marcello cruz 2 11er zeit gleich schnell gefahren letzte runde wie der aktuelle leader der joa ferrass und beim luthi gibt es doch eine 2 22er zeit das heisst 11 sekunden hat er verloren in der letzten runde und das lässt natürlich ganz klar auf den zwischenfall schliessen irgendwo vielleicht den pfosten verwitscht oder schnell einen surrli drin hatte robin luthi jetzt natürlich durch das wieder wichtige punkte in der laufenden meisterschaft wo er da einwüsst der meisterschaft stand ja aktuell vor der veranstaltung haben wir den joa ferrass als leider nach zwei absolvierten rennen respektive vier läufe dann robin luthi als erster verfolger auf platz 2 und der marcello cruz der dritte war der meisterschaft auf platz 3 ja der luthi und der ferrass sogar punktgleich an der spitze gewesen also 1 und 2 punktgleich gewesen vor der veranstaltung jetzt hat er da aber den marcello cruz noch dazwischen ja das würde ihm nicht mehr ganz langen da müsste jetzt der robin luthi sicher von einem fehlen profitieren vom marcello cruz dass er da wieder auf den p2 führen fahren könnte in den guten letzten 2 runden die jetzt noch zu absolvieren sind ja 1.43 haben wir noch auf der uhr das heisst zweitletzte runde jetzt für den aktuellen leader mit der nummer 1 auch der marcello cruz im schwarzen oberteil jetzt in die letzte runde gefahren und da kommt der robin luthi als triplazierter mit dem weissen helm über die startseile geraden auch wer geht in die zweitletzte runde da haben sich auch jetzt die positionen voren bezogen einzig haben wir noch den roman dobler wo da den ismail bereira ebenfalls haben müssen vorbeigehen der roman dobler verliert den sechsten platz also starkes rennen von der startnummer 98 von ismail bereira der sandgaller der gossauer ja nicht unter den top 8 nach der ersten runde dann aber können am blacki betschert vorbei am texaira vorbei und ist jetzt da bereits an dieser fünfter position unterwegs nachdem er auch in der letzten runde die hat können den turgauer roman dobler noch einpacken und den bereira naja gegen füren hat er dann doch auch noch einige sekunden rückstand das würde ihm dann nicht mehr lange noch auf den thomas zinecker aufschliessen der ismail bereira da haben wir ihn mit dem grünen quads startnummer 98 der gossauer aus st gallen er wie gesagt auf p5 unterwegs ja der rückstand vom bereira 57 sekunden gegenüber dem p4 fahrende thomas zinecker roman dobler 5 sekunden hinter dem bereira und auch der blacki betschert allein auf weiter flur da dürfte auch nicht mehr viel anbrennen beim embracher mit der startnummer 41 der siebte platz dürfte er sicher heim bringen über die zwei runden der domingos texaira doch auch bereits gute 15 sekunden davor weg ja und spitze in dem moment in die letzte runde die letzte runde in angriff genommen und auch der marcelo cruz star nummer 123 der langen thaler jetzt die letzte runde in angriff genommen und verändert der rückstand vom cruz gegenüber am scho aferras bereits auf 13,9 knapp in 14 sekunden angewachsen englische die 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 Es sieht jetzt aus bei Ismael Pereira. Wie gesagt, Romantobler hat er in Schach gehalten, 5,6 Sekunden. Auch wer würde hier nichts mehr ausrichten können. Richtig Thomas Zinecker für auf P4 fahrend. Und der Leader und Sieger von diesem ersten Rennlauf am heutigen zweiten Renntag am Motocross in Schlatt befindet sich hier bereits wieder im Sichtbereich vom Festzelt unten bei der zweiten Auffahrt. Richtig weissen Porto. Wenn es nach einem Wäldchen vorne kommt, dann kommt jetzt runter und wird dann in wenigen Momenten das letzte Mal über die Allianz-Waves eingehen, über die Wellensektion. Ja, kann sich natürlich jetzt richtig Zeit lassen. Man hat es auch gesehen, jetzt in seinem Fahrstil nicht mehr so spektakulär die Abfahrt genommen wie vorhin. Da haben wir ihn über die Allianz-Waves. Der Leader und Sieger von diesem Lauf muss jetzt richtig noch geniesst. Sieht aus wie in einer Trainingsfahrt in der ersten Runde. Aber er kann es sich leisten. 13 Sekunden hatte er ja Vorsprung bei der letzten Ziel-Durchfahrt. Der Mann aus Regenstorf, wo der Lauf zu seinen Gunsten entscheiden würde. Parallel zu der Midland-Auffahrt kommt er jetzt hier ab. Und ihm gehört sicher ein Applaus. Herzliche Gratulation für den Laufsieg im ersten Hit an Marcello, respektive an Joao Ferraz. Ja und Marcello Cruz, auch ihm sicher ein Applaus. An Langenthaler, starkes Rennen gefahren. Robin Lüthi können returnen, wieder zurück verdrängen auf die dritte Position. Zweiter Platz, Marcello Cruz. Und da haben wir den Robin Lüthi. Er hatte ein wenig weg mit den Rennen. Der zweite Platz musste im Zweikampf hergeben, gegenüber Marcello Cruz. Und dritter Platz, wie gesagt, der geht an die Startnummer 295 an Robin Lüthi. P4, Thomas Zinecker, in der letzten Runde nochmal herkommt, Richtung Robin Lüthi. Knappe zweieinhalb Sekunden haben ihm gefehlt. Vierter Platz, wie gesagt, der geht an die Startnummer 181. Thomas Zinecker dann auf P5. Erwarten wir dann den Mann in grün. Und zwar die Startnummer 98, und siegte Ismael Pereira. Sechster Platz dann rum... Wunderschönen guten Morgen, hier aus Schlatt. Heute mit dem SMTV. Ich begrüsse dich herzlich und schön bist mit dabei. Wir haben heute ganz, ganz viele tolle Kategorien, die auf dem Programm stehen. Im Hintergrund bereits das Training, das ihr noch seht, von den Quad. Dann die Seitenwagen, die sich hier messen. Der Swiss MX Women Cup. Die Frauen, die heute hier über die Strecke aus werden fahren. Dann Senioren, Race und Experten. Und das Sahnenhäubchen darf man Pro Racer in Deutschland geniessen. Schön bist du mit dabei. Schön darfst du live zuschauen. Vielen herzlichen Dank für alle, die das unterstützt. SM, danke, dass ihr das möglich macht. Dass wir vom Sofa aus zuschauen dürfen. Auf dem Heimweg die Rennen noch mal schauen. Oder wenn wir auch immer wollen. Danke auch Midland. Qualitätsöl aus dem Midland. Danke, dass ihr das Ganze unterstützt. Und natürlich auch Allianz Swiss. Vielen herzlichen Dank. Ihr seid engagiert für die Kunden. Engagiert für uns. Vielen herzlichen Dank für eure Arbeit. Schön bist du mit dabei. Geniesse es. Und wünsch einen tollen Rennsontag. Wir freuen uns auf dich. Das Team, das in der WM unterwegs war. Das Team mit den Startnummer 93. Marco Heinzer, Ruedi Betscher. Der zweitschnellste war die Jungs, die in der Europameisterschaft auf P1 sind aktuell und zwar Nummer 84, Remo Käser, Cornelio Dörig und drittes im Qualifyingsteam von Fabian Hofmann zusammen mit Mario Strauss, Schar Nummer 41, sind ja unterwegs für den MC Vila. Ja, wer zieht da den Hullshot? Welches Team geht als erstes? Ideale Ausgangslage natürlich für Heinz Erbetschert mit Startnummer 93 als Grosse. Favoriten nach dem Qualifying Sieg ist ein Team Heinz Erbetschert, das die Front hinein genommen hat. Als erstes da können über die Waldvogelbackerbetriebe Hullshotel 1 hineinfahren. Heinz Erbetschert ja in der WM unterwegs, aktuell nach ein oder zwei Veranstaltungen im WM Zwischenplatzament auf dem 9. Platz. Ja, wer hat die beste Ausgangslage können ziehen? Welches Team kommt voraus? Der Heinz Erbetschert jedenfalls auf Platz 2 und vorab haben wir die jungen Thurgauer, der Remo Käser, zusammen mit dem Cornelio Dörig. Cornelio Dörig, Schar Nummer 84, der den Hullshot hätte holen können. Zwei die schnellste waren im Qualifying. Und ja, vor Monatsfrist am Auftakt zu der IMBA, Europameisterschaft, Lauf oder Läufe in Wohle, können den Tagessieg holen mit einer fulminanten Aufholjägte im Lauf 2 und 3 Publikum so richtig, richtig zum Mitfieber gebracht. Also riesen, riesen Stimmung haben sie dort aufgebaut, das Team von Käser, Dörig und jetzt haben sie hier die Front hineingenommen und sind gegenüber dem in der WM fahrenden Team Startnummer 93. Margot Heinzer, Rudi Betschert aktuell im Vorteil hin und das wird jetzt sicher ein spannender Kampf auch an der Betschert vorbei. Ich hatte einen kurzen Hänger hier in der Auffahrt, innen der Remo Käser und Cornelio Dörig und Rudi Betschert und Margot Heinzer haben hier profitieren und vorbeiziehen und führen das Rennen jetzt an. Na ja, hat er wieder einen Wechsel gegeben? Na ja, der Käser wieder voraus, Heinzer 2. Käser Dörig voraus, Heinzer Betschert. Auf 2, dann Fabian Hofmann, Marius Strauss, auf P3 Team vom MC Vila, dann das zweite Käser Team, das Brüderpaar, Nevio Käser, zusammen mit dem Jano Käser. Da steht Nr. 8, 59, das jüngste Team im Feld auf Platz 4. Dann Simon Sutter, zusammen mit Joel Schlinger, bei der ersten Zieldurchfahrt auf Platz 5. Dann Dominik Schlinger und Daniel Intlekofer auf Platz 6, Team Nr. 40. Martin Krieg, Bruno Käeli, Stand Nr. 49 auf 7. Dann Ronny Glor mit Andreas Lehner auf 8. Markus und Armin Bühler, sie feiern das 35-jährige Muttergrosse Jubiläum mit der Stand Nr. 23 auf Platz 9. Und André Habertür mit dem Rolf Steck, mit der Stand Nr. 200 aktuell an 10. Position nach der ersten komplett absolvierten Runde. Ah ja, das Käser-Döring-Team kann sich da sogar gegenüber dem Margot Heinzer-Ruedi-Betscher die leichte Luft verschaffen. Jetzt die Position, wo es letztes Mal dort einen kleinen Fehler hatten. Damals kommen sie dort besser über die Kurve oder respektive zu dieser Kurve aus. Und Führungsausbau, letzte Runde sind knappe Sekunden gewesen, wo es den Vorsprung gab gegenüber dem Heinzer-Betscher-Team. Jetzt dürfte etwa gleich bleiben sein. Also das Team Heinzer-Betscher mit der Stand Nr. 93 kann da die Pace sicher halten. Im Qualifying ja ist es gerade umgekehrt gewesen. Der Margot Heinzer-Ruedi-Betscher konnten da gute 1,1 Sekunden schnellere Rundenzeit fahren gegenüber dem jetzt aktuellen führenden Team von Remo Käser und Cornelio Döring. Ja, und der Rückstand von Fabian Hofmann, Mario Strauss gegenüber der Spitze, 7,6 Sekunden. Das ist das Team, das in Grün unterwegs ist. Mit der Start Nr. 41 jetzt in dieser Linerkurve hinein. Dann geht es in die SOM-Kurve vom Schweizerischen Automotorradfahrer-Verband. Und jetzt in dieser Mittelentsteigung hinein. Sie haben auch bereits ein bisschen Luft gegenüber Ihren Verfolger, dem Nevio und dem Jano Käser. Und da kommt dann aber nach einem quasi ein Dreiergruppetto, wo sich um den 5., 6. und 7. Platz noch nicht ganz einig ist. Da haben wir den Simon Sutter-Joel Schlinger, Dominik Schlinger und Daniel Intlekofer sowie den Martin Krieg und den Bruno Kählin. Ja, da dürfte es sicher auch noch Verschiebungen geben. Ziemlich nahe beieinander kann man sagen. Doch noch die Fahrer um den 4. Platz. 4., 5., 6., 7. Platz. Alles noch offen. Aber vorher bei der Spitze warten wir natürlich. Wann probiert da den Marco Heinzer mit dem Rudi Betscher zusammen das erste Mal einen Angriff auszuüben? Gegenüber dem Team Käser-Döring gibt es ein bisschen vom Auge her. Doch ein, zwei Motorradlängene müssen zwischen diese setzen lassen. Letzte Rundendurchfahrt war es eine knappe Sekunde, der Vorsprung vom Team Käser-Döring gegenüber Heinzer-Betschert. Jetzt bei der jetzigen Konstellation 2,3. Ja, ein bisschen ausbauen konnten. Gute 1,3 Sekunden konnten sie die letzte Runde raus holen. Ob es vielleicht ein kleiner Fehler gewesen ist beim Heinzer-Betschert, man weiss es nicht. Jetzt habe ich jedenfalls das Gefühl, es sind fast wieder dran. Star Nummer 93, also eine spannende Ausgangslage hier umzuspitzen bei diesen beiden Teams, die sich dann nicht viel schenken. Dann der Hofmann, dort ist eine Lücke gegen vorne, aber auch eine Lücke gegen hinten. Und dann haben wir die drei Teams, die jetzt hier in die SOM-Kurve kommen. Hier geht es um den vierten, fünften und sechsten Platz. Und zwar Nevio und Janock Käser, die aktuell das vorderste Team sind, mit dem leuchtgelen, gespannenden, schwarzen Kleider. Dann Simon-Souter-Joel Schlinger in der Mitte mit dem orangenen Kombi, Schal Nummer 44. Und dann hinten dran ebenfalls in der Leuchtgel unterwegs Team Nummer 40, Dominik Schlinger zusammen mit Daniel Indlikhofer. Also die drei Teams befinden sich gerade mal innerhalb von einer knappen Sekunde zwischen Platz 4, 5 und 6. Also dort alles offen. Martin Krieg, Bruno Kähli als Siebte, verlieren hier doch 22 Sekunden. Dann haben wir Ronny Glor, Andreas Lehner, 8. Markus und Armin Bühler, 9. Habertür, Steck auf 10. Dann Reif, Reif, 11. Scherer, Scherer mit der Nummer 45 auf P12. Winkler, Peter, 13. Dann Andreas Kuhnz, Adrian Guglotz auf 14. Nick Berger zusammen mit Franziska Scherer aktuell an 15. Position hier in diesem Feld. Gute 10 Minuten vor dem Rennende. Also noch nicht ganz die Hälfte des ersten Laufs absolviert. 18 plus 2 sind ja zu fahren. Das gibt eine runde Lauftour von knapp 25 Minuten. Ja, und das aktuelle Leader gespannt mit der Stadt Nummer 84. Aus Schweizer Holz, Remo Käser, Cornelio, Dörig. Die haben jetzt den Vorsprung nochmal ein bisschen ausbauen. Und zwar haben sie ihn quasi gerade verdoppelt in der letzten Runde. Vier Sekunden sind sie jetzt doch bereits. Wo da der aktuelle Leader aus der Europameisterschaft hätte herausfahren können. Gegenüber am WM-Team mit der Startnummer 93 von Marco Heinzer, Ruedi Betscher seinerseits. Aber die Trainingsschnellste war im Qualifying. Und jetzt aber da ein bisschen zurückstecken mit den Rennen. Ob es da den Return nochmal arbeitet, ist jetzt die Frage natürlich. Lassen wir uns überraschen. Beobachten wir hier die Rundenzeiten. In der letzten Runde klar. Der Käser Dörig hätte Vorsprung ausbauen können. Dementsprechend natürlich auch die schnelle Rundenzeit. 1,51 haben sie geschrieben. Der Heinzer Betscher knappe 1,53 Rundenzeit. Beobachten wir. Jetzt habe ich aber das Gefühl, das sind nicht mehr die vier Sekunden. Da ist wieder ein bisschen geschrumpft. Was sagt der Timetable zu der Startnummer 93 zu der Rundenzeit? Die letzten Laptime waren ziemlich genau gleich schnell. 4,1 Sekunden Differenz weiterhin. Ziemlich genau gleich schnell. Identische Rundenzeiten. Bei dem 1,52,1 haben wir beide fahren können. Das hat doch schon, dass der Vorsprung kürzer wurde. Aber der Heinzer Betscher jedenfalls kann die Pace halten vom aktuellen Leader-Team mit der Startnummer 84 und Remo Käser zusammen mit Cornelio Dörig. Der Kampf umverändert. Ein Positionwechsel hat es gegeben. Um den Kampf um den 4.,5.,6. Platz. 4. weiterhin aber der Nevio Käser mit dem Miano Käser im Beibotstand Nummer 8, 59 ebenfalls aus Schweizer Solz. Aber der 5. und 6. Platz. Dort hat es einen Change gegeben. Und zwar ist jetzt neu auf dem 4. Platz Startnummer 40 unterwegs. Und zwar der Dominik Schlinger mit dem Daniel Intlekofer. Und auf 6. zurückgekehrt der Simon Sutter zusammen mit dem Joel Schlinger. Weiterhin allein auf weiter Flur oder allein unterwegs mehr oder weniger der Fabian Hofmann mit dem Marius Strauss. Team vom MC Wila mit der Startnummer 41. Gegenüber am 2. Platzierten Heinzer Bettschert verlieren sie doch bereits gute 21 Sekunden. Und gegenüber am 4. Platzierten Käser Käser Team der Vorsprung von Hofmann-Strauss doch auch 8,6 Sekunden. Und wir haben noch 6 Minuten auf der Uhr. Da kommt jetzt hier in der Togra-Zielkurve rein. Nr. 41 Team vom MC Wila vom Fabian Hofmann zusammen mit dem Mario Strauss in Grün da unterwegs in dem Feld. Und dann der Kampf um den 4. Platz. Das ist sicher das brisantische Duell jetzt. Nevio Käser, der von Dominik Schlinger bedrängt wird. Also Käser Käser gegen Schlinger Intlekofer. Hier um den 4. Platz. Da würde es sicher einen Angriff geben. Und der Schlinger probiert es aussen herum. Hat er es da probiert über die Salzgeiver Apparatebau aufziehen? Wie kommen es da über die Elsaugarage Elsener Elsaugurve rein? Neu auf 4, Dominik Schlinger, Daniel Intlekofer. Sie haben da den Kampf, den Zweikampf um den 4. Platz zu ihren Gunsten entscheiden. Sie sind vorbei und neu jetzt als erste Verfolger vom auf Platz 3 fahrenden Team von Fabian Hofmann und Mario Strauss unterwegs. Also starkes Rennen von der Startnummer 40. Vom Weggenstettener an Dominik Schlinger zusammen mit Daniel Intlekofer im Beiboot hinein. Sie führen gefahren von grösser Ordnung P7 jetzt an die 4. Position. Neu an Spitze jetzt da bereits in der Mitte von überrundeten Fahrern drin. Hat sich nochmal ein wenig Luft verschaffen, der Remo Käser. Nachdem er in der letzten Runde in den Vorsprung wieder zusammengeschrumpft ist auf gute 2,4 Sekunden. Hat er jetzt da doch wieder ein, zwei Fahrer noch zwischen sich können eintun zwischen sich und dem Verfolger. Jetzt in der Lineerkurve noch ein Spitzenteam. Eins überrundet das Team in Weiss zwischen denen. Startnummer 43 macht da sehr fair Platz. Der Ronny Glor mit dem Andreas Lehner. Aktuell auf Platz 8 fahrend. Also die Spitze bereits bis und mit auf Platz 8 führen. Sämtliche Teams können überrunden. Spitze-Duo. Sag ich jetzt, Spitze-Duo. Weil auch Margot Heinzer und Uedi Betschert bereits dort am Team Nummer 43 von Ronny Glor Andreas Lehner, der ja wie gesagt aktuell auf P8 unterwegs ist, vorbeifahren. In der Midlend-Auffahrt das 3-platzierte Team in Grün. Hochmann Strauss. Dann Schlinger Inleckhofer ebenfalls in der Midlend-Auffahrt mit dem Käser Käser im Schlepptau. Käser Käser probiert natürlich die Pace vom Schlinger mitzugehen. Eventuell vielleicht in der Schlussphase in den letzten 2-3 Runden, die zu absolvieren dann noch sind. Eventuell nochmal den Cut schaffen können. Oh, die Spitze hat fast einen Fehler. In der Leiner-Kurve rein, respektive in der Togra-Ziel-Kurve rein. Da mussten sie den ganzen Vorsprung hergeben lassen. Da ist quasi das Beiboot in der Luft rein gestanden. Und Cornelio Törig musste sich richtig Gewichtsverlagerung machen. Und da musste der Fahrer, Remo Käser, schnell das Gas wegnehmen. Sonst wäre es dann zum Kipper gekommen. und Marco Heinzer und Rudi Betschert sind dort fehlerfrei durchgekommen und haben jetzt wieder den direkten Anschluss geschafft. Jetzt wird es eine richtig spannende Schlussphase zwischen den beiden Teams, die sich jetzt hier in der SOM-Kurve befinden. Richtung Midlend-Auffahrt an Hemmenspitzen. Vorher mit dem orangen Helm, Käser Törig mit dem leuchtgelen Helm. Das Team auf P2, Marco Heinzer und Rudi Betschert. Und das andere Käser-Team hätte den Return schaffen können. Nevi und Yannock Käser wieder an Dominik Schlinger und Daniel Inlekofer vorbei in dieser Runde. Sie konnten ihre angestammte Position wieder zurückholen. Das junge Team aus Schweizer Solz mit dem Stand Nr. 859. Nevi und Yannock Käser und dem Team Dominik Schlinger und Daniel Inlekofer vorbei. Und sie wieder auf den 5. Platz hinterher drücken. Und haben sich doch bereits, jetzt wie man sieht, hier in den Lineerkurven oben 3-4 Törflängen Luft verschaffen können. So geht es für sie etwa in die drittletzte Runde nach Hochrechnung, wo das aktuell sein könnte. Ja, wahrscheinlich die viertletzte Runde. Das Team kommt schon wieder. Die Spitze kommt schon wieder. Es gibt noch eine. Nachher sind Plus 2. Also die drittletzte Runde wird jetzt in Angriff genommen von der Spitze. Wo der Zusammenschluss jetzt definitiv ist. Die drittletzte Runde jetzt. 3 Laps to go für die Stad Nr. 84. Remo Käser, Cornelio Döring und zusammen hinten dran innerhalb von 0,6 Sekunden bei 1. Marco Heinzer zusammen mit dem Rudi Betscher Stad Nr. 93. Silgauer Team, der jetzt richtig, richtig Druck macht in der Garage Elsener Kurve hinein. Wow! Spannende Ausgangslage bei dem Zweikampf Head to Head jetzt in der drittletzten Runde aktuell, wo es zu gehen ist. Jetzt ein Team, das es hier über die Runde gibt. Stad Nr. 176, wenn ich das richtig sehe. Roland Winkler, Daniel Peter haben da sehr fair Platz gemacht. Aktuell sind Winkler-Peter auf dem 12. Platz unterwegs. Aber bereits die zweite Runde, die sie hier garnieren vom Spitze-Duo. Käser Döring, so wie Heinzer Betschert. Jetzt die Spitze natürlich zum Sichtbereich aus. Sie sind in dieser langen Gerade oben. Ja, kommen bereits bereits wieder runter. Parallel zu den Kurven, die dann die Allianz-Waves sind, die Wellen-Sektion. Und hat es jetzt da bereits einen Wechsel gegeben, wenn ich das richtig sehe? Nein, also, einen neuen Spitzenwechsel hat es gegeben. Spitzenwechsel hat es gegeben. Drittletzte Runde, neue Leader, die Stad Nr. 93. Das schnellste Team aus Ilgau ist jetzt das schnellste Team vom Qualifying. Und zwar, Margot Heinzer, Rudi Betschert, die in der letzten Runde hier haben können, Remo Gers und Cornelio Döring von der Spitze verdrängen. Und so geht es in dieser Konstellation jetzt in die zweite letzte Runde ein. Und Margot Heinzer und Rudi Betschert haben sich da doch bereits ein wenig Luft verschaffen. Das sind jetzt doch schon bereits gute zwei Sekunden, die sie da haben, rauszuholen. Und werden da natürlich jetzt nochmal die volle Konzentration aufbauen, dass sie an diese Spitzenposition nicht mehr hergehen. Weil einen Fehler können sie sich nicht erlauben. Der Käser-Döring-Team ist zu nahe dran, er zieht in dieser Midland-Auffahrt und wird dann da bereit stehen, falls es einen Fehler gibt vom Spitzenteam. Auch ein triplazierter Team, das für den MC Wila unterwegs ist, mit der Start Nr. 41, zieht jetzt da in die zweitletzte Runde Fabian Hofmann zusammen mit dem Mario Strauss. Und umverändert auch den Kampf in der vierten Position, wo ja zwischenzeitlich mal Stand Nr. 40, der Dominik Schlinger, Daniel Lindlekofer, hat können Feuer schiessen am Käser-Käser-Duo vorbei, aber Nevio und der Jano Käser haben da den Change wieder herstellen, die Allkonstellation und fahren sicher an dieser vierten Position. Naja, aber in Sichtweite haben es dann da bereits doch schon der Fabian Hofmann und Mario Strauss zwei Runden sind noch zu gehen. Was sagen die Rundenzeiten vom letzten Durchgang? Ja, der Hofmann 2-0-2 gefahren, der Käser Käser 2-0-1er Zeit. Die Spitze sind jetzt übrigens in die letzte Runde eingegangen. Naja, fünf Sekunden sind es der Rückstand vom Nevio und dem Jano Käser gegenüber auf Platz 3 fahrende Team vom MC Villa von Fabian Hofmann, Mario Strauss. Auch das könnte in der Schlussphase noch mal knapp werden. Das Abteam hätte ja doch noch gute eineinhalb Runden to go. Und wenn dann da, sagen wir jetzt einmal hochgerechnet bei Fabian Hofmann vielleicht noch ein kleiner Zwischenfall oder so passiert, wo er sich nicht erlauben darf, werden den Käser bereit. in der letzten Runde fahre, gegenüber dem Nevi und dem Jano Käser ist der Vorsprung quasi konstant geblieben. Wir haben doch immer noch die guten knappen 3 Sekunden Vorsprung von der Start Nr. 41 an Fabian Hofmann, Mario Strauss. Ja, und in wenigen Momenten erwarten wir dann hier das Spitzenteam bis Start und Ziel sind ja bereits in der letzten Runde unterwegs und kommen jetzt auch bereits über die Garnatsa-Karosserie-Spenglerei. Sprung rapide, in der drittletzten Runde haben sie da das Blatt gekehrt. Start Nr. 93 aus Ilgau. Gratulation und ein Applaus sicher da für das Team der den Laufsieg holt. Marco Heinzer, Rudi Wetschert. Und sicher auch ein Applaus für das Team auf P2, Remo Käser zusammen mit Cornelio Thörig der hier die Spitze behaupten konnte mit der Start Nr. 84 und der zweite Platz da heimbringt am ersten Lauf am Motocross Schlag 2023. Und jetzt geht es natürlich doch einen Moment noch bis an den Kampf um Platz 3 da im Ziel. Entschieden wird oder schwarz auf weiss feststeht. Jetzt sind sie richtig nahe hinten bei der Abfahrt hin, parallel gegenüber den Allianz-Wubesien, die ja ausgelassen werden von der Seite Wagenfahrer. Jetzt doch der Angriff noch kommt vom Nevio Käser gegenüber Fabian Hofmann und Mario Strauss. Wie kommen sie über den Garnazasprung ab? Ja, das grüne Team noch voraus. Ein nicht erfolgreiches Angriffsversuch. Das grüne Team konnte sich definitiv noch sogar absetzen. Der Käser musste sich gegenüber Platz 5 orientieren. Für den Fabian Hofmann und Mario Strauss Team vom MC Villa gibt es P3. Nevi und Janokäser finischen das Rennen an 4. Position und Dominik Schlinger zusammen mit Daniel Indleckhofer auf Platz 5. Sechster Platz Simon Sutter Joel Schlinger Krieg Kählin mit Stand 49 P7 Roniglor Andreas Lehner auf 8. Markus und Armin Bühler Jubilaren dieses Jahr auf P9 mit Stand 23 und Andri Habentür mit Rolf Steck auf Platz 10. 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 6 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 11 12 12 14 15 15 14 15 15 15 15 15 16 15 20 15 15 Es könnte auch ein 74 sein, es ist Joyce Zachmann. Startnummer 74, die zweitschnellste aus dem Qualifying, die Schnellstarterin aus Diessenhofen, die hier den Hole schon gezogen hat und jetzt als Leaderin hier über die Midland straight durchzieht. Sandra Keller auf P3 und Michelle Zünd, 3-Tallerin, KTM-Pilotin mit Startnummer 62, aktuell auf P2 unterwegs, ebenfalls noch vor der Lokalmatadorin, vor der Sandra Keller. Ja, im Qualifying hat es so ausgesehen, wie gesagt, Sandra Keller 1, Joyce Zachmann, die aktuelle Leaderin auf 2, dann Basendinger in Rahel Sutter mit der drittschnellsten Zeit, dann Luanne Soudan auf Platz 4 mit der Startnummer 24, dann Sandra Chordere mit der Nummer 2 0, 1 auf 5, Michelle Zünd, Startnummer 66, sie wurden Zusi Tauscht, siebte Ali Stefani 8, Jana Bole auf 9 und Ramona Schwitz, zehte wurden im Qualifying. Aber jetzt ist Racetime angesagt und da hat es ganz anders ausgesehen, respektive hat schnell startet in aus Diesenhofen auf den Zachmann KTM, Joyce Zachmann, hat da Nase in vorne gehabt, aber wird jetzt bereits angegriffen von der Sandra Keller. Die Lokalmatadorin bereits vorbei an der Michelle Zünd und auch vorbei da über die Allianz Wave, siehe jetzt an der Joyce Zachmann. Aber Joyce Zachmann, ja, zieht da mit dem KTM Power in der Auffahrt wieder vorbei. Ja, da hat der Sigi saubere Arbeit gemacht am Motor. Definitiv, der Töffel läuft wie die Sau. Ja, Joyce Zachmann wieder die Front übernommen, aber jetzt auf der Bremse, schiesst da Sandra Keller in der Dogra-Kurve wieder innen vorbei und die Yamaha Pilotin wieder in Front. Joyce Zachmann, Susi Tauscht ebenfalls vorbei an der Michelle Zünd, Susi Tauscht, Startnummer 99, die letztjährige Champion, jetzt an der Ritterposition. Als Verfolgerin von Joyce Zachmann, aber im Sandwich zwischen Joyce Zachmann und Michelle zündet hier die Pilotin in grün. Die Spitze jetzt in der Anfahrt, Richtung Midland-Auffahrt, wo es dann über den Dienst-Jeans-and-Schuh-Sprung in den oberen Teil geht, wo es dann aus dem Sichtbereich von hier, wo verschwindet die Fahrerinnen. Und Susi Tauscht vorbei, die Kawasaki-Pilotin an der Joyce Zachmann. Susi Tauscht jetzt erste Verfolgerin von der aktuellen Leaderin von der Sandra Keller, der Lokalmatadorin Uschlath mit der Star-Nummer 90. Sie ist ja unterwegs mit einem zweitakter Yamaha. Führt das Feld an. Was sagt der Vorsprung im Qualifying? Sandra Keller ganz klar die schnellste Runde können fahren. Eine Sache für sie gewesen, das Qualifying. 6 Sekunden in die schnellste Rennrunde gegenüber dem Rest des Felds. 7 Sekunden in der ersten drei Fahrer. Na ja, da hat sich jetzt ein paar Lücken gebildet hier unter den ersten drei Fahrern. Sandra Keller, gute 50 Meter Vorsprung gegenüber Susi Tauscht und dann nochmal knappe 50 Meter Susi Tauscht gegenüber Joyce Zachmann. Aber Joyce Zachmann, sie hat quasi fast die Michelle Zünd im Rücken, ihre Markenkollegin KTM. Die beiden KTM Girls sind jetzt da über die Allianz Waves bereits drüber aus. Und die Spitze kommt wieder durchab. Ich kann dazu Susi Tauscht eventuell die Lücke zumachen gegenüber der Sandra Keller. Würde mich zwar fast ein wenig erstaunen, wenn sie da die ganze Pace von der Sandra mitfahren könnte. Aber jedenfalls in dieser Runde hat sie da gar nicht viel verloren. Schauen wir dann mal die Rundenzeiten an. Letzte Runde, ja aber doch, zwei Sekunden sind es, wo die Pilotin mit der Startnummer 99 auf den Kawasaki aufgeräumt rüberkommt. Zusammen zählt knappe drei Sekunden den Vorsprung vor der Leaderin mit der Startnummer 90, und jetzt die Sondra Keller gegenüber Susi Tauscht. Jetzt eine Fahrerin in Würta überrundet. Die ganze junge Pilotin hier mit der Startnummer 17, Geraldine Rohrbach. Die mehrweilerin Kawasaki Pilotin, die hier eine Runde haben müssen gegenüber der Spitze. Wie sieht es aus, um die Top 10 Plätze herum? Wir waren Michel Zünd, 4, Loan Soudan auf Platz 5. Dann Sandra Chauderet, Scha Nr. 2, 0, 1 auf 6. Rahel Sutter, Basadingerin auf 7. Diana Bole auf 8. Sarah Banchot auf 9. Dallis Stefani auf 10. Ramona Gassmann auf 11. Nina Zünd auf 12. Dann Ramona Schwitz 13. Aileen Engesser auf Platz 14. Corinna Meili 15. Moni Walzer 16. Samira Chilli auf 17. Chil Steger auf 18. Adina Sobisch 19. Jennifer Eisenring auf Platz 20. Die Spitze bereits wie der Vorstart und Ziel. Die Startnummer 90. Die beiden können sich klar absetzen vom Rest des Felds. Die Startnummer 90. Sandra Keller wie auch die Startnummer 99. Auf grün unterwegs zu Sittausch. Dann aber um den 3. Platz. Da wird es richtig knapp werden. Da ist jetzt ein 3-Kampf. Fast ein 4-Kampf. Im Brandt um den 3. Platz. Beste Ausgangslage aktuell für die Pilotin aus Diesenhofen. Für Joyce Zachmann. Sie aber im Rücken quasi im Nacken. Michelle Zündlo an Zudan. Und auch Sandra Chauderet mit der Startnummer 201. Die hier die 4. Pilotin ist in diesem 4-Kampf. Aufgrünchen. Die sich jetzt in der Linekurve oben befindet. Wie gesagt da geht es um P3 in diesem ersten Lauf. Die beste Ausgangslage aktuell für die Fahrerin die den Holt schon gezogen hat. Die Startnummer 74. Joyce Zachmann. Die 4 Pilotinnen jetzt in der Auffahrt. In der Mittellend-Auffahrt. Und auch die Startnummer 91 gesellt sich jetzt dann wahrscheinlich in 1-2 Runde zu diesem Quartett her. Und das ist Rahel Souther, Basadingerin mit der Startnummer 91 auf KTM unterwegs. Rahel Souther ja im Qualifying hervorragend unterwegs gewesen. Und das Qualifying konnte auf Platz 3 finishen. Und ist jetzt auf und dran da ebenfalls an das 4er Gruppetto, das um den Kampf um Platz 3 unterwegs ist, aufzuschliessen. Beobachten wir. Behalten wir sicher da unter Kontrolle. Man schaut aber wie es sich abgeht. Den Spitzenforen zu Hause tauscht. Letzte Runde. Der Rückstand. 5 Sekunden gingen über den Leader in der Lokalmatadorin aus Schlatt mit der Startnummer 90. Der Yamaha Fahrerin Sandra Keller. Naja, Sandra Keller bereits wieder in die Togra-Zielkurve hinein. Und hat sich jetzt da doch definitiv absetzen gegenüber der stark fahrenden, zweitplatzierten Pilotin aus Elschut, Susi Tausch in grün unterwegs auf Kawasaki. Dann der Zweikampf. Oh! In diesem Moment hat Michel Zünd einen Platz verloren. Und zwar gegen Loan Soudan. Loan Soudan hat Michel Zünd vorbei. Und Loan Soudan ist jetzt die erste Befolgerung von den auf Platz 3 fahrenden Joyce Zachmann aus Diesenhof auf der KTM. Ja, starke Fahrt war die Linienwahl von Loan Soudan um die Togra-Zielkurve herum. Da ist sie ganz aussen gekommen mit dem Schwung mitgenommen und quasi Ausgangskurve dann an den Michel Zünd vorbeischnitzen. Aber auch Sandra Schorder ist jetzt bereits dran an den Michel Zünd. Startnummer 2-0-1. Also die Krieserin muss sich jetzt da wehren. Und von hinten dann auch nicht so weit weg. Rahel Soutter, der ja ebenfalls probiert mit der Startnummer 91 das Viererquartett aufzuschliessen. Und spannend sind wir natürlich allem voran. Loan Soudan bereits den ersten Angriff auf die drei platzierte Joyce Zachmann. Starten im hinteren Pistebereich. Die Spitzen jetzt bei den Allianz-Waves hinten bei dieser Wellensektion Sandra Keller. Und jetzt auch Loan Soudan und Joyce Zachmann als vierte und drei platzierte bei der Kurve von diesen Allianz-Waves hinten. Wie geht die Ausfahrt auf? Allem voran. Oh, da kommt Loan Soudan aber richtig richtig neben Joyce Zachmann her über die Waves hier. Hat sie eine gute Linienwahl gehabt. Hat ihr aber glaube nur nicht ganz gelangt sich durchzusetzen. Und was macht sie in der Togra-Zielkurve? Dort hat sie letzte Runde ein Platz können gut machen. Startnummer 24. Er fährt wieder ganz aussen rum und nimmt den Schwung mit. Ja, jetzt ist es Startnummer 24 am Platz verloren. Jetzt ist es wieder Michelle Zünd, die hier an der Loan Soudan vorbei ist. Michelle Zünd wieder an ihrem vierten Platz. Und sie ist jetzt die, die den Ruckhaus übt auf Joyce Zachmann. Also die Loan Soudan, in irgendeinem hinteren Pisteteil, hat sie dort wieder irgendetwas gehabt, das hier Michelle Zünd wieder hätte vorbeimachen können. Und Michelle Zünd macht jetzt richtig Druck gegenüber Joyce Zachmann. Die beiden Piloten innen, jetzt in der Midland. Steigung innen, Richtung Teens Jeans & Shoes Sprung. Die Fahrerin mit einem leuchtorangen Helm oder ein Teil leuchtorange. Das ist die vierplatzierte Fahrerin mit der Startnummer 62. Michelle Zünd auf dem Weg wieder nach vorne. Respektive, sie ist wieder in ihrer alten Position, P4. Aber sie will natürlich an der Joyce Zachmann vorbei. Was sagen die Rundenzeiten des letzten Durchgangs dieser beiden Ladies? Ja, die Loan Soudan hat eine 2.18er Zeit geschrieben. Ja, das muss etwas gewesen sein. Michelle Zünd ein 2.16er, Joyce Zachmann 2.17er. Also in diesem 3er Gruppetto, Sandra Schorder hat den Anschluss verloren. 2,3 Sekunden. In diesem 3er Gruppetto in der letzten Runde, klar, Michelle Zünd, Kriesneri mit der KTM die Schnellste waren. Ja, da muss sich Joyce Zachmann jetzt wehren in den letzten guten 5 Minuten plus 2 Runden, die noch zu gehen sind. Die Spitzenpilotin, die Lokalmatadorin, jetzt vor dem Festsel, schlägt sie an, die Startnummer 90. Die Lokalmatadorin hier an eurem Heim rennen. Brilliert sie da und dominiert sie das Feld. Ganz klar, die Startnummer 90. Der Vorsprung gegenüber Susi Tausch mittlerweile angewachsen auf 10,2 Sekunden. Und da haben wir jetzt auch wieder Joyce Zachmann zusammen mit Michelle Zünd. Unverändert Position Joyce Zachmann. Kann sich da die dritte oder kann sich da der dritte Platz heben. Dann Loan Soudan, Sandra Schorderet haben auch wieder Luft zwischendran. Und Rahel Sutter klingt es nicht ganz. Das haben wir voran gerechnet damit, dass Rahel Sutter die Lücke kann schliessen. Das gelingt ihr nicht ganz. Der Fahrerin in Weiss, die sich jetzt hier in den Salzgeber-Apparatenbau Wellen befindet. Hinter dem Festzelt. Klingt ihr nicht ganz. Rahel Sutter bleibt auf dem siebten Platz. Diana Bohle 8. Sarah Pacho auf 9. Und Thalys Stefani aktuell auf PC unterwegs. Schauen wir, wie es hinter dem zehnten Platz aussieht. Gehen wir das nochmal durch. Kurz vor Rennende oder vor der Schlussphase des ersten Laufs. Wir haben auf 11. Nina Zünd, dann Ramona Gassmann auf 12. Aileen Engesser, Stand Nr. 386 auf Platz 13. Dann Moni Balzer auf 14. Corina Meili auf 15. Samira Cili auf 16. Cil Steger 17. Adina Sobisch 18. Ramona Schwitz auf Platz 19. Und Jennifer Eisenring mit der Stand Nr. 112. Aktuell an 20. Stelle. Das der Stand. Gute 3 Minuten plus 2 Runde vor Rennende. 2,51 haben wir. Dann müssen wir mal hochrechnen, wie viele Laps das noch gibt. Und wenn da die Spitzenfahrerin das nächste Mal vorbeikommt, dann kommt sie schon bereits anzufliegen. Die Lokalmatadorin mit der Stand Nr. 90. Sandra Keller. Wir haben noch 2,36. Also das heisst, das ist jetzt die Grössenordnung. Die vierte letzte Runde, die sie da in Angriff genommen hat. Wird nochmal lang, um eine neue Runde auszulösen. Das heisst, plus 2 haben sie ja zusätzlich da im Women's Cup. Vier Runden jetzt noch zu absolvieren. Aktuell für die Spitzenpilotin mit der Start Nr. 90. Für Sandra Keller. Und auch... Wow! Jetzt... Michelle Zünd vorbei an den Joyce Zachmann. In dieser Runde hat es den Wechsel gegeben. Und der dritte Platz. Michelle Zünd, Pilotin aus dem Rheital aus Krisern. Jetzt neu an dieser dritten Stelle hat sie hier Joyce Zachmann überholen. Joyce Zachmann 4. Michelle Zünd neu auf 3. Und verändert. Luan Soudan 5. Sarah Jourdre 6. Rahel Souter 7. 2. 3. 3. 4. 7. 7. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 17. 16. 16. 16. 18. 16. 17. Ablauf dieser offiziellen Lauftour nochmal das Startseil zeitmässig auszulösen, dann gibt es nochmal zusätzliche Runde, bevor dann hier zwei Rundetafeln rauskommt und das scheint der Fall zu sein, ziemlich sicher würde sich das ausgehen, ja genau. Wir hatten noch gute 20 Sekunden auf der Uhr, das heisst sie jetzt drittletzte Runde unterwegs, die Hochrechnung ist aufgegangen, drittletzte Runde jetzt für die Ladies, auch Standnummer 99, konstant starkes Rennen hier für Susi Tausch mit Platz 2, allein auf weiter Flur, gegen Führer kann sie nichts anrichten und gegen Kinder hat sie definitiv auch luftfrei gegenüber der neuen auf Platz 3 fahrenden Müll. Michel Zünd mit der Startnummer 62, dann mit dem 74, die Lady, die den Callshot gezogen hat, über die Waldvogelpackerbetriebsstarkkurve hinein, und zwar Joyce Zachman, dann Laurent Soudan weiterhin mit der Nummer 24 auf 5, Sandra Chaudre auf Platz 6 und da jetzt in dem Moment ganz hinweiss über Zillin Ebenfalls in die drittletzte Runde eingefahren, die Pilotin aus Basadingen, die im Qualifying die drittschnellste Zeit konnte, nämlich Rahel Sutter. Naja, jetzt in den drei letzten Runden haben sich da doch die Positionen ziemlich eingeteilt, überall haben wir doch mehrere Sekunden zwischen den Fahrerinnen und Fahrern, das heisst, dass es keinen direkten Zweikampf mehr geben kann. Der einzige Zweikampf, der noch eigentlich offen ist, wo es noch nahe oder knapp könnte werden in den drei Runden ist es zwischen Platz 9 und 10, zwischen den Alice Stefani mit der Startnummer 83 und der Startnummer 121, den Sarah Banchot. Dort sind es nur gerade einmal knappe Sekunden, da muss sich die beiden Ladies trennen, aber auch dort hat es sich da wieder geteilt, jetzt in der letzten Runde der Vorsprung von der Alice Stefani gegenüber den Sarah Banchot wieder angewachsen, auf gute 2,5 Sekunden. Na ja, Ramona Gassmann, Nina Zünd, dort könnte es auch noch knappe werden, dort ist es nur gerade eine 9 Zettel Sekunde zwischen Platz 11 und Platz 12, zwischen den Startnummer 86, der Pilotin aus Berneck, der Pilotin aus Berneck, der Ramona Gassmann, gegenüber den Nina Zünd, mit der Startnummer 8, Pilotin aus Kriesern, dort könnte es eventuell noch zum Angriff kommen, in den zwei letzten Runden, die jetzt für die Spitze bereits in Angriff genommen wurden. Und eventuell um den 5. bis 6. Platz, Loa Souda, Sandra Chordere, dort ist der Abstand auch kleiner geworden, und zwar hat Sandra Chordere den Abstand wieder verkürzt, und es sind nur noch knappe 2,5 Sekunden, wo Sandra Chordere mit der Startnummer 201, die Pilotin, befindet sich jetzt da in der Linekurve oben, wo ihre Fehler gegenüber Loa Souda, Standnummer 24, da haben wir es in der Mittelentsteigung, Sandra Chordere mit dem Kawasaki in grün, vorne mit dem KTM in weiss, jetzt in dem Moment über den Dienstschinsen Schusssprung durchauf, das ist Loa Souda, und dort ist der Vorsprung jetzt nochmal geschmult, also dort probiert ganz sicher Sandra Chordere in der verbleibenden 1,5 Runde nochmal einen Change zu erzwingen. Und hier haben wir das andere Duell, das wir angesprochen haben, Ramona Gassmann mit Nina Zünd, und dort ist sie jetzt doch zum Wechsel gekommen, so, letzte Runde jetzt für die Spitzenreiterin, die ebenfalls gerade das Duell jetzt da wird überrunden, dort ist es zum Wechsel gekommen zwischen Ramona Gassmann und Nina Zünd um Platz 11 und 12, neu jetzt in der zweitletzten Runde, respektive sie werden überrundet, für sie geht es jetzt ebenfalls in die letzte, neu jetzt auf dem elften Platz, Startnummer 8, Nina Zünd, neu 12, Platz 12 für die Startnummer 86, Ramona Gassmann, ja, und die beiden kommen, oh, beim Überrunden hat sie detscht oben in der Leinerkurve, die Leaderin ist der Ramona Gassmann hinten aufgefahren, oder drin hingefahren, ich kann es nicht genau sehen, jedenfalls die Leaderin steht dort still, kommt jetzt wieder zu Wegel, wo haben wir, Susi Tausch kann nicht profitieren, ja, Susi Tausch nicht ganz können profitieren, aber sie ist nochmal knapp geworden, meistens nach einem Sturz muss man dann nochmal zwei, drei Kurven haben, um zu verschnüfen, weil der Puls geht dann ein wenig drauf, und das ist vielleicht nochmal die Chance, jetzt da in der letzten Runde für Susi Tausch, eventuell können einen Angriff machen auf die Lokalmatadorin, die jetzt hätte froh sein können, hat sie über das ganze Rennen gesehen, den Vorsprung können ausbauen, auf sagen und schreiben 24 Sekunden, wo gemessen worden sind, bei der letzten Zieldurchfahrt, den hat sie jetzt auch gebraucht, nach dem Zwischenfall, natürlich Pech für Ramona Gassmann, Anstand Nr. 86, steht da immer noch in den Leinerkurven oben, für sie würde das Rennen, so wie ich das sehe, nicht mehr weitergehen, ein Riesenpech, nachdem sie da die letzte Runde als Zwölf platziert in Angriff genommen hat. Das Duell natürlich auch nicht vergessen, Loan-Soudan, Sandra Schordere, um den 5. Platz, aber in der letzten Runde, mit Loan-Soudan nochmal ein wenig Boden rausfahren können, wieder auf 2 Sekunden, sich trennen können, von der Kawasaki-Pilotin mit der Startnummer 2.01, Sandra Schordere, auf Platz 6. Aber in wenigen Augenblicken erwarten wir dann da die Spitze, die Spitze-Duo, wo jetzt das letzte Mal über die Allianz-Waves drauf ist, und jetzt dann Anlauf nimmt, im Garnatsa-Garosserie-Spenglerei-Turbentalsprung, ja da haben wir sie, Sandra Keller, ja jetzt schlatt, und wenn sie dann über die Ziele-Linie fährt, dann müssen wir ein wenig Make-some-Noise machen, ein wenig Lärme machen für unsere Lokal-Mathadorin aus dem Dorf hier, für die grossartige Laufsiegerin, einen Applaus, let's go, für Sandra Keller! Ja, 2. Platz ebenfalls natürlich, ganz sicher der Applaus verdient, mit einer sauberen, konstanten Laufleistung, für die Kawasaki-Pilotin mit der Nummer 99, P2, geht an Susi Tausch! Und der dritte Platz kommt jetzt Eiss-Ziel, und dann geht der KTM-Pilotin aus dem Rheintal aus Kriesen, im Startnummer 62, an Michelle Zünd! Dritte Platz für die Lady, die den Holt-Shot gezogen hat, respektive vierte Platz natürlich, für die Startnummer 74, Joyce Zachmann, dann die Loa Souda, knapp dahinter, ebenfalls als fünfte bereits, die Ziellinie überquert, dann Sandra Schordere ebenfalls auf P6, bereits im Ziel, und als Nächste erwarten wir dann mit der Startnummer 91, ganz in Weiss, da kommt sie auf Platz 7, Rahel Souter! Ja, spektakuläres Rennen gewesen, ganz sicher, von den Ladies aus dem Women's Cup, jetzt gehen wir hier in die Mittagspause ein, machen die Pause, und zwar am 1, am 1 geht es dann weiter, mit dem absoluten Höhepunkt am heutigen Renntag, am 2. Renntag, bei besten Bedingungen, optimal, definitiv, fast besser kann man es nicht haben, sicher schwer zu fahren, durch das es so lange geregnet hat in den Vortagen, oder vor allem am Freitag, der den Weg runterlassen hat, ist der Boden unhinein doch relativ weich, was dann heisst, dass es auch natürlich schneller kleben und Löcher geben wird, und am 1 werden uns hier die schnellsten Fahrer der Schweiz ihr es können präsentieren, und zwar die Fahrer der Pro-Race-Serie. Der Lauf angesetzt über 25 Minuten und zwei Runden, wo die Jungs dann uns hier richtig einheizen und für Stimmung sorgen, da können wir uns jetzt definitiv freuen darauf, auf das, was uns hier nach der Mittagspause erwarten wird. Ich schalte mich ein, grösser noch nicht am 5 vor 1, würde da mal ein wenig das Standing-Standing präsentieren von den Fahrern, die da am Start stehen und natürlich, was sie gemacht haben im Qualifying und in der aktuellen, laufenden Meisterschaft. Ein paar Durchsagen habe ich natürlich noch, bevor wir dann da richtig Ruhe machen, auf Deutsch gesagt. Ich möchte zuerst einmal ein riesen Dankeschön aussprechen an sämtliche OK-Mitglieder und natürlich sämtliche Helfer und Verbandsfunktionäre, die da im Einsatz sind für das Motogross in Schlatt auf die Beine stellen. Natürlich auch sämtliche freiwilligen Helfer, die da in der Freizeit opfern, die im Namen vom MC Villa ein riesen, riesen Dankeschön, dass ihr da seid am heutigen Tag. Dann natürlich auch ein Dankeschön an sämtliche Behörden, die da ihre Bewilligung ein weiteres Mal erteilt haben. Die schnellsten nach dem Zeitraining vom Seitenwagen darf ich hier begrüssen, Marco Heinzer, Ruedi Betschart. Was ist euer Eindruck von der Strecke? Also ich muss sagen, etwas in der Schweiz sehr Gutes. Wir haben es mir sehr gut gefallen. Ich denke, bei den Rennen wird es dann schon etwas ausgefahren sein, aber es macht wirklich Spass. Was wird wichtig sein für das heutige Rennen, dass wir dann am Schluss zuoberst sind? Ja, wie immer natürlich auch. Die Stärze sind wichtig. Hoffen wir, dass wir dort vorne mit dabei sind und dann denken, es kommt gut. Vorhin haben Sie gesagt, Sie finden es geil, dass Sie gefordert sind. Von hinten kommt der Druck. Wie ist das für das Rennen nachher? Ja, das wird genau gleich sein beim Zeitraining. Die lassen sich nicht gucken und ja, wir geben uns das Beste. Aber ich finde es auch super, ich komme jetzt. Ich bin lieber Zweiter für eine geile Fight. Aber ja, sie sind vielleicht nicht alle gleich wie ich. Dann freuen wir uns auf einen tollen Renntag. Was wird am Schluss das Ziel sein vom Tag? Schlussendlich der Sieg, wie immer eigentlich auch. In den letzten Wochen durften ihr schon BM Abenteuer geniessen. Könnt ihr dort noch etwas dazu sagen, wie es für euch war? Ja, sehr schwierig, sehr intensiv. Es waren Strecken, die wir nicht so ... Ja, es waren weite Sprünge, die wir hier in der Schweiz eigentlich nicht so kennen. Darum haben wir uns kein Schwierig getan zuerst. Aber wir hatten solide zwei Wochen und mit denen müssen wir zufrieden sein. Und die Saison geht eigentlich wirklich noch lange. Und der WM selber, was ist dort das, was ihr mitnehmen könnt für die Schweizer Meisterschaft? Die Renndauer. Also ja, konditionell, weil die Rennen gerade länger sind. Ich hoffe, wir können das hier auch übernehmen. Da wird viel Ausdauer brauchen. Die wünsche ich euch einen tollen Renntag. Danke. Merci. Nach dem Zeitraining Swiss MX Women Cup dürfte die Schnellste begrüssen. Sie bei ihrem Heimrennen, Sandra Keller. Wie ist es gelaufen? Ja, es ist sehr gut gelaufen. Es hat mich auch wirklich erstaunlicherweise sehr gut gefühlt. Ja, ich habe schön meine Runden fahren können und das Zeitraining gewonnen. Ja. Jetzt zu der Strecke selber. Es ist speziell, weil es bei dir fast zu Hause ist. Was kannst du sonst sagen zu der Strecke? Ja, das Trecken in sich ist sehr schnell. Aber es wird sicher wieder viele Rillen und Löcher gehen wie gestern. Was erwartest du vom heutigen Tag oder was sind deine Ziele? Ja, meine Ziele sind sicher ein wenig locker bleiben, wie es dort ist. Und ja, nicht umgehen und gewinnen. Also dementsprechend bist du zusätzlich angespannt heute, weil doch sehr viele Leute von dir kommen werden. Ja, es ist schon etwas anders zu Hause. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für den heutigen Tag. Geniesse deinen Tag und ganz tolle Resultate. Danke vielmals. Nach dem Zeitraining der Pro Racer Rieder für den Schnellsten bei mir begrüssen. Brucki, wie ist es da gelaufen? Ja, erstaunlich gut. Es ist schlussendlich 2,6 Sekunden auf das Zweite. Es hat sich eigentlich nicht so angefühlt. Ich hatte schon eine Runde, die wirklich die ganze Runde hat recht gut zusammengepasst. Jede Kurve hat gepasst. Aber dass es noch gerade so viel ist, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, in den Läufen sehen wir es dann, wie es wirklich ist. Bist du dem Rucki einfach an Feier oder hast du doch eine Linie gefunden, die die anderen noch nicht entdeckt haben? Ja, ich sage, das Selbstvertrauen ist schon recht hoch. Jetzt noch Frauenfeld-Umpire. Ja, ich will es jetzt auch nicht übertreiben oder so. Aber fühle mich gut. Fühle mich auch recht fit eigentlich. Und ja, bin ready. Du sagst, du hast sehr gute Resultate schon einfahren, das Gita selbstvertrauen. Was ist jetzt das Ziel für den heutigen Tag? Wo willst du am Schluss stehen? Ja, klar, der Tonus ist hier. Und ich bin jetzt eigentlich in Frauenfeld, so wie in Bayern. Da war ich eigentlich nach dem Tonus der Zweite. Also will ich jetzt den Platz übernehmen. Sehr gut. Am Schluss ganz oben. Kannst du noch etwas sagen zu der Strecke? Leid sie dir? Ja, ich glaube, über die Bahnlose, ich streite, ich finde es jetzt nicht so geil. Es ist eigentlich Vollgas hoch, Vollgas runter und oben einmal Vollgas hinter und wieder zurück. Aber ich glaube, es wird recht technisch von den Spuren und von den Löchern her und dann, ja, kommt schon gut. Geniesse deinen Tag und Vollgas. Merci vielmals. Stefan Schlegel ist der Schnellste im Zeittraining. Du hast eine super Zeit rausgefahren. Wie liefst du da? Ja, super, im selben Fall. Ja, nein, schöne Spuren gerade so vertroffen. Ein bisschen innen durch. Und ja, es hat eigentlich gut gegangen. Marce Götz, du hast ein gutes Bölsterchen zu nehmen. Am Schluss in der letzten Runde hat er doch noch eine gute rausgehauen. Wo siehst du deine Vorteile oder wo warst du noch schneller? Ja, ich hatte eigentlich in der letzten Runde ja auch noch eine schnelle Runde, da ist dann aber einer gestürzt in einer Rille, da musste ich einen abbrechen. Es wäre nochmal, ja, der Marcel fährt immer gut. Und am Rennen ist die Kondition. Dort bin ich nicht der Beste, aber mal schauen, wie es dir kommt schon gut. Ein bisschen locker fahren. Ich denke auf die Distanz raus. Jetzt stecke ich selber. Ist das etwas, was dir liegt oder wie ist dein Eindruck? Ja, also ich fahre gerne. So Rillen und Gräben, das wird noch tiefer und das kommt mir sicher noch mehr entgegen. Und jetzt zum Tagesziel von dir. Was hast du dir vorgenommen, jetzt gerade nach dem Zeittraining? Eigentlich bin ich nicht zu grossen Erwartungen hierher gekommen. Ich hatte einen leichten Trainingssturz. Ich habe mir die Hand ein bisschen verletzt, aber so habe ich jetzt nichts gespürt. Wenn ich keinen blöden Schlag kriege, dann ist das Ziel, dass ich da unter die ersten drei komme. So halt wäre schon nicht schlecht. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Hoffentlich verletzungsfrei. Genieße es vor allem und einen erfolgreichen Tag. Danke vielmal und ja. Ja. Wir sehen uns später vielleicht. Wer weiss, wer weiss. Hans-Peter Bachmann darf mit mir begrüssen. Die zweite Gruppe der Senioren. In der letzten Runde noch abgefangen worden. Zweiter Platz. Bist du zufrieden? Ja, das ist okay. Das spielt direkt nicht in den Ruge, ob er den ersten, zweiten oder dritten. Dann muss ich gleich abfahren. Das ist okay. Nicht zufrieden. Jetzt zu der Strecke selber. Was kannst du hier sagen? Liegt ihr die? Ich finde es eine gute Strecke. Es gibt viele Rillen und Löcher und es kommt auf jeden Fall die Kondition zu geltig nachher im Laufe. Du hast gesagt, am Schluss hättest du fast noch eine ganz schnelle Runde rausgehauen. Es hätte nicht sein sollen. Wie würdest du am Schluss im Rennen erfolgreich sein können? Ja, mein Ziel ist natürlich ein guter Start, weil ich auch immer ein bisschen Probleme hatte, auch mit der Sterbe. Aber dann, wenn ich einen guten Start hatte, dann war ich auf jeden Fall dabei. Und sonst bin ich eigentlich immer vom 10. oder 12. im Rennen runtergefahren und auf den zweiten oder dritten. Eigentlich immer so im Ziel gewesen. Deshalb glaube ich, Ramy. Jetzt ist das Ziel vom heutigen Tag, das Podium. Ja klar! Das Ziel ist immer das Podium. Aber es muss alles passen. Man muss sicher einen guten Start haben hier. Ich denke, ich kann es tun. Das Wetter kommt gut. Die Strecke ist parat. Willst du einen erfolgreichen Tag? Geniesse es. Merci, ja, in dem Fall auch noch ein schöner. Tschüss, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 mit dem 24 auf 12, dann der Beckinger Remo Schudl, der Hundertpilot, mit dem 34 auf 13, dann auf der Kawasaki, der Flavio Wolf mit dem Nummer 53, aus Raft, der Cyril Elsener mit dem Nummer 19 auf P15, dann der Samuel Oechslin mit dem 81 auf 16, der Fabio Artho aus Wagen mit der Stadtnummer 77 auf P17, dann der Alex Aguista Pace, Nummer 983 auf 18, Ueli Hofmann, der KTM-Fahrer aus Beinwil am See, Nummer 199 auf 19 und der Mann vom MC Wila, der Levi Suter, auf Platz 20. Let's go! Wer zieht den Holdschutt? Wer geht als erstes in die Startkurve rein? Let's go, Schwad! Oh, Ueli Hoffmann, weit vorne dabei. Aber vorne, wenn ich es richtig gesehen habe, ist ein Honda Pilot voraus, der den Hohlstand gezogen hat. Ja, KTM voraus. Ja, der Gas-Gas-Pilot ist es mit der Standnummer 37, der 30. Trainingsschnellste, Luca Brugmann, der Leiser, der das Zepter übernommen hat, vor dem Robinscheiben. Also die beiden Gas-Gas-Bodies voraus, Scheiben, der Thurgauer auf P2 mit der Nummer 65, voraus sind Markenkollege mit dem 37, Luca Brugmann, dann hinten dran, ein einzelner Mann aus dem MX-Academie Honda Team. Der Tagi Bross oder Nick Therese dürfte das gewesen sein, die Nummer habe ich noch nicht ganz erkennen können. Jedenfalls 3-Rote voraus, 2 auf Gas-Gas, P1, P2 Brugmann und der Scheiben, der jetzt aber angegriffen wird, der Robin Scheiben, vom Nick Trieste oder vom Tangi Prost. Ja, ich denke, es ist der Nick Trieste, der hier an der dritten Position aktuell ist, der hier rauskommt, dann wäre es Startnummer 90, der hier bereits einen zweiten Angriff probiert auf den Robinscheiben, jetzt in den Allianz-Waves, in den Wellensektionen. Geht er vorbei oder nicht? Und wie kommen sie oben raus? Jetzt erst einmal über den Garnaca-Karosserie-Spengler-Einsprung ab. Luca Brugmann, Startnummer 37, hat sich da bereits ein wenig Luft verschaffen. Und es ist definitiv der Nick Trieste, Startnummer 90, den wir haben auf P2, dann der Tangi Prost mit Ramon Keller im Schlepptau auf Platz 3 und 4. Dann Nikolas Behnder mit Ueli Hoffmann. Ueli Hoffmann haben wir gesehen, am Start angetönt, der ist weit vorne, der ist gut abgefahren zum Gate aus. Der KTM-Pilot aus Beinwil am See, probiert jetzt natürlich möglichst lange die Position zu halten, hat aber bereits der Mann aus Martini, den Nikolas Behnder, den Husqvarna-Pilot, muss er vorbeigehen lassen. Und der Behnder jetzt auf der Verfolgung vom Zürcher Weilländer Champion aus dem letzten Jahr in dieser Pro-Race-Serie mit der Startnummer 17 an Ramon Keller. Ja, vorgehend Bostab vom Luca Brugmann, der Trainingsschnellste, probiert sich jetzt möglichst schnell abzusetzen vom Nick Trieste. Nick Trieste, der ja lange verletzt war, letzte Saison, oder Mitte letzte Saison, am Pfingstmotorgrosse in Muri sich eine schwere Verletzung am Bein zugezogen. Und die hätten dann nicht recht verheilen können oder hätten nicht recht verheilt, hat über den Winter noch mal unter das Messer und kommt jetzt langsam mit jedem Rennen wieder besser zurück und ist bereits am Scheiben vorbei und am Brugmann hinten dran. Auch der Prost am Scheiben vorbei. Wo ist der Scheiben? Das habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Der Scheiben ist nicht mehr unter den Top 4, Top 5. Da fehlt der zweite Kasskasspilot. Nein, er ist noch da. Jetzt haben wir ihn gesehen. Ja, der Brugmann ist schon der Weg weit abgefahren. Ich habe bereits gemeint, es sei den Spitzenkampf. Aber es ist Position 2, wo der Scheiben sich weiterhin sensationell verteidigt gegenüber dem Nick Triest. Der Brugmann kann natürlich da durch den Zweikampf zwischen Scheiben und Triest profitieren und kann sich da Luft lösen. Ein starkes Rennen von Robin Scheiben hier in den ersten zwei Runden. Er macht einen riesen, riesen Pace. Er kann Nick Triest hier in Schach halten. Brugmann, Vorsprung gegenüber dem Robin Scheiben auf P2 fahrend. Doch bereits knappe vier Sekunden und der Scheiben muss sich auch jetzt in den Lineerkurven wieder wehren gegenüber dem Nick Triest. Nick Triest probiert jetzt aussenrum einen Angriff. Oh, in der Mittelende Auffahrt die beiden Piloten, die hier um den zweiten Platz kämpfen und es macht fast anscheinend, als auch der zweite Pilot aus dem MX Academy Team der dort diese Lücke kann schliessen oder der kann herfahren als Duo mit dem Scheiben und dem Nick Triest. Und zwar der Tanguy, Prost! Ja, fünf Sekunden bei der letzten Zildurfahr bereits ein Vorsprung von Luca Brugmann. Wenn sich natürlich der Scheiben und Nick Triest bekämpfen und jeweils immer wieder die Ideallinie wechselt, kostet das natürlich Zeit gegenüber dem Leader. Und der profitiert natürlich auch und kann schon recht ein beachtlicher, vom Auge her gut erkennbaren Vorsprung herlegen. Also Startnummer 37. Der Gaskaspilot aus Leiss fährt hier richtig, richtig weg. Der Trainingsschnellste in 2,6 Sekunden. Im Qualifying schneller können fahren gegenüber dem zweiplazierten, dem Quali, der Nick Triest. der jetzt in dem Moment über die Allianz Waves am Scheiben hätte vorbeifahren können. Aber der Robin Scheiben probiert nochmal das Konter. Ein riesen Satz oben oben vom Robin Scheiben. Gelingt ihm aber nicht er jetzt an, im MX Academy Honda Sandwich rein, den Gaskaspilot auszusaugen. 2, Platz 2 für den Nick Triest Nummer 90. Dann Robin Scheiben 65 und mit dem 193, der Mann aus Frankreich, der Tanguy Prost. Die Fahrer bereits in der Garage Elsner Knickkurve rein. Und hinten dran kommt der Ramon Keller. Das, was wir vorhin gesagt haben, wo sich es in der Mittellend-Auffahrt befunden haben, ist eingetroffen. Der Tanguy Prost hätte aufschliessen zu den beiden Piloten, Nick Triest und Robin Scheiben. Der Tanguy Prost will natürlich jetzt probieren, dass er so schnell wie möglich am Nick Triest wieder ans Hinterrad herkommt. Er ja von den 3 erstplatzierten in der Meisterschaft einen Vorsprung. 2,3 Töfflängen sind es doch, ohne Vorsprung hängt gegenüber dem MX Academy Team von den beiden Fahrern von Tanguy Prost und Nick Triest. Vorteil aber immer noch auf Seite von Nick Triest in diesem Duo auf Platz 3 und 4 fahren. Tanguy Prost, oh jetzt ein Prost am Triest vorbei. Der Tanguy Prost über die Allianz-Wub, sie können vorbei fahren am Nick Triest. Startnummer 90 verliert einen Platz. Und der aktuelle Meisterschaftsleider ist neu auf Platz 3 unterwegs, der Mann aus Frankreich mit der Startnummer 193 auf der Verfolgung von Ramon Keller. Naja, jetzt sind wir gespannt. Kann der Tanguy Prost, der vorhin wahrscheinlich fast ein bisschen schneller war, und das ist wie Nick Triest, wie der Belgier. Jetzt hat er ihn packen können. Kann er die Lücke? Ist eine kleine Lücke gegenüber dem Ramoni. Knappe 1,3 Sekunden bei der letzten Zieldurchfahrt. Das ist im Motocross-Sport schnell weg. Ein Fehler vom Ramoni, einmal schnell hängen bleiben. Und dann ist die 1,3 Sekunden weg. Die Frage ist, kann der Tanguy Prost die kleine, kleine, kleine Hypotheke, die er da hat, wegfahren? Und sich lösen vom Nick Triest oder schafft der Nick Triest als aktuell vierplatzierten mit der Startnummer 90 der Change wieder der Return und kann sich da nochmal am Prost vorbeischnitzen. Vorhin der Brugmann, der Bout aus, 17 Sekunden bereits gewesen, bei der letzten Zieldurchfahrt. Der Brugmann richtig gut in Form aktuell. In Wohle bereits am Saisonauftakt, der Luca Brugmann, Betläufe lang, lang angeführt, dann jeweils müssen in der Schlussphase ein bisschen seinem hohen Speed Tribut zahlen und das Tempo rausnehmen. Und ist dann aber immer besser in Form gekommen, auch konditionell. Fahrerisch war ja eh nie ein Problem gewesen. Definitiv nicht. Er hat seinen alten Speed wieder gefunden. Und mittlerweile auch letzte Wochenende am Saisonauftakt der FMS in Bayern hervorragend gelaufen für Luca Brugmann, den Gas-Gas-Pilot-Ausleiss. Oh, jetzt ist die Lücke zu, zwischen dem Brost und Ramon Keller. Über die Zielgeraden jetzt, 17 und 193, da geht es um P2, die jetzt hier bei den Salzgeber-Apparatenbau Woops sich befindet. Ramon Keller, Tangi, Prost! Nigtriess musste den Gsilian Ramella vorbeilassen. Der Gsilian Ramella, der hat ja riesen Schritt gemacht. Aus den Top 10, voran füllen auf 6. Dann vorbei an Nicolas Behnder, der sich in der Zwischenzeit zurückkehren lassen. Nicolas Behnder nicht mehr auf 6, sondern auf 8. Da hatte er sicher einen Zwischenfall. Und der Tangi, Prost! liegt am Boden unten. Der Tangi, Prost! Und der Gsilian Ramella, wo er noch etwas durchschnaufen muss. Zuerst von Gsilian Ramella. Gsilian Ramella, in der Auffahrt Richtung Teens, Jeans und Schuelsprung hoch. Ein Neuführer gefahren an die dritte Position jetzt. Natürlich nach dem Sturz vom Tangi, Prost! Können profitieren, ganz klar der Tangi, Prost! Wenn er aufsteht und weiterfährt. Zuerst muss man mal eine, zwei Kurven wieder den Puls oben runterbringen. Wieder ein wenig in den Rhythmus kommen. Und der Ramella ist bereits auf gleicher Höhe gewesen. Und so kann er vorbeiziehen und ist neu bereits an der dritten Position und probiert jetzt natürlich die Lücke gegen den Ramon Keller zuzumachen. Der Tangi, Prost! Wie gesagt, respektive der Gsilian Ramella. Der kommt von hinter der Top 10 her aus der Startrunde. Und hat jetzt da vom Platz 6 innerhalb von zwei Runden noch mal drei Plätze gut machen und ist wie gesagt bereits auf P3 unterwegs. Wir schauen mal die Rundenzeiten an vom Gsilian Ramella. Ja, der fährt sogar letzte Runde knappe zwei Sekunden schneller als der aktuelle Leader mit der Startnummer 37 der Luca Bruggemann. Da haben wir den Ramella jetzt. Der Mann mit der Startnummer 27 mit dem schwarzen rot-gelen Schürt. Er aktuell der schnellste Mann im Feld. Auch in dieser Runde hätte er wieder gute Sekunden schneller fahren weder aktuelle Spitzen weiter. Und der Gsilian Ramella macht die Lücke gegenüber dem auf P2 fahrenden Ramon Keller immer kleiner. Ramella jetzt in der SOM-Kurve. 8. Alessandro Contessi und Nicola Spender rausgefallen zu dem, ja nicht ganz, gerade noch 10. Platz aber nur einen Platz verloren. Nicola Spender der Husqvarna Pilot mit der Startnummer 110. hat da müssen Thomas Oechslin und auch Alessandro Contessi den Tessiner Kawasaki Pilot verweilen. Und der Thomas Oechslin auch nur ganz, ganz knapp hinter dem Contessi dran. Auch da gibt es sicher Brisanz um den 7. 8. 9. Platz von den Piloten. Aber auch Nicola Spender würde ich dort nur nicht abschreiben. in der zweiten Rennhälfte nochmals ein Bricket zusetzen. Wenn ich auf die Tour schaue, haben wir ja nur noch 5 Minuten. Also da ist richtig schnell rumgegangen Zeit. Hier haben wir Ramon Keller auf P2. Dann der Silian Ramella. Ja, der hat Ramon Keller bereits in sich tweetet. Stand Nummer 2, 37. Der Mann aus dem Welschland. Ja, auch über den Winter oder vorletzten Winter definitiv in Amerika unterwegs sind. in der Supercross-Szene. Dort können sie bei der MX-2-Klasse fahren und auch sie können für die Main-Events im Supercross zum Teil qualifizieren. Jetzt richtig bündig unterwegs. Der Ramella fährt auch in der letzten Runde in 3 Sekunden schneller als der aktuelle Spitzenreiter Luca Bruckmann. Beim Bruckmann ist klar, der hat einen grossen Vorsprung über den 3-platzierten Ramella sind es bereits 24 Sekunden. Das kann er verwalten. Aber der Ramon Keller dort wird der Abstand immer immer kleiner. Es waren nur noch sechs Sekunden bei der letzten Ziel-Durchfahrt. Der Unterschied zwischen Ramon Keller und dem aktuell auf P3 fahrenden Silian Ramella. und dann um den Platz 7, 8, 9 und 10 hat es Veränderungen gegeben. Wir haben den Nikolas Behnder und Thomas Oechslin vorbei. Der Behnder jetzt mit der Startnummer 110 wieder in der Top-Tennine ganz klar auf 9. Der Ramon Maile ein Platz muss hergeben. Der Contessi ist ihm da vorbeigefahren. Das Gruppetto befindet sich jetzt hinten in dieser Zwischengrade. Die vier Piloten streitig machen. Und auch langsam aufholen Richtung Robinscheiben. Knapp bei 0,5 Sekunden der Contessi nur noch hinter dem Robinscheiben, der aktuell an der ersetzten Position ist. Der Leader bereits wieder vor dem Festzelt Startnummer 37. Dann schauen wir die Gruppen einmal noch an mit dem Scheiben Contessi Maile Beender und Oechslin. Da haben wir jetzt Ramon Keller vor dem Festzelt Startnummer 17 dann der Xilian Ramella. Sechs Sekunden waren es bei der letzten Zeitmässig. Jetzt sind es noch knapp vier. 3,9 Sekunden also noch mal gut zweieinhalb Sekunden hätte Ramon gut machen können. Und das Rennen geht doch noch drei Minuten 20 plus zwei Runden. Also das dürfen sicher noch vier Runden geben. Oh, der Contessi am Scheiben vorbei. Und der Scheiben kann noch mal kontern. In der Hohlschott-Kurve von Waldvogel-Backer-Betrieb der Scheiben noch mal am Ab, respektive der Scheiben wieder am Contessi vorbei. Die beiden Piloten befinden sich jetzt in dem Elsner Knick innen. Da haben wir ein ganzes Gruppetto mit circa 5,6 Fahrern die sich dann um den Sechseplatz streitig machen. Allen voran ist es der Robin Scheiben mit dem Alessandro Contessi. Aber auch der Niklas Behner konnte sich im Zwischenfall wieder sammeln. Der Nick Trieste der grosse Verlierer in dieser Runde wird jetzt auch noch vom Thomas Söchslin eingepackt. Der Nick Trieste hat er definitiv aber jetzt wird sicher wieder seine Verletzung zurückkommen, die ihm über die lange Distanz von 25 Minuten doch sicher noch wieder die eine oder andere Schmerze ins Gesicht treiben tut und demzufolge er ein wenig Tempo wahrscheinlich muss rausnehmen. Nick Trieste auf Platz 8 zurückgefallen, Tandipros weiter in 4 Contessi Scheiben das Duo jetzt im Kampf um den 5. respektive 6. Stelle bruckemann kommt in Dogra Zielkurve überlegende Mann in diesem Lauf wenden wie die schnellere rundenzeit wird. 1.48 haben wir noch noch die dritte letzte runde aktuell Aktuell für den Leader mit der Stand Nr. 37, Ohante Keller und Ramella, schon fast im Zusammenschluss, jetzt hinter dem Festzelt, über die Salzgeber-Wupps, die Garage-Elsener-Kurve, Nr. 17 und 2, 37. Dann der Tangy Brosser relativ allein unterwegs und jetzt kommt das Gruppetto, oh, der Scheiben verliert zwei Plätze, Contessi neu auf 5, dann Nikolas Bender, Robin Scheiben, dann Töchselin Brothers, der sich balgt, Töchselin Brothers vorbei, ebenfalls am 2.24, der Ramo Meile, aber seinerseits Nik Trieste hätte überholen können, also Nik Trieste nicht mehr unter den Top 10 hinein, Nik Trieste musste das Tempo verlangsamen, in der Schlussphase, in dem zweiten Teil des ersten Laufs, das Tempo verlangsamen, rausnehmen und ist da zu den Top 10 rausgefallen, nachdem er lange in der Anfangsphase noch P2 unterwegs war, die ist Samuel Löchselin mit dem Thomas auf 8 und 9, Robin Scheiben 7, Ramo Meile 10, Cyril Elsener 11, Joel Elsener ebenfalls am Trieste vorbei, also beide Elsener Brothers aus Rafts am Nik Trieste vorbei, auch der Flavio Wolf konnte vorbeifahren, der Flavio Wolf, die Startnummer 53, jetzt auf Platz 13. Naja, zweitletzte Runde jetzt, in Angriff genommen, in dem Moment, Zeit abgelaufen, zweitletzte Runde jetzt für den Leader, genau um 2 Sekunden hat er die Zeit überschritten, das heisst, zweitletzte Runde jetzt, der Ramon Keller würde, ah, hat den Platz aber schon verloren an Silian Ramella, Silian Ramella jetzt auf P2 als erster Verfolger vom Luca Brugmann. Der Ramella, aber diese Lücke würde ganz sicher nicht mehr zufahren können, auch wenn er in der letzten Runde wieder 2 Sekunden schneller fahren konnte, sind es doch immer noch 14 Sekunden der Rückstand vom auf P2-Fahrenden, drittschnellst aus dem Qualifying am Silian Ramella mit der Startnummer 243. P3 für der Ramon Keller, der letztjährige Champion mit der Startnummer 17. Gegenhine kann da beim Ramoni nicht mehr viel runterrennen, der Tanti, Prost nach seinem Zwischenfall, nicht mehr ganz in die Speed hineinkommen, den er in den Anfangsrennen gebaut hat, muss jetzt sogar schauen, dass er da nicht noch den Alessandro Contessi kommt. Da haben wir jetzt in der Midland-Auffahrt, in der SHM-Kurve, Richtung Deans, Jeans und Schuhe Sprung, mit dem 193, der vierplatzierte Tanti, Prost, dann auf der Kawasaki, Alessandro Contessi, dann der Nikolas Pender auf der Husqvarna, Schand Nr. 110, so wie der Samu Oechslin, mit dem 81, aktuell auf 7, nennt er Thomas Oechslin, 8, Robin Scheiben, auf 9, hat die Oechslin-Brüder es ebenfalls ziehen lassen und auf PC den Mann mit der Husqvarna aus dem Rheital mit der Startnummer 224, der Ramon Maile. Der Spitzerreiter kommt nur ab, über den Gornatsocorassurie Spenglerei aus Turbentalsprung und ist da bereits jetzt eingangs letzte Runde für Startnummer 37, wo da ein fabelhaftes Rennen fährt und der zweitplatzierte ebenfalls jetzt hier in der Togra-Zielkurve, der mit den schnellsten Laptimes in diesem Lauf, der Fahrer mit der Schand Nr. 237, der Gsilian Ramella. Ja, best Laptime, nicht der Ramella, sondern der Brugmann, Anfangsrennen können fahren, mit einer 1,50er Runde, jetzt aber bereits die Rundenzeiten beim knappen 2-Minuten-Bereich von der Spitze, der da ein bisschen zurückgeschreckt hat. Oh, der Nikolas Behnder am Hinterrad dran vom Alessandro Contessi eingangs erste, letzte Runde. Da ist nun ins letzte Wort gesprochen, um den fünften Platz vom Alessandro Contessi. Und auch der Tanguy Prost muss sich jetzt wehren, da haben wir die drei in der Linerkurve rein, let's go! Prost, 193, Contessi, 9, 49 und der Beender mit dem 110. Oh, der Prost, weniger Schwung wie der Contessi, Richtung Dienst, Jeans und Schuh Sprung. Ist er vorbei, der Contessi, ich vermute es, er hat die Nase in die Voren gehabt. Von hier unten, die Ausgangskurve nicht mehr gesehen, aber ich vermute, der Contessi hat den Nase in die Voren gehabt, gegenüber dem Tanguy Prost. Ja, und der Leader jetzt bereits das letzte Mal über die Allianz-Woop siehe, über die Waves. Und kommt jetzt in wenigen Momente an, runterzufliegen, Richtung Zielkurve, Dogra-Kurve. Und dann können wir einen fetten Applaus geben da, am Dominator von dem ersten Heat Moto One, mit der Nummer 37, let's go, Gratulation, an Luca Bruckmann. Und der Mann, der hinter den Top 10 führte, ist auf P2, ein Riesenapplaus für den Gsilian, Ramella. Und auf Platz 3, Ramoni, Ramon Keller, Schar Nummer 17. Und jetzt wird es interessant um den vierten Platz, Tanguy Prost. Oh, hätte sich können nochmal durchsetzen, oh, der Contessi verliere noch den Platz in der Abfahrt gegenüber dem Nikolas Behinder. Prost auf vier, Nikolas Behinder wieder auf fünf, nachdem er einmal bis auf den zehnten Platz hinteren gerugelt ist, Nikolas Behinder, fünf, Alessandra Contessi, sechs, Samuel Oechslin, auf sieben, Thomas Oechslin, Hammer auf acht, dann der Robin Scheiben mit der Startnummer 65, der Holschotter zusammen mit dem Luca Bruckmann, der Gaskaspilot auf Sulgen auf neun und der Ramon Meili macht Top 10 voll, den Mann aus dem Rheital auf Platz 10. Ja, Schlatt, wie hat euch das Rennen gefallen? Macht einmal ein bisschen Applaus, let's go! Jawohl, danke vielmals. Ja, und der zweite Lauf von dieser Kategorie Pro Race, der würde ganz sicher nicht weniger spektakulär werden. 16 in 15. Der zweite Lauf nach der kurzen, die vier Pausen, würde dann der sein, 16 in 15. Pro Race, der Lauf Nummer zwei, wiederum angesetzt über 25 Minuten und zwei Runden. üssi Kälte, also bei der Krise Gradゆ caricativen Bausen, Untertitelung. BR 2018 Hans-Peter Bachmann darf mit mir begrüssen. Die zweite Gruppe der Senioren. In der letzten Runde noch abgefangen worden. Zweiter Platz. Bist du zufrieden? Ja, das ist okay. Das spielt direkt wie in den Rügel. Erster, zweiter oder dritter. Nach dem Ungernstaufbreich abfahren. Das ist okay. Nicht zufrieden. Jetzt zu der Strecke selber. Was kannst du da sagen? Leidt ihr die? Ich finde es eine gute Strecke. Es gibt viele Rillen und Löcher. Und es kommt auf jeden Fall die Kondition zur Geltung nachher. Du hast gesagt, am Schluss hättest du fast noch eine ganz schnelle Runde rausgehauen. Es hätte nicht sollen sein. Wie würdest du am Schluss im Rennen erfolgreich sein können? Ja, mein Ziel ist natürlich ein guter Start. Weil ich auch immer ein paar Probleme gehabt habe. Auch mit der Sterbe. Aber dann, wenn ich einen guten Start gehabt habe, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Und sonst bin ich eigentlich immer so vom 10. bis 12. bis 25. gefahren, auf den 2. bis 3. Eigentlich immer so im Ziel gewesen. Darum glaube ich, Armi. Jetzt ist dein Ziel vom heutigen Tag das Podium. Ja klar, das Ziel ist immer das Podium. Aber es muss alles passen. Man muss sicher einen guten Start haben hier. Aber ich denke, ich kann es machen. Das Wetter kommt gut. Die Strecke ist parat. Willst du einen erfolgreichen Tag geniessen? Ja, das ist es. Danke auch. In diesem Fall auch noch. Ich habe auch noch einen schönen Tag. Tschüss. Stefan Schlegel, du hast den schnellsten im Zeittraining. Du hast eine super Zeit rausgefahren. Wie liefst du dir? Ja, super am selben Fall. Ja, ich habe eine schöne Spure gerade so vertroffen. Ein bisschen innen durch. Und ja, es ist eigentlich gut gegangen. Marcel Götz, du hast ein gutes Pösterchen zu nehmen. Am Schluss in der letzten Runde hat er doch noch mal eine gute rausgehauen. Wo siehst du deine Vorteile oder wo bist du noch schneller gewesen? Ich hatte eigentlich in der letzten Runde auch noch mal eine schnellere. Es ist dann aber einer gestürzt in einer Rille. Ich musste ihn abbrechen. Es wäre noch mal, ja. Marcel fährt immer gut. Am Rennen ist die Kondition. Dort bin ich nicht gleich der Beste. Aber mal schauen, wie es dir kommt schon gut. Ein bisschen locker fahren. Ich denke auf die Distanz raus. Jetzt stecke ich selber. Ist das etwas, was dir liegt? Oder wie ist dein Eindruck? Ja, also ich fahre gerne. So Rillen und Gräben, das wird noch tiefer. Und das kommt mir sicher noch mehr entgegen. Und jetzt zum Tagesziel von dir. Ja, was hast du dir vorgenommen, jetzt gerade nach dem Zeitraining? Eigentlich bin ich nicht zu grossen Erwartungen hierher gekommen. Ich hatte einen leichten Trainingssturz. Ich habe mir die Hand ein bisschen verletzt. Aber so habe ich jetzt nichts gespürt. Wenn ich keinen blöden Schlag kriege, dann ist das Ziel, dass ich da unter die ersten drei komme. So halt wäre schon nicht schlecht. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Hoffentlich verletzungsfrei. Geniesse es vor allem. Und einen erfolgreichen Tag. Danke vielmals. Und ja. Wir sehen uns später vielleicht. Wer weiss. Wer weiss. Wer weiss. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist der Schweizerische Auto- und Motorradfahrerverband mit familiärem Charakter. Als Mitglied profitierst du, ob jung oder alt, von vielen Aktivitäten, Dienstleistungen und Partnervorteilen. Überzeuge dich selber unter s-a-m.ch. Wir freuen uns auf dich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir freuen uns auf dich! 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 an das Ende des Feldes. Der Riesenpech natürlich für den ehemaligen Leader, der quasi den Holschott gezogen hat und sich jetzt auf der anderen Seite des Lauffeldes präsentieren muss. Neu jetzt in die Tripppositionen vorgefahren, der Motorradmechaniker aus Braunfeld, Andreas Eglisch, an Nummer 6, 96, auf P3 jetzt unterwegs, er vorbei am Enrico Tierbach, am Wehringer, können in dieser Runde vorbeifahren und findet sich neu hier als erster Verfolger vom auf Platz 2 fahrenden MC Bila-Pilot mit der Startnummer 23, am Jürg Loieberger, der immer noch auf der Verfolgung ist, aber da ein bisschen Meter musste, gegenüber dem aktuellen Leader, der hier oben runterkommt, Richtung Togra-Zielkurve, am Kawasaki-Pilot mit der Startnummer 98, am Patrick Bollhalder. Bollhalder vorbei, in grün unterwegs, dann der Jürg Loieberger, in weiss, mit weiss-blau, kann man sagen, unterwegs, dann der Andreas Edli, der hier der Profiteur war, oder der Sieger der letzten Runde, kann man sagen, er hätte da Platz gut machen können, neu auf Platz 3 fahren, dann der Triko Tierbach auf 4, dann der Friedl Keller auf 5, der ebenfalls einen Platz gut machen konnte, der Friedolin Keller mit Daniel Büttler zusammen. Ja, Daniel Büttler vorbei natürlich, Friedl Keller neu auf 5, Daniel Büttler den Fahrer aus Muri, ein Platz hergeben, gegenüber dem Friedolin Keller. Ja, die Rundenzeiten von der Spitze in dieser Kategorie haben wir bei Runde 1, ja, respektive 2, 31, wo da die beste Lab-Kaim ist, vom aktuellen Leader, von Patrick Bollhalder. Da ist dann doch ein beachtlicher Unterscheid natürlich, gegenüber der Pro-Racerie, die da um die 1,50er Zeit gefahren hat, die schnellste Rundenzeit, die dort Luca Brugmann fahren konnte. Aber klar, die sind natürlich auch grösserordnig 30 Jahre älter. Aber natürlich, der Unterschied muss ja natürlich ganz klar auch ersichtlich sein. Und darum, demzufolge weiterhin Spitzenum verändern, Bollhalder, Leuenberger, Egli, Tierbach und Friedolin Keller mit der Stahl Nummer 2, aktuell auf Platz 5, da unterwegs. haben wir so einge 따라 nutzen. Und darum heißt es, Gute 5 Minuten haben wir noch, als es gegangen sind, hier in diesem Lauf von den Senioren, 4 Minuten 40 plus eine Runde, die sie noch absolvieren müssen. Dann haben sie hier ihr Pensum von diesem ersten Lauf ebenfalls erreicht worden. Und Andreas Segli jetzt vorbei am Jürgen Leuenberger. Letzte Runde der Egli noch gute 3 Sekunden Rückstand gegenüber dem Lokalmatador, der für den Ziviler unterwegs ist, Star Nummer 23. Andreas Segli, der Frauenfelder, jetzt Star Nummer 6,96 für den Yamaha Pilot, neu auf Platz 2. Auch diese Rundenzeiten probieren wir dann natürlich mal ein wenig zu vergleichen. Jetzt kann der Andreas Segli gegenüber dem aktuellen Leader, der sich jetzt in dieser Mittellendauffahrt befindet, der Kawasaki-Fahrer mit der Star Nummer 98, Teddy Bohrhalder. Kann er sich da den Abstand verkleinern gegenüber dem Leader oder würde er gleich bleiben, konstant bleiben? 10 Sekunden sind es bei der letzten Durchfahrt, der Vorsprung von Patrick Bohrhalder gegenüber dem zweitplatzierten Andreas Segli. Ich bin jetzt jetzt im oberen hinteren Pistebereich, wo es nicht ersichtlich sind. Wir haben aber weiterhin an vierten Position den Enrico Tierbach und den Friedl Keller auf Platz 5, also die ersten 5 Positionen eigentlich unverändert. Ausser den Change, den es gegeben hat, dort bei der Position mit dem Andreas Segli und dem Jürgen Leuenberger. ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Andreas Egli mit der schnellsten Rennrunde im letzten Durchgang hätte doch 1,2 Sekunden gut machen können gegenüber dem aktuellen Leader und jetzt ist die Spitze, der Patrick Bollhalder-Beleitz in dieser zweitletzten Runde angelangt wir gehen hier in die Schlussphase definitiv von diesem ersten Lauf der Kategorie Senioren-Race ja und knapp könnte es werden bei Menrico Tierbach der Rolf Bill vorbei dem Friedolin Keller der Friedolin Keller verliert hier einen Platz und auch Menrico Tierbach sein vierter Platz der ist noch nicht ganz in den Stein gemeiselt da würde ich jetzt noch nicht unterschreiben dafür Jürg Leuenberger, er allein unterwegs in der dritten Position gegen Führer kann er nichts mehr machen da ist ihm definitiv Andreas Egli weggefahren und gegen hinten hat er nicht viel zu befürchten da hat er doch auch einen beachtlichen Vorsprung und jetzt sehen wir das Überhol-Manöver von Menrico Tierbach der hier einen Platz verliert gegenüber dem Rolf Bill also die Startnummer 164 der Pilot im roten Kombi der jetzt über den Dienst-Jeans-and-Schuh-Sprung durchgegumpet hat einen Platz gut gemacht und ist jetzt am Behringer vorbei und neu aktuell an vierter Position in diesem Feld unterwegs starke zweite Rennhälfte ganz klar vom Auszug vom Rolf Bill am Friedolin Keller vorbei in der letzten Runde und auch in dieser Runde nochmal einen Platz können gut machen und vorbei am Enrico Tierbach in wenigen Momenten warten wir die Spitze jetzt in die zweitletzte Runde den Mann auf dem Kawasaki oder hat es da bereits einen Wechsel gegeben ich vermute der Andreas Egli ist da bereits vorbei wenn ich das richtig sehe jawoll der Andreas Egli in der zweitletzten Runde was für eine Runde da vom Frauenfelder vorbei am Pettibollhalder der das Rennen quasi ab der zweiten Runde angeführt hat ja, fünf Sekunden schneller gewesen der Andreas Egli der Frauenfelder Yamaha Mechaniker der sein Produkt zu diesem Sieg könnte führen wenn noch alles gut ausgeht jetzt in den nächsten gut zweieinhalb Minuten für ihn statt Nummer 696 ja was für eine zweite Rennhälfte vom Frauenfelder was sich da kann absetzen jetzt sogar in der letzten Runde gegenüber dem ehemaligen Leader auf der Kawasaki mit der Startnummer 98 an Patrick Pohlhalder wie sieht es aus beim Jürg Leuenberger kommt ihm der Rolf Bill näher ich vermute es nicht ja der Rolf Bill jetzt in der Elsner Kurve in dem Knick die Startnummer 164 und der Leuenberger bereits in der Auffahrt von der Mittellend Richtung Deans Jeans und Schu Sprung und da dürfte nichts mehr anbrennen in der letzten Runde zwischen dem Platz 3 respektive Platz 4 den Leader erwarten wir jetzt einen wenigen Augenblicke da bei uns im Ziel ist in der Anfahrt Richtung Allianz Waves diesen Wellen im Hinterteil der Piste gegenüber der Box dort haben wir den Andréa Segli wo den Lauf zu seinen Gunschen entscheiden den Vorsprung hat er jetzt doch definitiv schon einige Meter ausbauen ausbauen und ausbauen ausbauen Und der Leader bereits über die Seillinie hin, Andreas Seglig, Günther Lauf vor Patrick Bollhalder, herzliche Gratulation an Frauenfelder und für den Zewila ebenfalls auf Podest-Kurs Unterwegs der Mann mit der Startnummer 23, der der dritte Laufplatz holt, der Jürg Leuenberger Rolf Will auf 4, dann Enrico Tierbach, Fridolin Keller, Martin Rohrer, Andi Lager auf 8, Marco Liske Er finischt das Rennen an der 9. Position und der 10. Platz in dem ersten Lauf von der Kategorie Senioren Der geht an die Startnummer 228 an Hetlinger, an Florian Walter Ja, dringende Aufrufe an die Zuschauerinnen und Zuschauer habe ich Einige Fahrzeuge stehen unten dran am Fahrerlager im hinteren Teil hier hinter dem Spiekerturm in diesem Fahrerlagerbereich, dort hat es ein Kieswegli und dort steht die Autos drauf und der Kieswegli muss frei sein und bitte die Fahrer, sämtliche Fahrer, die dort dem Kieswegli im fest, respektive im Fahrerlager hinter dem Fahrerlager stehen umparkieren und dann habe ich noch eine Meldung an einen Fahrer mit einem Jeep ZH543 721, der steht im oberen Zuschauerparkplatz, dort im Waldteil oben und sage und schreibe, der Jeep läuft immer noch. Der Motor, der Jeep läuft, ist niemand rum. Bitte das Auto unbedingt abstellen, er muss ja nicht die Festklempfer lassen, er soll noch Wurst und ein Bier trinken, aber unbedingt den Jeep abstellen, ZH534 721. Am Nummernschild steht einfach Müllmann Winterthur. Müllmann. Bühlmann, ah Bühlmann Winterthur steht auf dem Nummernschild, der Jeep von der Garage Bühlmann nehme ich an, ZH543 721 unbedingt sein Auto abstellen, weil wenn er dann keinen Mast mehr hat, dann läuft er dann da von Schlatt nach Hause, geht alles bergab, aber ist dann wirklich noch eine Strecke. Ja, beim Starrgarten bereit, die nächste Klasse von der Senior und zwar wird es jetzt nochmal ein paar Sekunden schneller, wenn er dann wird, ganz klar, und zwar haben wir aus jeweiligen Qualifikationstraining heraus die jeweils 15 schnellsten Piloten aus beiden Gruppen, die wir jetzt hier in die Expert-Kategorie zusammen ingetan haben und auch die Fahrer aus dieser Kategorie absolvieren ihren Rennlauf über 15 Minuten und eine Runde. Im Programmheft drin, seit der 60 bis 63 findet ihr die Angaben zu der Kategorie aus der Senioren Open. Die Kategorie und Pokal gesponsoren wird in dieser Klasse das Vogelwirr-Landmaschinen-AG in Messiken. Musik 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 aufrollen, aber vorhin der Spitze macht die klar mit Nummer 54 auf der KTM der Mann aus Guntershausen, ganz aus der Nähe, Marcel Götz steht Nummer 54, er ist ja für den MC Vila unterwegs, wenn ich da richtig informiert bin. Marcel Götz führt das Rennen an, vor dem Michi Scheiben, steht Nummer 165, der Kawasaki Pilot hier auf Platz 2 unterwegs. Ja, Qualifying, Gunner, Stefan Schlegel, zusammen mit Michael Scheiben, das die beiden Sieger aus ihrer Gruppe, der Scheiben ist da ganz vorne dabei, habe ich gesehen auf P2, Stefan Schlegel, glaube ich, ist da nicht unter den ersten 4-5 Piloten, ich sehe da in der dritten Position der Riffel, dann Alfeo Bottesi, wenn es mir recht ist, etwa auf Platz 4, dann Hans-Peter Bachmann und Lukas Bischoff, das sind da die Fahrer, die ich da mal mehr oder weniger erkennen konnte, den Stefan Schlegel habe ich da noch nicht rausfiltern können, aber er würde dann, ja, eventuell hätte er sich da auch in dem Stargate-Rangel befunden, was dort passiert ist. Oh, der Riffel jetzt mit einem Fehler, nach der Allianz Wave Siege, kostet in einem Platz, da ist ihm die Pothesi vorbei, wenn ich das richtig gesehen habe, dann, jedenfalls der Riffel auf P4, hat seinen Platz jetzt aber wieder gut gemacht, da über den Karnazza-Doppelsprung durchab, über den Backup-Sprung, wir haben den Götz, dann den Scheiben, Riffel, ja, da haben wir den Schlegel, mit dem 53, ja, der ist voll dabei, Stefan Schlegel voll in der Gruppe dabei, als Viertplatzierter, circa im Zweikampf jetzt mit dem Patrick Riffel, der Stefan Schlegel einmal, Feo Bote, sind bereits vorbei, und in dem Moment auch dem Patrick Riffel vorbei, also der Trainingsschnellest aus der ersten Gruppe vom heutigen Qualifying, dann die Startnummer 53, jetzt voll auf, auf, volle Jagd, richtigen den beiden führenden Piloten, am Marcel Götz und am Michi Scheiben. Dann der Riffel auf 4, Pothesi 5, dann der Basil Probst auf 6, Lukas Bischof auf 7, Hans-Peter Bachmann, der nicht unter den Top 10 hinein, aus dem Zachmann-KTM-Team, jetzt über den Dienst Jeans & Schuh-Sprung darauf, dort haben wir die Nummer 9 gesehen, wo hat er sich eingebunden, oder eingefunden, naja, Platz 12, 13 dürfte das sein, für Hans-Peter Bachmann, der als Trainingsvierter, Qualifyingvierter, im Totalen, doch auch sicher zu den Favoriten zählen wird, aber der Bachmann ja bekannt für seine starke Kondition, ihn haben wir schon öppet gesehen, jeweils dann gegen Rennende nochmal richtig Platz gut machen können, das ist ein Mann, der die ganze Pace, über die ganze Pace, durch sein Tempo kann, und ich gehe davon aus, da wird die Startnummer 0, der Basendinger, der Hans-Peter Bachmann, doch noch einige Platz gut machen, bis Rennende, von dem ersten Lauf, der Kategorie Seniorexperte. Scheiben, da über die Allianz-Waves, mit Meshpeit, gegenüber dem aktuellen Leader in Schwarz, Marcel Götz. Scheiben holt auf, macht jetzt das Loch zu und würde jetzt dann ziemlich sicher mal einen Angriff setzen gegenüber dem KTM-Pilot, der die Front rein hat, dem Guntheshausener, am Marcel Götz. Götz mit dem 54, dann der Scheiben mit dem Kawasaki Motorrad, dann der Schlegel mit dem Riffel, der Riffel, der probiert, den Schlegel wieder anzugreifen, Bothesi, Bischof, dann der Basil Probst, mit dem 464, der Adrian Mayer, der sich da ebenfalls in den Spitzenpositionen befindet, in diesem Lauf. Adrian Mayer, ca. 70 Position, gibt es da für ihn. Für den Pilot aus Rütti, dann der Michi Schmucki auf 9 und der Hans-Peter Bachmann bereits auf Platz 10 unterwegs. Ja, dann hätte er jetzt doch wieder einige Plätze gut machen können. Der Hans-Peter Bachmann da in der letzten Runde gegenüber der Konkurrenz. oven coast. говel los klats ebenso bis dem en ist w onte das ebenso aber ist Dinge begroy mal кос bis Lange kommt der Angriff vom Scheiben, ein weiteres Mal in die Anfahrt Richtung Allianz, Waves runter, Scheiben ist am Götz dran, definitiv, aber herfahren und überholen ist noch das andere. Da ist jetzt die Situation, wo das letzte Mal die Scheiben schon hätte besser daraus starten können, damals der Götz aber den Abstand wahren und gleich schnell über die Waves hinfahren, wie der aktuell zwei platzierte Michi Scheiben und jetzt sind wir gespannt, würde da noch wieder einen Angriff setzen, sieht nicht so aus, also da einer kann planen, in der Togra-Kurve fahren, Tapete gleich Aussenlinien, miteinander kommen zu einem Schleppdown durch, jetzt aber über den Sprung, hier über die Zielgeraden, der Scheiben ist er vorbei, ganz kurz ist er vorbei gewesen am Götz, aber der Götz dann in den Waldvogel-Baggerbetrieb-Kurven innen, nochmal können, aussen durch, auf der Aussenbahn, Mähzug mitnehmen, jetzt in der Garage Elsner-Kurve, der Scheiben vorbei. Jetzt ist es passiert, der Scheiben vorbei am Marcel Götz und wir haben den neuen Leader. Gute sieben Minuten, also knappe Rennhälfte, hat da der Marcel Götz die Spitze können behaupten, greift jetzt aber wieder an in der Steigung oder in der SAM-Kurve vor der Mittelentsteigung, dort befinden sich die Spitze, jetzt über den Dienst-Jeans und den Schuh-Sprung, aber der Scheiben immer noch nass in die Vore, also ganz, ganz knapp ist es gewesen. Der Marcel Götz ist fast mit dem Vorderrad da in der SAM-Kurve vor der Mittelentsteigung, mit dem Vorderrad neben dran gewesen, definitiv, aber die Scheiben dann auf der Aussenbahn natürlich können mehr Spiele mitnehmen und sich somit durchsetzen können. Und wie kommen sie wieder in den Sichtbereich hier? Ja, der Götz ist wieder voraus, jetzt wieder der Marcel Götz voraus, Schal Nummer 54, was für ein Duell da an der Spitze bei dem ersten Lauf jetzt von der Kategorie Seniorexperte. Ja, und zeitmässig sind wir da jetzt bei 2.15 Rundenzeiten, doch gute 16 Sekunden schneller als die schnellste Rundenzeiten, die wir voran bei der Kategorie Experten Race hatten. Ja, wie geht das Duell aus? Nächste Position wieder die sogenannten Allianz-Waves, die am L-Sektion. Scheiben wieder voraus, Scheiben wieder vorbei, in der Abremszone Richtung die SAM-Kurve vor der Waves können vorbeifahren, Marcel Götz. Also jetzt haben wir innerhalb der ersten Runde drei-, viermal, respektive viermal Positionswechsel gehabt, im Zweikampf in der Führung von diesen Piloten mit der Startnummer 165 auf dem Kawasaki, der Michi Scheiben und mit dem 54, Marcel Götz. Ah ja, der Marcel Götz bleibt dran. Der Scheiben kann sich da nicht absetzen, eine Törflänge ist es vielleicht, wo er sich da ein bisschen hätte Vorsprung raus schaffen können, aber nicht entscheidend absetzen bis jetzt da. Der Marcel Götz bleibt dran, der Scheiben kann sich definitiv keinen Fehler erlauben. Ja, der Chip der Garage Brühlmann in Winterthur, der ist immer noch hier oben am Laufen. Bitte den Fahrer des Jeeps der Garage Brühlmann, 543, 721, ZH-Kontrollschild, bitte sein Fahrzeug im oberen Zuschauerparkplatz beim Wald oben abstellen. Ja, das Duell um Platz drei immer ebenfalls noch unverändert zwischen dem Stefan Schlegel und dem Patrick Riffel. Schlegel, die beiden balgen sich da immer noch immer noch um den zweiten, dritten Platz. Der Schlegel jetzt aber mittlerweile doch können einige Meter gegenüber dem Patrick Riffel Luft verschaffen. Scheiben, Götz, Schlegel, Zeitdifferenz zwischen dem Scheiben und dem Götz, 1 Sekunde, 11 Sekunden, dann aber der Rückstand vom aktuell drittplatzierten vom Stefan Schlegel gegenüber dem auf Platz 2 fahrenden Pilot mit der Scharnummer 54 am Marcel Götz. Dann 1,2 Sekunden sind es vom Stefan Schlegel gegenüber dem Patrick Riffel, also der Riffel probiert dort die Lücke zu schliessen, dass er dort wieder zu machen kann und eventuell dann in der Schlussphase nochmal einen Angriff starten. Oh, jetzt hat der Angriff bereits gestartet. In diesem Moment in der Abfahrt vor der Togra-Ziel-Kurve der Riffel den Mann in Rot am Stefan Schlegel vorbei. Wir wollten es gerade antonen, dass er dann einen Angriff starten kann und schon ist der Mann in Rot neben dran gewesen. Wow, da hat der Riffel jetzt richtig hängen lassen. Oben, oben, über der Garnazzo-Karosserie-Spenglereisprung durchab. Auf der Anfahrt Richtung Bremszone. Ja, beim Riffel hatte man immer das Gefühl gehabt, es gibt da keine Bremszone. Der hat dort sich so vorbeizogen oder vorbeibremst oder spartbremst beim Stefan Schlegel. Da ist er quasi schassenlos gewesen. Die beiden Piloten um den Platz 3 kämpfend jetzt in der Auffahrt, in der mittelhanden Auffahrt, Richtung Dienst, Jeans & Schu-Sprung, der Riffel, der Mann in Roten Zürcher Oberländer, der Mann mit der Startnummer 53, ausgerapst, der Stefan Schlegel auf der KTM, der Mann in Weiss. Ja, wie gesagt, Schlegel vorbei. Respektive Riffel am Schlegel vorbei, Prost auf 5, äh, Prost auf 5, dann der Lukas Bischof auf 6, Hans-Peter Bachmann kommt immer weiter führer. Wir haben es angetönt in der Schlussphase, jetzt bereits dem Lukas Bischof vorbei, der Hans-Peter Bachmann bereits auf Platz 6. Und ihn haben wir ja in der Startrunde nicht unter den ersten 13 gesehen, nach etwa zwei Runden oder drei Runden haben wir ihn auf der 13. Position können zählen. Also der kommt nach dem Start etwa so 15, 16, nehme ich an, hinten führer und ist bereits jetzt auf P6 da unterwegs. Und das gute eineinhalb Minuten plus eine Runde vor dem Rennschluss. Und wo wir, schauen wir mal, wo sich da die Spitze befindet. Ja, zweitletzte Runde wird jetzt dann in Angriff genommen. Der Spitzenpilot kommt da bereits wieder. Und die Togra-Kurve, der Mann in grün, auf der Kawasaki, die Startnummer 165, der Michael Scheiben. Dann der Marcel Götz. Der Nächste, der kommt, der Mann in rot, ist der Patrick Riffel, der Startnummer 972, der da richtig fest zählt, für das Fliegen kommt, dann mit dem 53 P4 Stefan Schlegel. Dann der Probst mit dem Bachmann. Ja, da würde es ganz sicher noch einen Wechsel geben. Der Hans-Peter Bachmann, was für eine Aufholjagd vom Basendinger beneidsam Hinterrad dran vom Basil Probst. Ja, und bereits ist er vorbei. Der Hans-Peter Bachmann am Basil Probst. Neu jetzt der Bachmann auf Platz 5. Und er schmückt quasi bereits das Hinterrad, kann man sagen, vom Stefan Schlegel auf Platz 4. Stefan Schlegel auf Platz 4. Nicht mehr weit weg vom Hans-Peter Bachmann. Und da würde ich jetzt behaupten, in den 1,5 Runden, die noch zu gehen sind, von diesen beiden Piloten, würde Bachmann sicher da die Lücke schliessen. Rundenzeit vom Hans-Peter Bachmann in der letzten Runde doch gute 3 Sekunden schneller sein gegenüber dieser von Stefan Schlegel. Ja, 2,17, ja sogar 4 Sekunden. 2,17er Zeit vom Hans-Peter Bachmann und 2,21er vom Stefan Schlegel. Also der Hans-Peter Bachmann fährt aktuell die zweitschnellste Runde im Feld. Nur vorne an der Spitze mit einer 2,16er Zeit ist es Michael Scheiben, der noch schneller unterwegs ist als Hans-Peter Bachmann. Scheiben kommt jetzt durchab, würde jetzt in die letzte Runde gehen. In diesem Moment wird ihm da vom Adi Gull, vom Rennleiter, vom SOM, vom Schweizerischen Automotorradfahrerverband, die GEL-Fahnen mit einem schwarzen Kreuz zeigen, der gleich bedeutend ist wie One Lap To Go. Auch für den Marcel Götz geht es jetzt in die zweitletzte Runde. Dann der Riffel und jetzt kommt da der Bachmann, dann bereits, ja, noch nicht ganz am Hinterrad dran, Riffel durch auf 3, dann der Schlegel auf 4, Bachmann noch am Überrunden von der Startnummer 91, wo er aber bereits hätte vorbeifahren können. Das ist der Andi Steiger gewesen, der da schön Platz gemacht hat, sich da nicht einmischen um die Spitzenposition, um den Kampf um den Platz 3 und 4. Jetzt der Bachmann im Direktkampf in der Leinerkurve hinein, da geht es um den Platz 4 zwischen dem Nummer 53 am Stefan Schlegel und dem Nummer 9 am Hans-Peter Bachmann. Vorher der Riffel auch nicht so weit weg, da darf sich Eicap, auch keine Pausen erlauben, die drei Piloten in der Midland-Auffahrt. Der Bachmann von diesen drei mit dem Meisterspeed jetzt über den Dienstjeans und Schausprung hinweg. Und dann werden wir es dann sehen, wenn er in einer Konstellation das Trio auftaucht. Vorher denke ich, der drei Platzierte würde seinen Platz halten können, der Zürcher Oberländer, Hundertpilot aus Bubiken, der Patrick Riffel. Aber um den vierten Platz, dann macht der Hans-Peter Bachmann ganz, ganz sicher noch einen Angriff auf den Stefan Schlegel. Ah ja, jetzt sind sie richtig zusammengeschlossen, jetzt ist aber auch der Riffel wieder in Gefahr vom Schlegel. Der Schlegel greift den Riffel an in der Auffahrt über den Step-Up-Sprung und ist gelaufen vorbei. Der Schlegel in der letzten Runde in der Riffel überholt. Jawohl, genau so sieht es aus jetzt in der Anbremszone. Ja, der Riffel als Spätbremser bekannt in der Anbremszone Richtung Kurven vor der Allianz Waves innen. Der Riffel wieder am Schlegel vorbei bremsen. Jetzt aber noch ein überrundeter Fahrer dazu. Wer hat den Vorteil? Oh, der Schlegel wieder voraus. Die beiden Piloten kämpfen um den dritten Platz. Und jetzt in dieser Abfahrt Richtung Togra-Zielkurve nach dem Mann in Rot vor gut 5-6 Runden richtig spät in die Tise gegangen. Macht er es dasmal auch. Ja, gelingt ihm nicht. Er verliert den Platz für den Stefan Schlegel gibt es P3 für den Patrick Riffel 4 und für den Hans-Peter Bachmann gibt es den 5. Platz nach einer sensationellen Aufholjagd von circa Platz 15 hinten füren. 6. Platz dann für den Basil Probst 7. Platz Lukas Bischof 8. Platz Alfeo Pothesi 9. Michael Schmucki und der 10. Platz der geht an Frank zu finden. 8. 10. Mann 5. Ans 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 4. 2. 3. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 8. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Vielen Dank. 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 ... 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 vor dem Schweizer Holzer Team aus dem Kanton Durgau am Remo Käser zusammen mit dem Cornelio Thörig, Start Nr. 84 Und dritter Platz in der Tageswertung, denen gehört sicher auch ein Applaus für den veranstaltenden Verein Unterwechsteam Nr. 41 und zwar Fabian Hofmann, Marius Strauss Dann vierter Platz, der Nevio Käser mit dem Roli Broczke im Beboot für den zweiten Lauf Sie finischen auf vier P5, Dominik Schlinger, Daniel Indlekofer dann Roniglor, Andreas Lenherr auf P6, Markus Bühler, Armin Bühler 7 Reif Reif auf 8, Krieg Kählin auf 9 und Habertür Steck auf Platz 10 Eine weitere Spende wurde noch abgegeben Bei mir hier im Speikerturm und zwar für ein Weitererfahren aus der Pro-Race Kategorie und zwar für die Start Nr. 17 für den Mann, der für KTM Schweiz unterwegs ist für den Ramon Keller sind 200 Franken gesponsort worden vom Markus Hartmann Der Merkel hat hier 200 Franken gesponsort für den Ramon Keller Wie gesagt, Markus Hartmann gesponsort Ramon Keller kann die 200 Franken ebenfalls abholen hier bei mir im Speikerturm Weiterhin habe ich noch die 100 Franken die vom Balti gesponsort sind die zum abholen sind für den Fabio Arto und auch immer noch die 200 Franken die wir gesponsort bekommen haben für den Robin Luthi der Quadfahrer mit der Start Nr. 295 die hier je 100 Franken bekommen hat von Car Revolution und Infeld Immobilien also das Geld kann bei mir oben abgeholt werden sonst wenn es nicht abgeholt wird nehme ich es dann mit heim Nein, Spass beiseite Jedenfalls wäre ich froh wenn ihr dann die beiden Gelegenheiten kommen oder vorbeischicken Wir schauen jetzt bevor die 4. Pause oder es ist jetzt die 4. Pause es gibt noch mal eine kurze Piste Präparation Wir schauen auf bevorstehende Veranstaltungen vom SOM wir haben am 13. und 14. Mai Oberriets Motorgross und eine Woche später 20. und 21. Mai in Weifalden von dampfen 20. Mai Oberriets Motorgross 20. Mai Vordoern 20. Mai 20. Mai 21. Mai 20. Mai 20. Mai 20. Mai Vielen Dank. 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 , 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 ,,, ,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,, 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 ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,, und,,,,,,,,, Ja und bevor sie in wenigen Momente in gut 10 Minuten dann weitergeht mit REN Action und zwar der zweite Lauf der Swiss MX Women Cup über 18 Minuten und 2 Runde. Noch mal ein Aufruf an den Quadfahrer mit der Startnummer 295 an Robin Lüthi. Da habe ich immer noch eine Spende für Robin Lüthi, die er hier abholen kann. Zweimal 100 Franken hat er gespendet bekommen. Einmal von Car Revolution und einmal von Imfeld Immobilien. Also total 200 Franken, die Robin Lüthi hier oben im Spiekerturm abholen kann. Und wie gesagt noch mal ein Aufruf an sämtliche Mitglieder vom MC Wila oder Haufer, die eingeteilt worden sind für den Streckenabbau. Bitte nach dem letzten Lauf, nach dem zweiten Lauf der Kategorie Seniorexperte, grössenordnig am 17.40 Uhr, bitte direkt sich beim Startbalken oder auf den Starkraden besammeln, dass man dort eine Detailung machen kann, wie man den Rückbau anfängt. Dass man nämlich noch so viel wie möglich am heutigen Tag erledigen kann, bevor dann eventuell, was wir doch auch nicht hoffen, morgen der grosse Regen kommen sollte. Besser kommt morgen, als er heute gekommen wäre. Und ich würde mal sagen, wenn wir beim Wetter sind, riesen, riesen Glück gewesen. Also der Wetter geht definitiv auch dieses Jahr wieder einmal auf der Seite des MC Wila und mit Dörfer da. Von einer grossen, grossen Zuschauerkulisse würde ich da mal nicht sagen. Doch das Motogross Schlatt, die 10. Auflage 2023, bei hervorragenden motorsportlichen Bedingungen geniessen miteinander. Im Namen des MC Wila, an die Zuschauerinnen und Zuschauern, danke vielmals, dass ihr so zahlreich erschienen seid, dieses Jahr hier bei uns in Schlatt. Merci vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals. Danke vielmals. Vielen Dank. 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 SHM ist der Schweizerische Auto- und Motorradfahrerverband mit familiärem Charakter. Als Mitglied profitierst auch du, ob jung oder alt, von vielen Aktivitäten, Dienstleistungen und Partnervorteilen. Überzeuge dich selber unter www.s-a-m.ch. Wir freuen uns auf dich! Die schnellste aus dem Zeitraining ist auch die schnellste im ersten Lauf. War nicht ganz unkompliziert. Wie lief es dir, Sandra? Ja, im Start war es nicht gleich vorne. Ich musste zuerst einmal führerkämpfen, aber es ging relativ schnell. Aber es ist schon recht streng, mit unter 25, da vorne wegzufahren. Vor allem auf der Lange gerade, hatte ich fast keine Chance. Und dann bin ich einfach meine Runden gefahren, bin dann auch ein bisschen müde geworden. Und in der letzten Runde habe ich noch überrundete überholt und bin gerade umgekehrt vor dieser überrundeten. Sie fußt dann auch noch in mich rein und ja, es war gerade ein bisschen sehr unglücklich gewesen. Dann musste ich pressieren, dass die zwei mich dann nicht aufholt. Aber ja, es war noch als erstes Ziel. Dann ist dir zu gut gekommen, dass du zwischendurch deinen Abstand doch erst ausbauen konntest. Ist es in dem Fall eine Strecke, die dir liegt? Und hast du auch deine Pace halten dementsprechend? Ja, ich würde gerade sagen, dass sie mir mega liegt. Aber ja, es geht. Aber es wird schon immer schwieriger zu fahren. Jetzt im Verlauf des Tages mit dem 125, wird es ein Vorteil oder eher ein Nachteil? Nein, in jedem Fall ein Nachteil. Wirst du im zweiten Lauf noch anders machen, dass du dort noch einmal ganz oben stehen kannst? Ja, sicher konzentriert fahren und probieren schön rund zu fahren. Ja. Von den Leuten rundherum, den Support herum, hast du es aufnehmen und dich auch tragen lassen? Ja, ich konnte es schon aufnehmen, ja. Dann geniesst du es. Erhol dich gut und gut und bis zum zweiten Lauf, Sandra. Danke schön. Tschüss. Ich habe die Yamaha Pilotin mit der Startnummer 90, Sandra Keller. Dann die P2 ist gegangen an, Susi Tausch, Startnummer 99. Auf der Kawasaki dann die Michelle Zünst, die Lady aus dem Rheintal mit der Startnummer 62 auf der KTM. Sie hat den dritten Platz belegt. Dann Joyce Zachmann, Startnummer 74. Die Thurgauer KTM-Pilotin aus Thiessenhofen hat das Rennen als Vierte beendet. Dann Bluant-Sudan, Nummer 24, ist die Fünfte geworden. Der sechste Platz ist Sandra Schorderet gegangen mit der Startnummer 201. Dann aus Fasadingen auf der KTM, Rahel Sutter mit der Nummer 91 auf die P7. Jana Bola ist Startnummer 21. Achter Platz in dem ersten Heut. Dann die Alice Stefani mit dem 83 auf 9. Und die Top 10 vollgemacht mit der Startnummer 121. Sarah Banchot. Elfter Platz nimmt Nina Zünd vor Eileen Engesser. Die Startnummer 386 auf 12. Moni Balzer auf 13. Ramona Gassmann auf 14. Und Corinna Meile mit der Startnummer 53. Sie hat den ersten Lauf an der 15. Position beenden können. Die Ladies werden in wenigen Momenten hinter dem Startgate Aufstellung nehmen. Schöner nach der kurzen Pause sind die gröbschen Spuren. Nach der Linekurve, bei der Doppelsprungkombination, die Landewelle Einstetten nochmals ausgegeben worden. Und auch sonst die eine oder andere Passage ist wahrscheinlich nochmals ein bisschen überarbeitet werden. Und so steht uns eigentlich ein sicher spektakulärer Lauf von diesen Ladies über die 18 Minuten und 2 Runden bevor. 2 Runden seconds. 1 Runden. 2 Runden. 3 Runden. 2 Runden. Vielen Dank. Ja, Startaufstellung wird das Prozedere vorgenommen nach Qualifying vom Zeitraining. Hier haben wir Sandra Keller, die als erstes ihr Skate aussuchen konnte. Mit der Joyce Zachmann als zwei Platzierte aus dem Quali. Dann Rahel Sauter, die als dritte im Balken kam, vor der Loa Souda und Sandra Schordere. Das sind die fünf Pilotinnen, die ihre Skate als erstes aussuchen konnten. Und im ersten Lauf war es ja dann Joyce Zachmann auf der Zachmann K-Term, wo da wie ein bisschen Wetter zum Gate ausgeschossen ist und den Hullshot hätte zu ihren Gunsten entscheiden. Da die Hullshot-Linie in dieser Waldvogelbaggerbetrieb-Kurve hinein. Und Joyce Zachmann statt Nummer 74 sicher auch wieder da für den zweiten Lauf zu favoritisieren, wenn es um den Startzeit geht. Sicher hat sie da ein Wörtchen mitzureden. Und wir werden gespannt sein und schauen das natürlich an, wer, wenn, wie, wo die Nase di Voren würde haben. 18 Minuten, wie gesagt, plus zwei Runden angesetzt bei dem zweiten Lauf von der Kategorie Women, Swiss Woman Cup. Ja, Startpreis geht ab, wird in wenigen Momenten. Jetzt sind da der Rennleiter, respektive der Sportkommissär vom SOM, bereit sein, voren durchlaufen. Wir spielen da ein bisschen Musik ein. Come on, come on! Come on, come on! Come on, come on! Come on, come on! Antifa! Hulli- própria! Come on, come on! Come on, can can't! Let's go, Ladies! Der zweite Hit ist eröffnet von unseren schnellsten Girls. Und ich glaube, es ist wieder Joyce Zachmann, die die Nase in voraus hatte. Ja, Sandra Keller ist jetzt voraus. Sandra Keller dürfte das sein mit der Startnummer 90, mit dem Yamaha Motorrad, die die Nase ganz, ganz vorne gesetzt hat. Und die Zeigerin vom ersten Durchgang führt das Feld auch zu seinen Tausch wieder auf Platz 2. Und Joyce Zachmann doch auch wieder ganz klar vorne dabei. Jetzt ist Susi Tausch vorbei. Kurzzeitig kann Susi Tausch reagieren und auf den inneren Leisen wieder Joyce Zachmann in die Midland-Auffahrt als zweiplatzierte U-Fahrer. Wir haben die Green Girl unterwegs mit der Startnummer 99 auf Kawasaki auf P2 als erste Verfolgerin von der Lokalmatadorin, vom MC Wieler Ausschlag von Sandra Keller. Also hier mal optimale Ausgangslage. Im ersten Lauf hat Sandra Keller circa die zweite oder dritte, vierte Position nach dem Start. Damals konnte sie schlussendlich den Hole schon zu ihren Gunsten entscheiden. und führt das Rennen bereits in der Anfangsphase an. Und wird da natürlich jetzt ihre Pace umsetzen. Im Zeittraining ja ganz klar die Schnellste. Im Zeittraining konnte sie sich schlussendlich gegenüber der zweitschnellsten Runde sechs Sekunden ausarbeiten. Im ersten Lauf hat es dann ein wenig anders aussehen. Seit gutem Schluss ist Sandra auf Verwalten gefahren. Hat noch einen kurzen Zwischen-Break gehabt. Am Schluss, ich glaube circa zweitletzte Runde war es, wo sie noch einen kleinen Crash hatte beim Überrunden. und da zufolge ihren grossen Vorsprung ein wenig hergegeben musste. Aber schlussendlich hat es für den Laufsieg im ersten Durchgang gelangt. Und auch jetzt im zweiten Lauf hat sie sich da hervorragend in die erste Runde eingenommen. Ein riesen Satz da über den Garnatza. Die Karosserie Spangler Einsprung ab. Also Sandra Keller da sauber über die Wellen gekommen. Startnummer 90 führt das Rennen an. Susi Tausch P2. Dann Joyce Zachmer 3. Dann mit dem Startnummer 24 haben wir Luanne Souda auf Platz 4. Dann Tiana Bole 5. Michelle Zünd 6. Sandra Schordere 7. Rahel Sutter 8. Alice Stefani hinter den Nina Zünd. Nina Zünd auf 9. Und Alice Stefani aktuell an 10. Position. Ja, die ersten beiden Fahrerinnen können sich absetzen von der Joyce Zachmann. Auch Sandra Keller kann da bereits eine rechte Lücke rausfahren. Gegenüber der Susi Tausch in dieser 1. Runde sind es doch schon, sage ich jetzt mal, gute 80 bis 100 Meter, die hier Sandra Keller hat Luft verschaffen. Auch die Susi Tausch wiederum gute 100 Meter Vorsprung gegenüber auf P3 fahrenden Joyce Zachmann. und die Esser Hoffnerin KTM Pilotin mit der Startnummer 74. können Sie nicht inis 말 unbedingt ein. Meine Geist, sie kannen sie hier nicht sehen. Alles klar. Ja Sandra Keller, weiterhin kontrolliert das Rennen, aber spannend wird es definitiv um den zweiten, dritten, vierten, fünften Platz. Hier haben wir ein Gruppetto, respektive dritte, vierte, fünfte, sechste Platz, wo wir das vierer Gruppetto haben, die Spitze von diesem Gruppetto bildet Joyce Zachmannschar Nr. 74 und der sechste Platz Michel Zünd und zwischen dem Sandwich haben wir Diana Bollé mit dem Nr. 21, so wie Loanne Soudan mit dem Nr. 24. Loanne Soudan, als vierplatzierte, probiert da natürlich richtig Druck aufzubauen gegenüber Joyce Zachmann. Joyce Zachmann, die Pilotin, ganz inweis da von diesen vier Fahrerinnen. Und jetzt Loanne Soudan auf der Aussenbahn, ein erster Angriff Richtung Joyce Zachmann. Jetzt aber Joyce Zachmann im Linienvorteil gegenüber der Loanne Soudan. Hinter dem Festzell geht es jetzt hier in diese Salzgeberapparatenbau-Sessionen, in diese Wellensession, wo Joyce Zachmann wiederum besser rauskommt und sich weiterhin behaupten kann. Auch in der Elselkurve hat sie die Nase in voren. Und um den fünften Platz macht da auch die Michel Zünd Druck auf Diana Bollé. Die Michel Zünd, aktuell Kriserin auf der KTM mit der Startnummer 62 auf Platz 6, aber macht da richtig Druck gegenüber der Diana Bollé. Diana Bollé, jetzt ein Angriff auf Loanne Soudan. Kurzzeitig vor der Midland-Auffahrt, Ausgangs-SOM-Kurve, Loanne Soudan, Diana Bollé quasi nebendran kann. Aber schlussendlich, Loanne Soudan mit der Nummer 14, 24, über den Dienst Jeans und Schulsprung hier, Nase wieder führersetzen und kann da ihre vierte Position behaupten. Das wiederum natürlich sicher der Joyce Zachmann in die Karte gespielt, wenn sich da die Ladies hinter ihr auch bekriegen. Aber hinten dran sind sie bereits wieder der Joyce Zachmann in Schlagdistanz dran. Auch Sandra Schordere, Pilotin mit der Stand Nummer 201, gesellt sich jetzt da an das Gruppetto her. Und auch die Rahel Soudan, die Sandra Schordere, wenn ich das richtig sehe, vorbei ist. Ja, die Rahel Soudan, die Sandra Schordere vorbei, jetzt auf der Verfolgung. Die Startnummer 91 vor der Startnummer 62, der Michel Zünd am Verfolge. Und dann Sandra Schordere, wie gesagt, Startnummer 201, hätte ja mit der Rahel Soudan passieren lassen. Und kann jetzt nicht ganz den Anschluss behalten. Die Kawasaki-Pilotin neu, wie gesagt, auf dieser achten Position. Ja, da in der Bremsphase jetzt wieder ein Angriff von der Jana Bolle, respektive von der... Und jetzt ist sie vorbei. Die Loan Soudan vorbei an der Joyce Zachmann. Und ist jetzt da eingangs per dritte Rennrunde, anfangs dritte Rennrunde neu auf der dritten Position. Joyce Zachmann auf vier, Jana Bolle auf fünf und Michel Zünd auf Platz sechs knapp vor der Rahel Soutter. Und Joyce Zachmann kämpft jetzt in der Leinerkurve, wieder bessere Linie für die Essenhofenerei. Wow, was für ein Return von Joyce Zachmann, die sich da wieder die Nase führersetzen kann. Und die Lady ist wieder vorbei an der Loan Soudan über den Jeans und Schulsprung. Vorher haben wir wieder diese Konstellation, wie wir sie bereits in der letzten Runde antroffen haben. Sprich, Startnummer 74, Joyce Zachmann auf P3, Loan Soudan mit dem 24 auf Platz vier. Und jetzt wird es wieder die Nase führersetzen. In diesem Moment ist bei mir oben ein Handy abgegeben worden, ein Iphone mit einer Lederhülle, ein weissbraunes Iphone mit einer Lederhülle, viel finde ich nicht raus, Lederhülle ist eingraviert, aber ich kann es nicht lesen, Peer Coaching, etwas mit Coaching, ein braunes Iphone, viel findet man nicht raus, den Speer Coaching, erscheint nur da eine Frau mit einem Tattoo drauf, aber ohne Gesicht, leider, leider, ein Iphone abgegeben worden, soll jeder mal schauen, mit einer blauen Lederhülle bei mir, beim Spiekerturm zu abholen. Ja, Joyce Sachmann macht sich weiterhin Verteidiger gegenüber der Startnummer 24, Laurent Soudan, da sind sie jetzt wieder in dieser Position über Zielgeraden, in der letzten Runde sie hätte überholen können, aber da mal Joyce Sachmann natürlich ihre Linie gut verteidigen können. Und Michelle Zünd ist jetzt auch dran, direkt quasi im Zweikampf, oder Michelle Zünd muss sich jetzt im Zweikampf wehren gegen Rahel Souter. Die Spitzenumveränderung, der Vorsprung von Sandra Keller, der ist jetzt doch schon bereits nach diesen drei komplett absolvierten Runden auf 12 Sekunden angestiegen, und Susi Tausch wiederum fährt ebenfalls quasi in einer eigenen Liga hinein, Kawasaki Pilotin aus Elschott und hat bereits auch schon 13 Sekunden Vorsprung auf das Gruppetto, wo wir da unter Beobachtung haben von diesen vier, fünf Fahrerinnen, wo sich um den dritten, vierte, fünfte, sechste und sechste Platz balgen, spricht Joyce Sachmann, Loan Soudan, Jana Bolle, Michelle Zünd und Rahel Souter. So, 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 so. Ja, gehen wir die Top 10 mal noch durch. Wir sind Rahel Souter 7, Sandra Schorwere 8, Ali Stefani 9, Ramona Schwitz 10, Nina Zünd 11, Sarah Basho auf Platz 12, dann Moni Balzer auf 13, Samira Chilli 14, Ramona Gassmann aktuell stand Nr. 86 auf 15. Position. Hier haben wir die zwei platzierte Susi Tausch in Grünitz über den Startzielgeraden richtig festzelt unterwegs. Gegen vorne kann sie nicht mehr viel machen, Sandra Keller befindet sich bereits in der Leinerkurve oben und die Verfolgergruppe mit Joyce Sachmann jetzt in dem Moment über die Zielgerade ein. Hier haben wir Joyce Sachmann sich absetzen. Loan Soudan zusammen mit Jana Bolle haben ein wenig Meter verloren. Und wer fällt in dieser Gruppe ist Michelle Zünd. Ja, da haben wir Michelle Zünd. Und hat den Platz müssen hergehen lassen gegenüber Rahel Souter. Also Michelle Zünd verliert ja ihren sechsten Platz. Der ist jetzt neu auf dem Konto von der KTM-Pilotin aus Basadingen mit der Startnummer 91. Michelle Zünd, Kriesneri auf 7. Dann Sandra Schorwere, die Lady aus dem Weltschlamp mit der Startnummer 201, weiterhin auf 8. Janna Bolle und Loan Soudan, die beiden Pilotinnen, haben jetzt hier den Anschluss ein bisschen grösser werden lassen gegenüber Joyce Sachmann. Und Rahel Souter scheint aufzuholen gegenüber Jana Bolle. Jana Bolle, die Österreicherin aus Hohenems, mit der Startnummer 21, da in diesem Feld unterwegs, aktuell auf P5-Fahrend, wird jetzt unter Druck gesetzt von Rahel Souter. Rahel Souter war ja drittschnellste im Qualifying. Viertschnellste, ja, drittschnellste. Jana Bolle im Qualifying, wo haben wir hier die Startnummer 21, die haben nicht die schnellste Zeit fahren können. und Rahel Souten probiert jetzt natürlich so schnell wie möglich den Direktkontakt vom Hinterrad zu finden von der Iano Bole und dann möglichst schnell zum Überholmanöver ansetzen. Joyce Dachmann über die Allianz Wave sehen. Sie sind dort, ja, nicht gerade allein unterwegs, aber doch jetzt wieder mit einem komfortablen Vorsprung auf die beiden Ladies mit der Startnummer 24 und 21. Und aber auch das 21, die Iano Bole, hat wieder ein bisschen Luft bekommen, eben über den Rahel Souten. Das sind sicher gute 100, 150 Meter, wo der Rahel Souten jetzt da fehlen, auf die beiden Ladies mit den Nummern 24 und 21. Und sie scheinen sich fast jetzt da im erweiterten Rennende ein bisschen Vorsprung wieder rausfahren gegenüber der Rahel Souten. Erster Lauf. Ich denke, Michel Zünd, die drei Platzierte aus dem ersten Lauf, mag da nicht ganz ans ersten Ergebnis anknüpfen können. Wir machen eine Hochrechnung einmal für das Tagesklassement. Ganz klar auf Weg P1, P2, die sind unverändert, wie wir es im ersten Lauf auch schon gehabt haben. Sprich, Sandra Keller würde als Tagessiegerin da ihre Heim-GP absolvieren. Dann Susi Tausch würde zweiter aufs Podest tun können, bei der jetzigen Konstellation. Dritter Platz, Tageswertig. Ja, wenn sie so finischt, wie es aktuell ist, würde dann der Joyce Zachmann gehen. Joyce Zachmann, die Essenhochnerin, aktuell auf drei unterwegs. Mit änder ein bisschen mehr Speed gegenüber am viertplatzierten und viertplatzierten Fahrerinnen, Loan Souda und Diana Boley. Und Joyce Zachmann im ersten Lauf ja können P4 einfahren. Michel Zünd dreht, Michel Zünd jetzt aber drei Plätze hinter Joyce Zachmann. Und demzufolge Vorteile zugunsten von der Diessenhochner KTM-Pilotin mit der Startnummer 74 da für das Tagesbodest in dieser Wertung. Die Liederin, haben wir da wieder das drittletzte Mal ziemlich sicher in den Zielkurven. 2.17 Uhr haben wir eine Rundezeit. Da hat sie knappe zwei Minuten gekreuzt und zwei sind noch to go. Also wenn Sandra Keller da das nächste Mal bei Start und Ziel auftauchen wird, würde es dann für sie in die letzte Runde gehen. 1.17 Uhr haben wir eine Rundezeit. Das ist eine Rundezeit von knappe 1,2 Sekunden. Also Diana Boley nicht direkt wirklich in Angriffsposition. Allerdings, wenn dann Loan Souda einen kleinen Hänger oder einen Fehler würde haben, dann ist dann Diana Boley sicher bereit, dort das Erbe übernehmen zu dem vierten Platz von Loan Souda. Ah ja, jetzt hier eine clevere Linie. Ganz eng gefahren, Diana Boley in dieser SOM-Kurve vor dem Mittelentaufstieg. Da konnte sie wieder den Boden gut machen gegenüber der vierplatzierten Loan Souda. Nebentherren fahren, fast nicht ganz, aber wenigstens wieder ein Hinterrad, ein direkter Hinterrad können finden. Und so sind sie dann oben hin, richtig hinteren Wald, Teil bei dieser Zwischengrat, da hinten ab. Und dann sind wir gespannt, bis dann wieder oberführe kommen. Und dann sind wir hier Loan Souda und Diana Boley in diesem Zweikampf und Platz 4 im Laufwertig von diesem Moto2 bei uns am MX Schlatt 2023. Two to go. In diesem Moment werden hier zwei Runde-Tafeln rausgestreckt vom Rennleiter, vom SOM, vom Schweizerisch Auto, Motorradfahrer, Verband und Zandra Keller haben hier die zwei letzte Runde in Angriff genommen. Und der Vorsprung wird immer, immer grösser. Susi Tausch haben wir jetzt in der Anfahrt Richtung Togra-Zielkurven in. Pilotin in grün. Ja, da haben wir gerade zwei grüne. Und zwar sie mit der Nummer 99 unterwegs. 95 ebenfalls auf der Kawasaki unterwegs. Die Rebekka Reif, die Attisweilerin, sind da eine Runde verloren auf Platz 21 da in diesem Feld. Da warten wir noch schnell ab. Jois Zachmann ebenfalls zweitletzte Runde. Dann die Loa Souda. Ah, jetzt hätte sie sich definitiv lösen können. Da hätte Diana Boley sicher irgendwo einen kleinen, kleinen Zwischenfall. Jetzt sind sie da doch einige Meter wieder geworden, wo sie jetzt da definitiv nicht in Angriffsposition ist gegenüber Platz 4. Wir haben Diana Boley, wie gesagt, 5, Rahel Souter 6, Michelle Zünd 7, dann Sandra Schordere auf 8, Alice Stefani auf 9, Ramona Schwitz auf 10, Nina Zünd auf 11, Sarah Panschow auf 12, Moni Balzer 13, Samira Chilli auf 14, Ramona Gassmann 15, Aileen Engesser auf 16, Corinna Meili auf 17, dann Jill Steger auf 18, Adina Sobisch 19, Jennifer Eisenring auf 20, Rebecca Reif 21, Fjara Frick 22, Joel Obrist auf 23 und Geraldine Rohrbach aktuell auf Platz 17 unterwegs. Ja, idealer Tag da für die Lokalmatadorin Uschlath, Sandra Keller, die da ihre Ambitionen für den Meistertitel im Swiss Woman Cup ganz klar stellt. Sie haben schon bereits den Saisonauftakt gewinnen können in dieser Serie und führt natürlich die Meisterschaft auch weiterhin an oder kann ihren Vorsprung in der Meisterschaft ausbauen, auch nach dieser zweiten Veranstaltung hier am Motogross Inschlath. Ja, der nächste Termin für den Swiss Woman Cup meisterschaftstechnisch ist am 13. und 14. Mai im Rheintal ist die nächste Motogross SOM Motogross Veranstaltung von der NAM National Amateur Motogross Serie mit dem Swiss Woman Cup, wie gesagt, am 13. und 14. Mai am Motogross Innoberried. Auch die zweitletzte Runde jetzt für die Pilotin auf P2 fahren, Stand Nr. 99. SIG, Susi Tausch, dann Joyce Zachmann, die auf Tagesboden fahren wird, wenn sie da ihren Lauf sauber nach Hause bringt. Stache Leistung von der Pilotin aus Diesenhofen, den P4, Louis Soudan, Stand Nr. 24. Und wenn es dann die Lady aus Hohenems aus dem Vorarlberg, ist die Ana Bole auf dem Haus Quarna vor Rahel Sutter. Und auf P7 dann die Michelle Zünd, die dann noch nicht in die letzte Runde eingebogen ist. Da haben wir die Michelle Zünd jetzt. Die Krieserin auf der KTM mit der Stand Nummer 62. Und hinter der Michelle Zünd mit 4,5 durchlängenden Abstand haben wir dann Kawasaki-Pilotin Sandra Chordere auf Platz 8. Ja, da kommt Sandra Chordere mit einem Riesensatz über den Garnatsa Karosserie Spenglerei Sprung ab. Den hat sie immer wunderbar gewünscht, also nicht zweimal abgehoben, immer wunderbar über die Welle für den Kumpet. Einen Riesenapplaus schlägt da für die Lokal-Mathadorin da aus dem Dorf mit der Stand Nummer 90, die Dominatorin ist vom Schweizerischen Frauen-Motogross-Sport. Und auch der zweite Lauf am heutigen Tag kann auf ihre Sekunden verbuchen. Gratulation, Stand Nummer 90, Sandra Keller. Und T2 ebenfalls bereits über die Allianz-Wave, sie oben in der Anfahrt, Richtung Step-Down-Sprung. Die Lady in Grün unterwegs mit der Nummer 99. Kuntzida und würde natürlich ebenfalls einen Applaus verdienen für den zweiten Platz in der Laufwertung, wie auch der zweite Lauf in der zweiten Platz in der Tageswertung. Entschuldigung, für die Start Nummer 99, für den Zusiein-Tausch. Und P3, der geht in Kanton-Turgau, Start Nummer 74, Lauf-Dritte, Tages-Dritte, auf den Zachmann-KTM, Joyce Zachmann. Vierter Platz, Stand Nummer 24, Luan Soudan, dann Diana Bolle, fast direkt hinten dran, hinter den Luan Soudan, dann Rahel Souther mit dem 91 auf 6, Michel Zünd, 7, Sandra Schordere, Fordali, Stefani auf 8 und 9, dann Ramona, Schweiz auf 10, Sarah Banchot 11, Nina Zünd, 12, Moni Balzer, 13, Samira Chilli, 14, Ramona Gassmann, 15, Eileen Engesser, 16. Platz, dann Corinna Meili auf 17, Jill Steger 18, Jenny Verreisenring auf 19 und Adina Sobisch, Sobisch, Finischt. Der zweite Lauf hier vom Swiss Woman Cup auf Platz 20. Pro-Racerie durch, Ramon Keller, dritten Platz, wie ist es da gelaufen? Ja, wieder mal erfreulich, die Saison, das erste, der erste, gut laufweich. Ich habe ein bisschen Mühe gehabt, den ganzen Winter, zwei, drei Verletzungen gehabt, immer ein bisschen angeschlagen, nicht immer trainieren können. Ja, und das merke ich halt recht, jetzt fehlen mir ein paar Stunden auf dem Töff. Und ja, jetzt letzte Woche, Bayern hat mich einen runtergefahren, dann bin ich gestürzt und wieder auf eine verletzte Stelle gekehrt. Die Woche gut therapiert, aber jetzt im Zeittraining wieder einen Stein verwischt. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Mühe, aber nichtsdestotrotz, jetzt der Lauf ist eigentlich super gegangen, guter Start gehabt, nachher die ersten paar Runden ein bisschen hinteren gekehrt, aber nachher gut wieder nach vorne fahren können und den Lauf auf dem dritten Fertig fahren, ja. Wir hatten am Anfang einen rechten Fight gehabt, als dritten. Hat dir dort der Hinnau-Sächter noch Energie noch gefehlt, für den zweiten Platz ein Ziel zu fahren? Ja, auf jeden Fall, der Anfang hat recht Energie gekostet, auch die Überholmanöver, und dort habe ich zeitweise ein bisschen schneller fahren, oder ich habe einfach ein bisschen geboost. Ähm, Ja, eben gerade mit den fehlenden Töfroutinen ist es jetzt halt ein bisschen schwierig hinten raus, aber ja, ich probiere das Beste. Jetzt kannst du sehr viel Positives aber mitnehmen, einen guten dritten Platz, ich glaube, du hast den gewonnen, nicht den zweiten verloren. Gibt es etwas, was noch änderlich ist auf den zweiten Lauf? Ähm, ich probiere ein bisschen lockerer zu fahren, ich habe gemerkt, ich bin recht vor Krampf gewesen, ähm, und das macht das Ganze natürlich auch nicht besser. Ähm, macht dich auch eher Mühe, und dann, äh, ich probiere mich lockerer zu fahren, ein bisschen befreiter, und dann, äh, schauen wir noch mal. Eine gute Erholung für den zweiten Lauf, und einen guten Start dann! Merci vielmal! Nach dem ersten Lauf der Pro Race Serie, ein richtiges Spektakel, der Sieger hier, Luca Bruggemann, wie ist es gegangen? Ja, eigentlich gut, ich hatte einen Hole schon, und habe dann auch recht schnell ziemlich Abstand machen können, und bin nachher eigentlich mein Rennen einfach zugefahren, und habe dann gegen Ende recht mit Armpumpen Probleme gehabt, und habe dann zum Glück den Vorsprung gehabt, und so konnte ich das Ganze rausnehmen. Aber du hast einen riesen Vorsprung gehabt, ist das auch dein Ziel gewesen, um hinten raus noch Reserven zu haben, oder bist du einfach Gefahren für dich? Ja, im Hinterkopf ist natürlich schon Armpumpen ein Thema bei mir, und, äh, ich wollte eigentlich schon am Anfang ein bisschen Meter machen, weil, ja, wenn eben vom Zeitraining her habe ich eigentlich gewusst, dass ich ein bisschen schneller bin wie die anderen, und wenn eine Viertelstunde lang ein bisschen schneller fährst, und dann gibt es einen Vorsprung, dann hast du nachher noch zwei Minuten, wo es ein bisschen easy kann, schnell. Hat dort die Strecke auch ein bisschen für den Armpump gewirkt, dass es dementsprechend ein bisschen ausgeschlagener wurde und ein bisschen mehr gefördert hat? Ja, ich denke, vor allem einfach immer die langen Geraden, und dann noch aufwärts und so, geht halt schon recht in die Arme, und kommt vermutlich schon ein bisschen von dem, jetzt zum Beispiel in Bayern oder so, habe ich keine Armpump gehabt, und ich habe das Gefühl, dort ist ausgefahrener gewesen, aber, äh, ich denke schon, es liegt an der Piste, dass es halt so schnell ist, und, ja. Jetzt für den zweiten Lauf, wirst du etwas ändern oder den gleichen Plan noch einmal durchziehen? Ja, das Problem mit den Armen in den Griff kriegen und den Rest so zu bleiben. Dann hole dich gut und einen guten zweiten Lauf, Rucki. Merci vielmals. Der Pilot aus dem Orgini, der quasi bereits circa vierte, fünfte Position gewesen ist, dann irgendein Zwischenfall erlitten hat, sich hat hinter den Spielen lassen, circa 10., 11. Position und dann mit einem starken zweiten Rennteil, zweite Rennhälfte, wieder hätte fürenfahren können mit einem grossen, grossen Speed und schlussendlich den fünften Platz auf sein Konto buchen können. Dann der Alessandro Contessi, der Kawasaki Pilot aus dem Tessin, Nummer 949, sechster Platz, ebenfalls sehr stark unterwegs gewesen. Dann haben wir bereits die Öchslin Brothers auf den Haus Quarnas mit der Stadt Nummer 81 den Samu Öchslin auf siebenten Thomas Öchslin als achtplatzierten und der Mann mit dem Gas Gas, der als Zweiter zum Starrgatter ausgeschossen ist, dann sorgen wir Robin Scheiben mit der Stadt Nummer 65, er ebenfalls unter der Top 10 in einem starken Ergebnis nachdem er in der Anfangsphase aber lang, lang an der zweiten, dritten Position war. Schlussendlich, wie gesagt, gab es 9. Platz wiederum in Robin Scheiben und der 10. Platz ist an Husqvarna Pilot gegangen mit der Stadt Nummer 2 24 an Ramon Meile. Ja, mega interessantes Rennen, und wenn es auch in den nächsten 25 Minuten so zu und her geht, dann wird es richtig geil werden, die uns in Schlatt. Wir gehen noch weiter, 11. Platz Cyril Elsener, 12. Platz Joel Elsener, also die beiden Raftzer Brothers ganz nahe beieinander, dann der Flavio Wolf 13. Platz dann der Alex Pilote 14, Mirko Peter 15, Flavio Suarez auf 16, Levi Sutter für den MC Villa unterwegs in dem Feld auf 17, Luca Wirt 18, Fabio Lorenco mit dem 118 auf Ple 19 und der Lukas Elmer ebenfalls für den MC Villa unterwegs Star Nummer 42 der Kawasaki Pilot aus Zürich finished an die 20. Stelle direkt vor dem Fabio Ardo und dem Nick Trieste. Nick Trieste war ja in der Anfangsphase von diesem Lauf lange lange 2. Stelle er ebenfalls aus einer Verletzung kam, letzte Woche allerdings in Bayern konnte hervorragendes Resultat fahren im Qualifying auch schon ganz gut gefahren 2. Platz 2. schnellste Zeit heute aber im Lauf hat er dann seine Verletzung doch beeinträchtigt und er hat dann schlussendlich sich ja nicht ganz aufgeben aber sich ein wenig hinteren geben lassen bis und mit Platz 22 und ich habe jetzt muss ich ehrlich sagen zu wenig geschaut ob er sich wieder eingefunden hat für den 2. Lauf oder ob er da Vorfälle gegeben hat weiss es nicht ob der Pilot mit der Startnummer 90 ich habe ihn da wirklich nicht ersichtlich gerade gesehen lassen wir uns überraschen dann ob der Nick Trieste da dabei ist ja sind wir gespannt wer zieht den Hallshot im ersten Lauf ist Luca Brugmann zusammen mit dem Marken-Kollege mit dem Robin Scheiben mit der Standnummer 65 ob auch die beiden die Nasse die Voren haben werdet haben sind wir gespannt wie sich das ausgeht 25 Minuten und zwei Runde sind angesetzt Swiss Motorcross vom Feinsten Pro Race Serie der Name von den Jungs für die Serie die jetzt oben rechts am Gaskabel zugen wird mit 100 mit Let's go! Ramon ist es, wenn ich das richtig gesehen habe. Wo könnte er die Nase in vorne haben? Ein Mann in schwarz jedenfalls. Auf einer KTM, wenn ich das richtig sehe. Ohne Gewehr natürlich. Es ist Nummer 17, der letzte jährige Champion. Der Mann aus dem Zürich-Weiland hat den Hallshot gezogen für das Feld an. Ramon Keller vor Samuel Echslin, der Husqvarna-Pilot aus Albtal. Sensationell auf P2 unterwegs. Dann Nicolas Behnder vor Alessandro Contessi. Dann Tanguy Brost. Circa an 5. Position. Boah, die grossen Favoriten ausser Ramon Keller. Da habe ich nicht ganz in vorne gesehen. Luca Brückmann und Siljan Ramella. Die beiden, die den ersten Lauf quasi dominiert haben. Von der Zeit her. Aber Ramon Keller ist es, der jetzt seine Pace kann fahren. Das Feld anführt. Ramon Keller vor den beiden Husqvarna-Piloten. Samuel Echslin und Nikolas Behnder. Ja, bei Nikolas Behnder bin ich gespannt. Der hat ganz, ganz ein starkes Rennen gezeigt im ersten Lauf. Bis auf den Zwischenfall, den ihn zwischenzeitlich mal einige Sekunden gekostet hat. Jetzt ist er da bereits am Echslin vorbei. Oh, der Echslin kommt er. Beim Anbremsen, der Albtaler wieder am Behnder vorbei. Jetzt geht es in diese Wave-Session hier. Allianz Waves. Oh, der Behnder. Aber bündig ist er hier nie gekommen. Der Mann aus dem Kanton Wallis unten. Echslin hat sich verschalten. Echslin hat sich verschalten. Echslin hat man ganz klar gesehen. Er musste die Weyen noch einmal einhauen. Und hat gerade einmal drei Plätze in dieser Auffahrt verloren. Ramon voraus. Dann der Behnder. Oh, da haben wir bereits den Sieger aus dem ersten Lauf. Luca Brugmann. Danke, Prost. Dann kommt Dessi. Scheiben auch dabei. Ganz vorne. Silian Ramella habe ich noch nicht ganz ausfindig gemacht. Würde ich dann noch einmal schauen auf den Kompi. Wo haben wir die Start-Nummer 237? Er musste ja bereits im ersten Lauf von hinten nach vorne schneiden. Was sicher auch immer kräfteraubend ist. Und Luca Brugmann macht bereits den ersten Angriffsversuch. Richtig. Nikolas Behnder geht zusammen über den Jeans & Schuh Sprung. Ja, Silian Ramella. Zehter Platz nach dieser komplett ersten absolvierten Runde. Und auch in diesem Lauf heisst es wieder für den Mal aus dem Walschland für den Honda Pilot aufholen. Ja, der Ramon Keller probiert sich jetzt natürlich möglichst schnell absetzen. Nikolas Behnder im Zweikampf mit Luca Brugmann. Luca Brugmann! Verbi! In der Abfahrt hier Richtung Allianz Waves. Der Brugmann vorbei an Nikolas Behnder und ist jetzt auf der Verfolgung von Ramon Keller. Ja, der Brugmann natürlich ganz klar im ersten Lauf auch der schnellste Fahrer gewesen. Und würde jetzt hier wahrscheinlich diese Lücke ziemlich schnell gut machen können gegenüber Ramon Keller. Und man hat es gesehen. Er hat sich bereits lösen können und ist schon fast am erwiderten Hinterrad dran vom KTM Swiss Pilot am Ramon Keller. Oh, Bender kommt Besuch über von Tangipros. Dann kommt Dessi. Scheiben. Ramella bereits am Scheiben hinten dran. Am Samuel Öchslin vorbei. Samuel Öchslin, Platz verloren. An Robin Scheiben und an Silian Ramella. Und der Brugmann in der Linekurve. Aussen rum. Ramoni, Innenbahn. Jetzt der Brugmann auf der Innenbahn. Ah, jetzt wird es eng werden. Ramon Keller kann den Mähschwung mitnehmen. Richtig Dinschinsprung hoch über die Midland. Die Steigung auf. Hätte er nur mal die Führung behaupten können gegenüber dem Gas-Gas-Pilot aus Lies. Am gebürtigen Liechtensteiner mit Frontplay Nr. 37. Am Luca Brugmann. Aber der Luca Brugmann macht mächtig, mächtig Druck da auf den Ramon Keller. Jetzt wieder in der Abfahrt rein beim Anbremsen. Ja, der Brugmann ist richtig stark auf der Bremse heute. Der bremst sich dann nebenher. Aber der Ramoni, ah, Brugmann jetzt gleiche Höhe beim Step-Up. Innenbahn für den Brugmann. Und vorbei. Brugmann, neuer Leader. Mitte, zweite Laufrunde. Neuer Leader. Luca Brugmann, der Mann, der bereits den ersten Heat für sich entscheiden konnte. Der Gas-Gas-Pilot mit der Nr. 37 hat den Leader übernommen. Auf bestem Weg für den Tagessieg da. Und dann würde es dann auch langsam richtig Meisterschaft zur Führung können ins Auge nehmen. Von der Saison der Pro-Racerie. Ramon Keller probiert jetzt natürlich so lange wie möglich. Kann Brugmann es hinterher abhalten. Oh, Tangi Prost! Auf P3 greift er da den... Nicolas Pender an. Verdrängt dann da vom dritten Platz. Tangi Prost, der Mann von MX Academy Honda. Neu an dritten Position. Nicolas Pender 4. Und der Xylian Ramella ebenfalls bereits aufgetaucht. Der Xylian Ramella. Zwei Plätze bereits hinter dem Pender. Am Alessandro Contessi hinten dran. Und bereits vorbei. Der Xylian Ramella am Contessi vorbei. Bereits auf P5 unterwegs. Drei Prost. Vier Bender. Dann der Ramella. Contessi. Scheiben. Auf sieben. Dann der Samuel Öxlin. Ramon Maile 10. Cyril Elsener 9. Starkes Rennen vom Raftzer Pilot. Mit der Star Nummer 19. Der sich hier in den Top 10 hineinhebt. Und dem Xylian Ramella sind wir jetzt gespannt, wie schnell es geht, bis er sich hier führersetzen kann. Oder vorbeisetzen. Am Alessandro Contessi hat er bereits vorbeifahren. Das haben wir gesehen. Jetzt dann am Nicolas Pender dran. Nur nicht ganz dran. Jetzt wieder eine ideale Unwave sind. Der Tanguy Prost. Auch Nicolas Pender und Xylian Ramella. Mit dem Contessi. Und der Ramella, wenn ich das richtig sehe, jetzt aber wieder müssen die Scheiben ziehen lassen. Ja, der Zwischenfall war beim Xylian Ramella. Verliere zwei Plätze. Scheiben jetzt am Contessi vorbei und auch am Ramella vorbei. Scheiben jetzt der ersten Verfolger vom auf Platz vier fahrenden Nicolas Pender. Dann der Contessi, Xylian Ramella. Ja, letzte Runde in der Ramella ja vorbeigegangen. In der Linerkurve oben. Am Alessandro Contessi. Jetzt eben wieder die Plätze eingebüsst. Kostet natürlich wieder Knäff. Xylian Ramella. Er kämpft um Tagespodest. Allen voran mittlerweile um den dritten Platz. P2 bei der Konstellation. Tageswertig dürfte. Der schickt dann ins Weilland raus. Am KTM Swiss Pilot mit der Nummer 17. Am Ramon Keller. Ramella in der Midland-Auffahrt. Wir sind dran am Alessandro Contessi. Der Motec Kawasaki Pilot aus dem Tessin mit der Nummer 49. Muss sich wehren. Vor diesen beiden haben wir den Scheiben. Robin Scheiben, der Sulgemer Gas Gas Pilot. Mit einem sehr sehr starken Rennen da unterwegs. Robin Scheiben. P5. P5. Gute 10 Minuten bereits absolviert. Drei komplette Runde. Es sind doch gefahren. In der vierten Runde befinden wir uns aktuell vierte Rennrunde. Von diesen Swachabokee해요. Und alles offen, definitiv. Vorher hat Luca Brugmann bereits 4,5 Sekunden rausfahren gegenüber Ramon Keller. Und Ramon Keller ebenfalls gute 5 Sekunden Vorsprung gegenüber dem Tanguy Prost. Aber hinter dem Prost da brodelt es. Da ist alles offen. Da haben wir den Brugmann wieder jetzt über die Zielgerade. Richtig Salzgeber-Wups führen. Dann auch Ramon Keller, richtig festzelt unterwegs. Und dann kommt das Gruppetto, wo sich da streitig ist um den 3. Platz. Mittlerweile haben wir 5 Piloten. Contessi musste wieder Ramela vorbeilassen. Alessandro Contessi wieder auf P4. Auf P7 ist das. Jawohl, 7. Platz für Alessandro Contessi. Ramella auf 6. Ja, der Gsilian Ramella darf ich jetzt hier in der zweiten Rennphase keinen Fehler mehr erlauben. Wenn er da noch ganz vorne fahren möchte, Richtung Tanguy Prost. Von der Rundenzeit her. Der Brugmann fährt 1,55. Ramella 56er Zeit. Best Lab Time 1,53 vom aktuellen Leader von Luca Brugmann. Also der Gas Gas Pilot, der hier die Führung übernommen hat. Der Dominator vom heutigen Tag. Zeit Training können gewinnen. Erste Hit können gewinnen. Und auch hier in diesem Moto 2 sieht es hervorragend aus für den Gas Gas Pilot. Mit der Startnummer 37, die hier bereits wieder ist in der Abfahrt, Richtung den Allianz-Waves, hinten beim Sandzelt, hinter der Box. Aber wie gesagt, um den dritten Platz, dort wird es jetzt richtig knapp werden. Ja, der Prost kommt da bereits wieder. Ein Fahrer ist da oder wird da überrundet werden. Aber dort haben wir jetzt ein Dreier-Gruppetto, das sich da ergeben hat. Hier Alessandro Contessi. Nicht mehr ganz den Anschluss möge erheben, aber der Scheiben ist vorbei. Der Scheiben neue dritte Position. Wow, what the fuck, was für ein Rennen da. Für den Startnummer 65. Am Prost vorbei, Scheiben neue auf P3. Er führt das Gruppetto an, der Mann. In rot auf den Gas Gas, der Säugener. Sagstarkes Rennen vom Robinscheiben. Hinter dem Scheiben streitet sich oder balgt sich. Tangi, Prost, Silian, Ramella. In diesem Moment vorbei am Nikolas Pender. Pender verliert einen Platz an Ramella. Ramella 5, Pender 6. Aber der Sieger dieser Runde aus diesem Gruppetto ganz klar der Robinscheiben. Ja, was für ein Pace da vom Jungen, sagen wir. In seinem Rookie-Jahr auf den 54er kommt er da definitiv wunderbar zu schlagen. Ja, und hinter dem Alessandro Contessi haben wir auch stark unterwegs. Samuel Oechslin, Ramon Meile, die beiden Husqvarna-Piloten. Oechslin auf 8, Ramon Meile 9. Dann der zweite Oechslin, Thomas auf 10. Flavio Wolff, der Kawasaki-Fahrer 11. Levi Chanton, 12. Alex Aguista-Pace, 13. Mirko Peter, stark unterwegs. Platz 14 aktuell für die Startnummer 172. Dann der Alex Pilote, 15. Dann Cyril Elsner, paar Plätze müssen hergeben. Cyril Elsner neu auf 16. Dann der Flavio Suarez, der Thurgauer auf 17. Fabio Lourenko auf 18. Levi Sutter, 19. Und der Luca Wirt, Startnummer 711. Der KTM-Pilot unterwegs. Aktuell gute 11 Minuten plus 2 Runde. Vorrennende auf 20. Position. Ja, da wird er gerade überrundet in diesem Moment. Der Luca Wirt gibt eine Runde her gegenüber dem aktuellen Leader am Luca Brugmann. Ramoni ebenfalls jetzt über Startseilgeraden. Startnummer 17. Und dann kommt Scopetto mit dem Scheiben. Noch an der Ramella vorbei am Tanguy. Prost! Ja, der Ramella wieder auf den Boden. Er ist kurs, tageswertig mässig. Sieht aus für den dritten Platz bei dieser Konstellation. P2 würde dann an Ramon Keller gehen. Ja, der Ramella hat aber noch 10 Minuten Zeit. Die muss sich aber jetzt zuerst am Robin Scheiben vorbeikämpfen. Der Robin Scheiben mit einem sehr starken Speed unterwegs. Die beiden Piloten jetzt in der Mittelend-Auffahrt. Scheiben mit dem 65 Richtung Dienst. Jeans und Schu-Sprung, dann der Ramella 237. Prost! 1,93. 110. Niklas Bender 9,49. Auf grün unterwegs. Alessandro Contessi. Und auch nicht viel weit davon weg mit dem 81. Samu Öxlin 2,24. Der... Ramon Meili. Ja, was für ein spektakulärer Lauf. Beste Werbung für Schweizer Motocross hier pro Raceri. 2023. Allem voran der Kampf, der losgebrochen ist da um die dritte Laufposition. Vor der Leader, der fährt weg. Der ist der sichere Mann da unterwegs, der da bereits wieder ein weiteres Mal jetzt richtig... ...Togra-Zielkurve, Kunststarr Nummer 37, der Luca Brugmann. Auch der Ramon Keller, der Mann, der den Hohlschot gezogen hat. Sehr schön unterwegs. Muss aber schauen, dass jetzt da hinten dran... Nicht zumal noch den Scheiben und der Xylian Ramella näher kommen. Allem voran, wenn dann der Ramella am Scheiben vorbei ist. Was in diesem Moment der Fall ist. In der Togra-Kurve, Innenlinie gewählt. Der Xylian Ramella und vorbei haben wir Robin Scheiben neu auf Platz 3 unterwegs. Ja, der Xylian Ramella P3 unterwegs. Richtig. Ramon Keller jetzt im Visier hinein. Und man hat es gesehen, der Xylian Ramella, der hat ganz, ganz einen hohen Lab-Speed drauf. Und was fährt er jetzt, als er das erste Mal freie Bahn hat in dem zweiten Durchgang für eine Rundenzeit? 7,6 Sekunden sind es gewesen bei dieser Zieldurchfahrt. Und der Vorsprung vom Ramon Keller von der Startnummer 17 gegenüber am entfesselt fahrenden Xylian Ramella mit der Startnummer 237 aktuell auf P3. Letzte Runde, Ramon Keller 1,57, Keller 1,59. Obwohl Ramella sogar die Scheiben noch überholen musste, hätte er 2 Sekunden schneller in der Rundenzeit fahren können. Gegenüber am KTM Pilot aus Truttiken. Und wenn ich jetzt das hochrechne, wenn ich auf die Tour schaue, 7 Sekunden, wenn er da jeweils zwei wegfahren kann, wir haben noch 7 Minuten plus 2 Runde. Ja, da würde ich jetzt mal sagen, der Ramella würde die Lücke Richtung Ramon Keller noch zumachen können. Ob es reicht, um die Attacken zu starten, das weiss ich nicht, aber die Lücke würde Ramella ziemlich sicher schliessen können. Da kommen die beiden bereits oben runter, über den Garnazasprung hinein. Haben wir jetzt Ramella gesehen, der Keller bereits in der Dogra-Kurve hinein. Startnummer 17. Dann Ramella, der ihm überrunden ist, vom Levi Sutter. Dann Scheiben mit dem Prost im Zweikampf um Platz 4. Scheiben im Zweikampf mit dem Prost um Platz 4. Und jetzt gehen es dort in den Salzgeber-Apparatenbau. Upsi, und ich glaube, der Prost sei vorbei am Scheiben. Aber wenn ich jetzt hier schaue, Richtung Elsener Kurve, der Scheiben die Nase wieder nach vorne. Scheiben weiterhin bestätigt, auf seinem Platz 4 unterwegs. Und auch Nicolas Behner und Alessandro Contessi lassen nicht los. Die erheben die Pace. Die gehen das Tempo mit, mit dem Scheiben und dem Dongy Prost. Und wo es hier den Vierkampf hat. Jeweils zwei, drei Töflängene zwischen diesen vier Kontrahanden. Die sich streitig machen schlussendlich. Bei diesem Platz zwischen P4 und P7. Wie sieht es aus, Top 10? Wir haben den Ramon Meile weiterhin auf 9. Thomas Höchslin 10. Flavio 11. Flavio Wolf 11. Levi Chantan 12. Cyril Elsener, in diesem Moment vorbei am Alex Aguista Pace. Cyril Elsener, neu auf 13. Dann Mirko Peter, jetzt auf 14. Alex Pilote, auf 16. Alex Aguista Pace, zwei Platz verloren. Dann Flavio Soares, 17. Fabio Lourenco, 18. Levi Sutter, 19. Und Luca wird weiterhin auf P20 unterwegs. Ramoni kommt am Überrunden von Flavio Soares. Und Ramela auch nicht mehr weit weg. Wir haben noch 5 Minuten. Und der Prost vorbei am Scheiben. In den Waldvogel-Backerbetrieb holt schon die Kurve rein. Und wenn ich das richtig sehe habe, der Mann aus dem MX Academy Team vorbei am Gas-Gas-Pilot. Mit der Nummer 65, die jetzt aber wieder kontert in den Lineerkurven oben. Wow, und der Scheiben ins Boden. Oh, was für ein Pech nach so einem sackstarken Rennen für den Robin Scheiben. Und dann geht er beim Angriff auf den Tanguy Bross, der seine 4. Position hat wollen. Das Boden und verliert natürlich gerade einmal, weil das Gruppé hier relativ nah zusammen ist. Einige Plätze und reiht sich da zwischen Samuel Höchslin und Ramon Meile wieder ein. Das ist dann die 8. Position. Ja, riesen, riesen Pech. Für den junge Thurgauer, für den Robin Scheiben, den Sulgenmer-Gas-Gas-Pilot. Der wollte sich wirklich blockpassmässig innen durchbremsen in dieser Lineerkurve rein. In dieser quasi Steilwand-Sektion. Der aber das Vorderrad verloren hat und den Boden musste. Und wie gesagt, gute 4 Positionen musste hergehen. Ja, die Vorteile in diesem Moment zugunsten von der Startnummer 193. Einmal aus dem MX Academy 100 Team. Am Tag ein Prost. Luca Brugmann weiteres Mal beim Festzelt vorbei. Dann kommt der Zweikampf. Oh, jetzt kommen sie oben runter Richtung Tograkurve. Silian Ramella hat den Anschluss gefunden bereits an Ramon Keller. Jetzt haben wir den Zweikampf über die Zielgeraden. Ja, da geht es um P2. Zwischen dem Mann in Schwarz mit der Nummer 17. Und dem Mann im Farbegetrick mit der Startnummer 237. Auf der Honda unterwegs. Da geht es nicht nur um den zweiten Laufplatz. Da geht es auch um den zweiten Tagesplatz. Zwischen diesen beiden Piloten. Ja, der Silian Ramella mit viel, viel Spiel hätte er jetzt da doch können. Innerhalb der letzten zwei Runden die quasi sieben Sekunden wegmachen. Und ist am Hinterrad dran. Das weiteres Mal da über die Midland-Auffahrt auf am Ramon Keller. Ein Nikola Spender und Alessandro Bontessi weiterhin im Zweikampf. Robin Scheiben probiert die Lücke gegenüber Samuel Öxlin wieder zu machen. Aber Robin Scheiben als achtplatzierten fehlen ihm doch knappe vier Sekunden gegenüber Samuel Öxlin. Levy Schanto sehen wir da gerade mit der Startnummer 7 über die Zielgeradie. Levy Schanto, der Lutherbacher aktuell auf P12. Da der KTM-Pilot unterwegs. Ebenfalls wieder ein starker, zweiter Lauf da vom Levy Schanto. Dann mit dem 19. Da haben wir den Cyril Elsener auf P13. Und er wird der nächste Fahrer sein, der Schanto und der Elsener, die dann da vom Luca Brugmann wahrscheinlich eine Runde aufgesetzt bekommen. Die drittletzte Runde aktuell für den Leader in Gang. 1.24 haben wir noch auf der Uhr. Das würde nicht mehr langen Zeitmässig ein weiteres Mal auslösen. 1.24 plus zwei Turns natürlich to go. Ja und der Ramon Keller hätte den Platz müssen hergeben. Anxilian Ramella. Das haben wir wirklich gedacht, dass das sicher so rauskommt. Der Ramella mit wirklich einem hohen Speed, den er da angesetzt hat, wieder in dieser zweiten Rennhälfte. Und es wäre natürlich sicher interessant gewesen, wenn der Ramon da hätte vom Start an mit dem Luca Brugmann mitziehen können. Der Ramon ja jetzt in dem Lauf ebenfalls schlecht zum Gatter auszukommen. Und dann aber noch einen Zwischenfall mussten bekunden, der ihn wieder hinter gespült hat, etwa noch bei 8. Position. Und jetzt schlussendlich eins von diesem Rennen. Gute knappe 2.5 Rennenrunde. Vor Schluss der Mann aus dem Welschland mit der Startnummer 2. 37. Wieder unterwegs oder wieder unterwegs auf P2. Dem zu folgen haben wir aktuell folgende Tagesrangliste da in diesem Feld. Fürs Podest für die Siegeredig heute. Wir haben auf P1 Luca Brugmann. P2 wird aufs Podest steigen können. Der Gsilian Ramella. Und als triplazierter der letztjährige Champion aus dieser Kategorie, die Startnummer 17, der Ramon Keller. Ja, da kommt der Leader. Zweites, letztes Mal jetzt in der Togra-Zielkurve rein, in die Startnummer 37. Der würde nichts runterlassen. Two laps to go. Können überrunden. Bis und mit zum Cyril Elsener führen. Mit der Nummer 19. Am 3.10 platziert. Und ich denke auch noch, der zwölfte, der Levi Chantot, muss ziemlich sicher noch eine Runde hergeben. Dann kommt gegenüber dem Luca Brugmann. 2.37. Der fährt jetzt auch nicht mehr ganz auf Vollgas. Der Gsilian Ramella hat gemerkt, da würde er die 18 Sekunden nicht mehr runterfahren können. Gegenüber dem Luca Brugmann, auch wenn er in der letzten Runde nochmal 1,2 Sekunden gut machen konnte. Dann Ramon Keller. Tangi Prost. Alessandro Contessi, Nicolas Bender. Dort würde es richtig knapp werden. Der Contessi wieder am Bender können vorbeifahren. Der Tessiner Kawasaki Pilot am Hinterrad dran. Quasi von Tangi Prost. Dort vorne, wo sich voran den Scheiben befunden hat, am Prost im Hinterrad. Jetzt der Contessi dran. Die beiden Piloten kämpfen um den vierten Platz. Jetzt sind die Midland-Auffahrt. 193,949. Über den Dienstschinsen-Schul-Sprung hier geht es um den Platz vier. Ja, der Scheiben wieder einen Platz gut machen können. Letzte Runde sind es noch dreieinhalb Sekunden gewesen. Gegenüber dem Samuel Öchslin und dem Robin Scheiben auch nach seinem Sturz wieder stark retour gekommen. Er fährt wieder in die siebente Position führen. Aber in diesen zwei Runden würde er den Anschluss Richtung Nicolas Bender mit Stand Nummer 110 sicher nicht mehr arbeiten können. Da fehlen ihm doch gegenüber dem Bender gute knappe acht Sekunden. Also ich würde sagen, die Positionen sind bezogen. Top 10. Ausser den Platz vier und fünf. Da würde ich jetzt auch für den Tanguy Prost nur nicht die Hand ins Feuer legen. Der Contessi ist da am Prost definitiv am Hinterrad dran. Der Leader bereits die letzte Runde in Angriff genommen und auch Dexilian Romella zusammen mit Ramon Keller gehen jetzt an. Ein letzter Turn von dem vierten Meisterschaftslauf der Pro-Raceserie 2000 und 23. 24. Ah ja, Contessi. Ah, der Prost! Verliert zwei Plätze. Ah ja, der Contessi mit dem Prost wahrscheinlich ein Rangunter gehabt und auch der Prost hat den Zwischenball verzeichnen in der zweitletzten Runde. Der Alessandro Contessi vorbei am Prost und auch der Nicolas Bender am Prost vorbei. Tanguy Prost, lang, lang hat es für ihn als vierplatzierte hervorragend ausgesehen da. Es sieht natürlich auch jetzt noch gut aus, einfach zwei Plätze weiter hinten, sprich P6 anstelle von P4. Bender 5, Contessi, 4 Prost, 6 Scheiben, Oechslin Maile und Thomas Oechslin. Das Top 10. Dann der Flavio Wolf auf Platz 10 und der Lévi Chantot im letzten Turn oder der letzte war, der noch nicht überrundet wurde. Kann er sich durch retten? Sind wir gespannt? Der Leader bereits oben jetzt in der Anfahrt richtig Garnazzasprung aber ja am Chantot vorbei. Und da haben wir den Leader. Einen richtig, richtig feten Applaus für die Startnummer 37 für den Tagessieg für den Luca Brugmann. Dann kommt der Lévi Chantot als 12 Platzierte mit dem 19 auf P13 der Cyril Elsener. Dann 2,37 P2 gibt es für den Xilian Ramela. Und der dritte Platz für die Startnummer 17 der Ramon Keller. Dann Alessandro Contessi auf P4 Nikolas Beender P5 P6 für den Mann aus Frankreich der Tanguy Brost der da in der zweitletzten Runde noch hat den Contessi und den Beender vorbeigehen und dann das starkes Rennen für den Robin Scheiben auf Platz 7 dann Samuel Oechslin auf 8 Ramon Meile erwarten wir den Ritaler mit der Startnummer 2,24 der Husqvarna Pilot an 9. Position Ja, was für ein Rennen wieder gewesen hier von der Kategorie Pro Race. Wir haben uns hier nicht zu viel versprochen, wie wir gesagt haben, Motogross vom feinsten Schlatt. Und ich würde sagen, das ist sicher ein Applaus wert für sämtliche Piloten, die wir hier gesehen haben. Danke vielmals! SM, das ist der Schweizerische Auto- und Motorradfahrerverband mit familiärem Charakter. Als Mitglied profitierst du auch, ob jung oder alt, von vielen Aktivitäten, Dienstleistungen und Partnervorteilen. Überzeuge dich selber unter s-a-m.ch. Wir freuen uns auf dich! Die Zweitplatzierten vom zweiten Lauf, Seitenwagen, Remo Käser, Cornelio Dörig. Das war eine harte Arbeit, toll für die Zuschauer. Ja, es war sicher eine harte Arbeit, was sagst du richtig? Und für die Zuschauer war es sicher auch gut. Wir hatten dann wieder einen guten Start. Also sehr gut, eigentlich, der zweite Weg kam. Ja, dann sind wir hinterher dem Heinzer und wollten die Aufwärts überholen. Dann hatten wir noch einen kleinen Sturz. Das war mein Fehler, ganz klar. Ja, wäre da die Chance gewesen, zu überholen. Aber wir sind dann ausgelehrt und konnten wieder aufstehen und weiterfahren. Dann haben wir probiert und uns das Beste gegeben. Jetzt nochmal rückblickend. Am Anfang waren wir eher ein bisschen hinten rein. Es sah aus, ob Heinzer und Bettschatter wegfahren, die Lücke trotzdem wieder zuzufahren konnte. Was haben wir dort geändert? Es war einfach der Biss. Am Anfang sind wir noch nicht so schön im Plus rein gekommen. Und dann ist das Mal immer besser gegangen. Und dann konnten wir auf den Heinzer aufholen. Wir haben eine gute Linie gefunden. Auf der Strecke gibt es Linien, die für den Linksläufer besser sind. Und Linien, die für den Rechtsläufer besser sind. So hat es sich dann immer wieder ein bisschen ausgespielt, dann hier und her. Also ganz klar, die Farbe davor war schon die SM-Kurve. Die Linkskurve dort hat noch viele Meter gut gemacht. Es ist fast nochmal zum Überholmanöver gekommen. Hattet ihr noch einen Sieg geglaubt? Ja, mässig. Also dort eben das zweite Mal. Ich dachte, es könnte langen. Wir sind dort auch oben in der Langradie, sind wir einmal einmal noch die vorne gewesen sogar. Aber ich bin dann wieder eingestogen. Und ich habe es gehofft, dass es noch so langen. Aber es hat nicht mehr gelangt. Und ich denke, wir sind doch super zufrieden. Wir können super zufrieden sein mit dieser Leistung. Und ja, wir sind happy mit diesem Sonntag heute. Ich würde auch meinen, es ist ein zweiter Platz gewonnen, nicht das erste verloren. Auf jeden Fall, ja. Wir sind sehr happy mit dem zweiten Platz. Es ist gut, super gelaufen. Das nächste Highlight, gerade schon nächstes Wochenende. Was könnt ihr da noch sagen? Wie geht es weiter bei euch? Ja, nächstes Wochenende gibt es für mich sicher die erste WM. Der Cornelio ist schon mal heute gefahren. Nämlich das Kramolin, der Tschechei. Und sehr schnell in die Piste. Ja, mal schauen, wie es läuft. Hoffentlich können wir uns qualifizieren. Und ja, unser Beste geben und gut runterführen. Jetzt, was sind deine Ziele am WM-Lauf mit Remo Käser? Ja, die Ziele sind ganz klar qualifizieren, sicher. Und wenn es geht, Top 15, denke ich, dann wären wir sehr zufrieden. Wenn wir da uns ein bisschen könnten beide Läufe sauber durchfahren, die 30 Minuten plus zwei Runden, das ist auch natürlich eine Aufgabe. Aber ich denke, das kommt gut. Ich kann euch sagen, was Marco Heinzer durch die Bettschalks sagte. Wenn ihr so fahren, die nächste Woche nennt, dann sieht es alt aus. Geniessen es. Ich wünsche euch ein tolles Rennwochenende. Danke, Remo Käser. Danke vielmals, ja. La Dio, Cornelio, geniessen es und viel Erfolg. Danke vielmals, merci. Danke. Zweite Laufseitenwagen ist durch. Ich sehe rote Köpfe. Ein harter Kampf gewesen. Marco Heinzer, Uedi Bettschart, der haben da immer so verdienen. Ja, ganz klar. Also das Mal haben wir den Start können umsetzen, so wie wir es uns gewünscht haben. Aber nachher, ja, er ist gekommen und hat vorbei. Er ist vorbei gewesen. Wir haben wieder zurückkontern. Ja, mit Ach und Krach durchgebrungen. Am Anfang hat es gut ausgesehen. Sie sind ein bisschen vorne weg, hatten eine gewisse Lücke gehabt und plötzlich sind es gekommen. Haben Sie euch zurückgelehnt oder sind Sie einfach schneller geworden? Gefühlt haben wir uns schon nicht zurückgelehnt. Nein, sie sind einfach wirklich wieder schnell zugekommen von hinten. Und haben wir auch gemerkt, wir müssen wieder irgendwo eine bessere Linie finden, wo dann ein bisschen geraten ist. Und jetzt die Strecke selber, ist die dementsprechend ein bisschen anders geworden? Sind Sie da mehr gefordert gewesen anhand der Strecke oder ist sie gleich gebleibend gewesen? Ja, sie hat schon deutlich mehr Abrahams Löcher gehabt. Und ja, vielleicht haben wir ein bisschen die schlechteren Linien gehabt. Ich weiss nicht, aber ja, nein. Also für eine Schweizer Strecke sehr gut, gefällt mir wirklich sehr gut. Das Kompliment der Veranstalter. Jetzt doch viel müssen tun bis zum Ziel, aber trotzdem gelachen. Freude gehabt am Sieg, aber auch glaube ich am Rennen selber. Bedeutet euch das viel, dass da wieder ein Zweikampf rum ist? Definitiv. Von dem lebt der Rennsport. Und wir haben auch mit mit Remo und mit Cornelio ein bisschen Frühlingsverbringen. Wir sind miteinander schneller geworden. Darum ist das cool, wenn wir jetzt so miteinander Rennen fahren können. Bald sind wir im Rahmen der Weltmeisterschaft wieder miteinander unterwegs. Nächstes Wochenende. Was geht dort ab bei euch? Ja, unser Ziel ist ganz klar, noch ein bisschen stärker zu sein wie die Spanien und Portugal. Wäre schön. Es ist eine Strecke, die wir nicht kennen, die wir zu gefühlen haben oder mit den letzten Jahren gut gewesen sind. Und ja, vielleicht gibt es uns Top 5 oder sicher Top 10 sind wir zufrieden und an den Top 5 sind wir richtig happy. Nachher in der Schweiz geht es dann weiter. Was sind da noch die Pläne in dem Jahr? Ja, grundsätzlich haben wir immer die gleichen Pläne wie heute. Wir versuchen, den Sieg einzufahren, aber es wird länger sein, schwieriger, denke ich. Nein, nein, wir sind gefordert, wir müssen am Ball bleiben. Das macht der Sport schlussendlich aus. Danke euch vielmals für euren Einsatz. Tolle Rennen waren heute. Erholet euch gut. In diesem Fall, ciao Marco. Ciao, danke. Und auch dir, Ruedi, erholet euch gut. Danke, ciao, Luca, tschüss. Der Pilot, der sich eine hervorragende Ausgangslage schaffen hat, in diesem zweiten Lauf, der Beringer, ja, im ersten Lauf können bereits unter die Top 5 fahren, den 5. Platz können nach Hause gehen, über die Renndistanz von diesen 15 Minuten und eine Runde. Und auch jetzt in der Anfangsphase von diesem zweiten Lauf sieht es ganz gut aus für den Mann aus dem Kanton Schaffhausen mit der Startnummer 78. 70. Ah ja, weiter hin in der dritten Position. Ja, jetzt sogar ein Angriff auf die Spitze von Enrico Tierbach. Und der Frauenfelder muss seine Position hergehen. Der Andreas Egli, wenn ich das gesehen habe, der Mann aus dem Kanton Schaffhausen, am Enrico Tierbach, Der Mann im weissen Shirt unterwegs, auf dem KTM-Bike, mit der Startnummer 178, aber auch Marco Lisske, der Yamaha-Fahrer, ist super dabei, so wie auch der Andi Lager. Der Andi Lager, der Mann aus dem Kanton Schweiz, aus dem Unterenberg, Startnummer 998, aktuell der Lage auf P4. Ja, und der Tierbach ist vorbei, wir haben den Schaffhauser vor dem Thurgauer, aber der Egli hat wieder zurückgelassen, jetzt der Mann aus Frauenfeld, wie er bereits in der letzten Runde war, am Tierbach vorbei und haben da seine Leaderposition wieder zurückarbeiten. Ja, jetzt hat Andreas Egli definitiv besser über die Allianz-Waves siehe kommen, weder gegenüber dem Enrico Tierbach, der den Schwung nicht findet, richtigen Step-Up-Tour-Hoof. Der Tierbach, der Behringer, verliert da auch den Platz, ein Mann, der den Hohel schon gezogen hat, mit dem weissen Helm, der Yamaha-Pilot, Marco Lisske. Marco Lisske im ersten Lauf, ja eigentlich aus seiner Sicht, nach dem, was er uns jetzt zeigt, eher unglücklich unterwegs gewesen. Wo hat er den ersten Lauf beendet? Ja, elfte Position ausserhalb der Top 10 und jetzt hat er da hervorragendes Rennen, das er uns zeigt, aktuell bereits können den zweiplatzierten Enrico Tierbach überholen und den Uzenstorfer mit der Startnummer 297 auf P2. Der schnellsten aber im Feld, aktuell mit der schnellsten letzten Rennrunde, ist der Mann, der im ersten Lauf den zweiten Platz hätte heimfahren können, und zwar der Kawasaki-Pilot mit der Startnummer 98, und zwar der Busweiler, der Patrick Bollhalder, der vorgefahren ist, an Florian Walter und dem Andi Lager vorbei, und der Patrick Bollhalder bereits an vierter Position. Ebenfalls starkes Rennen aktuell vom Mann mit der Startnummer 228 vom Hedlinger, von Florian Walter, an Daniel Büttler können vorbeifahren, und der Mann aus der Supermottoszene, der Bruno Schumacher aus dem reichen Husqvarna-Team, der Bruno Schumacher steht Nr. 101 auf P10 hier unterwegs. und der Mann aus dem Rennrunde, der Bruno Schumacher aus dem Rennrunde, Wir haben unverändert die Spitzenpositionen. Andreas Segli weiterhin vor Rulstar Nr. 96 kommt jetzt bereits ein weiteres Mal hier wieder vorbei. Und Patrick Bollhalder. Andreas Segli musste sich durch erreichen lassen. Neu nur noch dritte Position. Was ist mit dem Egli passiert in der letzten Runde? Der Uzenstorfer, der Mann, der den Hals schon gezogen hat, steht Nr. 297 neu auf dem Leader-Thron unterwegs. Und das gute 6 Minuten vor Rennende. Jetzt in dem zweiten Lauf der Kategorie Seniorenexperte. Wir haben Liske Bollhalder Egli. Dann Tierbach, Andi Lager, Fräulean Walter, Rolf Bill. Interessant ist es natürlich, jetzt mal noch zu schauen, wo haben wir den Mann, der für den Zivilen unterwegs ist. Der, der im ersten Lauf die Reite gemacht hat. Jürg Leuenberger. Wo wir ihn finden. Wäre sicher interessant. Jürg Leuenberger. Ah, 13. Position. Der Leuenberger hatte sicher irgendeinen Zwischenfall in der Startphase. Sonst hätte ich ihn da garantiert auch in den vorderen Rängen da in dem zweiten Lauf erwartet. Er hat jetzt natürlich die Zeit. Doch noch 5 gute knappe 6 Minuten plus 1 Runde Zeit. Aber ob es da noch richtig Top 5 für den Langen wird, bin ich nicht überzogen. Da hätten doch noch einige Fahrer, die er in dieser erweiterten Schlussphase überholen können. Das war's. 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 Ja, der Patrick Bollhalder weiterhin mit der schnellsten Runde unterwegs, macht Boden gut, 2,37er Rundenzeit für den Kawasaki-Pilot aus Buswil mit der Star-Nummer 98, ob er dann da wirklich noch in Angriffsposition kommt, gegenüber dem Marco Liske 2,7 Sekunden müssen er weg machen, wenn man das hochrechnet, könnte es eventuell aufgehen, der Leader ja da jetzt bereits ein Zusammenschluss, die Spitze jetzt vor dem Festzelt geht in die sogenannte Salzgeber-Apparat, aber auch Wupsi, dort haben wir die beiden Spitzenpiloten jetzt nebeneinander, Marco Liske in blau mit dem weissen Helm, Richtung Elsener Knick runter und der Bollhalder in Grünschad Nummer 98 auf dem Kawasaki unterwegs und da sind wir gespannt, nächste Überholmöglichkeit der Bollhalder oder erste Überholmöglichkeit sicher da in der Midland-Auffahrt, wo er jetzt dann würde probieren, da nebenher zu fahren und eventuell mehr Schwung mitnehmen können, er geht ganz raus ein, dort wo es keine Löcher hat und schneidet jetzt die Piste und probiert da mit mehr Schwung hochkommen, würde aber nicht aufgehen, über den Dienst Jeans & Schuelsprung hierher muss man es einfach mal rein, aber nicht aufgehen, da mit mehr Schwung hochkommen, wo er vielleicht auch nicht aufgehen, da mit mehr Schwung hochkommen, oder so das ist 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 das Die Feuergefahr in der Zwischenzeit. Andi Lager neu auf Platz 4 unter Eiberger, Scharn Nr. 998 und auch der Florian Walter, den Rico Thierbach, er verliert in der Schlussphase doch einige Plätze. Der Mann aus dem Kantonschafthaus aus Behringen, nachdem er das Rennen kurze Zeit sogar anführen konnte und dann lang aber auf P2 unterwegs war, Scharn Nr. 178, findet er sich jetzt an die 7. Position wieder. Daniel Büttler haben wir auf 8, dann Peter Küng 9, dann Bruno Schumacher verliert den Platz gegenüber Jürg Leuenberger. Der Mann vom MC Vila hat es jetzt doch geschafft in die Hoptenie zu fahren, aber ob das lange wird für aufs Tagespodest, bin mir nicht ganz sicher. Vorher sieht es sehr gut aus, weiterhin für Marco Liske und Pedi Bollhalder. Und mit der Start Nr. 770 kommen wir hier in der Midland-Auffahrt, der Scharn-Marc Neueschwander. Er ist unterwegs für das Yamaha Team De Nardo, gesponsort übrigens von Hasler. Der Scharn-Marc Neueschwander aktuell, was hat er für eine Position eingenommen? An Nr. 770, ja Top 20 ist er unterwegs am 20. Stelle. Bollhalder vorbei am Liske, der Bollhalder 5,3 Sekunden, können rausarbeiten. Andreas Egli, der würde dann nicht mehr eingreifen können, ihm fehlen gute 19 Sekunden gegenüber am 2. Platzierten, Marco Liske. Ja und das Rennen haben wir gute 55 Sekunden, das heisst wir sind aktuell in der zweitletzten Runde unterwegs für den Mann im Grün mit der Start Nr. 98, der jetzt dann in einigen Augenblicken wieder die Dürfte auftauchen und dann die letzte Runde in Angriff nehmen. Wo könnte es noch einen Change geben in dieser Klasse? Jürgen Leuenberger weiterhin auf dem Weg nach vorne. Ja jetzt starke Schlussphase hier für den Mann aus Kolbrum. Achter Platz können vorbei am Peter Küng und auch am Daniel Büttler. Jetzt erwarten wir dann den Kawasaki Pilot wieder im Sichtbereich. Wenn ich das richtig sehe ist er in der ersten Anfahrt hinten runter. Start Nr. 98. Naja, kommt jetzt da oben runter, richtig hinter der Box runter zu den Allianz Waves, der Mann mit dem grünen Helm auf dem Kawasaki Bike, Start Nr. 98. Das ist der Leader, der Patrick Bollhalder, der jetzt in wenigen Augenblicke die letzte Runde in Angriff nehmen kann. Ein neuer Schwander auf T20 gefahren, das zweites Mal hier vorbei bei Start und Ziel im Zweikampf mit der Start Nr. 13. Wer hätte da hergeben müssen, der 20. Platz an Franky Leutweiler, der dem Neueschwander vorbei ist. Und jetzt haben wir da den Leader in der Togra-Zielkurve hinein. Für ihn geht es jetzt in der letzten Runde für den Patrick Bollhalder. Und für ihn würde es einen Tagessieg geben in der jetzigen Konstellation für Patrick Bollhalder. Im ersten Lauf können auf P2 finishen. Und jetzt hat er da den Laufsieg quasi vor Augen. Andreas Segli für ihn würde es einen zweiten Lange geben. Er für den Frauenfelder in der Tageswertung. Andreas Segli mit dem Sieg aus dem ersten Lauf und dem dritten Platz aus dem zweiten Durchgang. Oh, jetzt aber noch den Platz verloren. Andi Lager vorbei, Andreas Segli. Ja, der untere Berger jetzt eingangs letzte Runde neu auf P2-3 unterwegs. Ja, und für den Lager sieht es dann gut aus, wenn er da auch noch an Andi Segli vorbei hätte können. Könnte es eventuell dann auch noch knapp Richtung Bodest gehen. Aber ohne Gewehr, den Rolf Bill, haben wir da auch noch drauf. Schad Nummer 164 mit einem fünften und einem vierten Platz. Beim Lagi haben wir 7 und 2. Also es würde wahrscheinlich ganz, ganz knapp werden zwischen dem Rolf Bill. Andi Lager zu Boden. Ja, in der Samkurve. Beim Überrunden ist er da zu Boden gegangen. Nicht einig gewesen beim Lieb in der Linienwahl. Und hat da seinen hervorragenden zweitritten Laufplatz hergeben müssen. Andi Lager. Und muss jetzt da wieder die Verfolgung aufnehmen. Und dementsprechend natürlich aus seiner Sicht auch nichts mit dem Tagespodest hier am heutigen Endtag in Schlag. Nach dem ersten Lauf von den Senioren Experten darf ich mich Michael Scheiben begrüssen. Sieger vom ersten Lauf. Wie ist es gelaufen? Ja, eben ja gewonnen, ist er da ganz gut gekauft. Dann mit die Natur-Akwanzgarten. Ein Kompliment machen für die Pistos hier. Ein Kompliment machen für die Pistos hier gemacht. Das ist fast WM-würdig. Es ist zwar so, für uns Senior ist es schon schwierig zu fahren, aber es ist richtig cool, oder? Du sagst, die Strecke macht Spass, aber es ist auch streng gewesen. Dementsprechend musste er es einteilen. Genau, dementsprechend... Ja, und jetzt haben wir es dann schwarz auf eis da. Und wir schauen noch, wie weit die Führung der Weg schlussendlich gegangen ist vom Jürgen Looyenberger. Der hat nochmal Plätze gut gemacht. Und was ich so gesehen habe, könnte auch Florian Walter noch beibeiteilen. Wir haben da eine tolle Zweikämpfe geleistet. Er hat auch Führungswechsel x-mal gehabt. Er war zum Schluss das, was ich ausgemacht hatte. Sieger und Leader Tagessieger. Der zweite Laufseiger. Bei einer Senioren-Raisklasse mit der Startnummer 98. Also, dementsprechend technisch. Im zweiten Lauf würdest du das Körper hinschaffen. Was musst du da noch machen, dass es von Anfang an einfacher wird? Und der Jean-Marc Neueschander hat es nochmal geschafft. Der Franky Neuwiler. Leutweiler in der letzten Runde überholen. Das war ein Kampf um P20. Dann auf dem Platz 2. Jetzt erhol dich zuerst mal gut. Und dann einen tollen zweiten Lauf wünsche ich dir. Mit der Startnummer 297. Das ist ein starkes Rennen von Muzenstorfer. Dann der Rolf Bill auf Platz 3 am Andreas Egli. Noch vorbei in der letzten Runde. Aber Andreas Egli für ihn würde es einen zweiten Platz geben in der Tageswertung. Mit dem Sieg aus dem Erstenlauf unter dem Platz 4 in diesem zweiten Durchgang. Überzeug dich selber unter s-a-r-ch. Wir freuen uns auf dich. Dann der Andi Lager, der Schadenbegrenzung machen konnte. Platz 5 gibt es für Andi Lager. Dann erwarten wir Enrico Thierbach. Florian Walter. Ja, der Jürg Looyenberger. Ebenfalls hier. Über die Ziellinie hier. An der siebten Position hätte er noch einen Platz gut machen können. Florian Walterach, Peter Küng 9 und Martin Rohrer aufzählen. Die Musik machen der Riß dels Böissbüller in das Zer bis 2, 2, 3, 8 an der sieben período. So habe ich mir, dich thought ich an dachte. Ich schaff er, dich dynamic ohne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Let's go, Senioren! Experte Marcel Götzisches, der hier den Haulschot gezogen hat, der Guntes Hausener mit der Star-Nummer 54 auf der KTM, der Mann, der im ersten Lauf P2 hat nach Hause fahren können. Jetzt aber bereits abgelöst worden ist an der Spitze, wenn ich das richtig sehe, könnte das der Marcel Wechsler sein, dann wäre es Schad Nummer 10, der voraus ist, jetzt neu. Auch hier Feo Pothesi. Jawohl, der Pothesi mit dem 71 auf der P2. Der Marcel Wechsler aktuell, der Lead-In-E-D-A-Mah-Pilot, dann einmal in Red, der Zürcher Oberländer Patrick Riffel. Dann Götz. Oh, der Götz hat den Riffel quasi zum Anlieger ausgetragen, der Riffel verliert den Platz, Marcel Götz, der Marcel Götz jetzt an der dritten, vierten Position. Ja, die Spitze kommt voraus, unverändert. Ja, wohl, jetzt hat es wieder eine Änderung gegeben. Wenn ich das richtig sehe, ist jetzt Feo Pothesi am Wechsler vorbei. Und wir haben den Honda-Pilot, den Garagist aus Pirmensdorf, voraus den Schnellstarter, wo jetzt da mit der Startnummer 71 das Fall da in der ersten Runde anführt und als Erster da über die Allianz-Waves eingeht, zusammen mit dem Marcel Wechsler im Schlepptau. Der Marcel Wechsler, die Startnummer 10, im ersten Lauf ja nicht so glücklich unterwegs war, nur den 20. Platz hat es gegeben für den Marcel Wechsler, nachdem er einmal einen Zwischenfall erlitten hat. Und jetzt aber optimal weggekommen ist der Pilot, wie gesagt, auf der Yamaha mit der Startnummer 10. Na ja, der Werther Steiner als Verfolger vom Pothesi. Pothesi Wechsler, dann sehe ich da bereits den Hans-Peter Bachmann. Der Bachmann da mal mit einem guten Start, der im ersten Durchgang einen schlechten Start hatte. Bachmann vorbei am Wechsler, Startnummer 9, der Basadinger neu auf dem P2 unterwegs. Dann der Zweikampf zwischen dem Stefan Schlegel und dem Patrick Riffel. Der Honda-Pilot aus Bubiken kann da am Schlegel vorbeiziehen und der Riffel an Position 4. Marcel Götz, eher ein bisschen der Verlierer gewesen in dieser Startrunde, ist bereits auf P3 unterwegs gewesen, hat dann wahrscheinlich ein Ranghater gehabt mit einem von diesen Kontrahänden. Sie mussten sich durchgehen lassen bei der letzten Zieldurchfahrt auf P6, aber jetzt geht es bereits wieder. Zwei Plätze gut gemacht. Ah, Fehler vom Stefan Schlegel da in der Auffahrt oder vor der Midländ-Auffahrt. Ist ja da die Strauchel gekommen, gibt gerade mal drei, vier Plätze her. Und wenn ich das richtig sehe habe, der Marcel Götz auch bereits am Patrick Riffel vorbei, dann wäre es wieder P4 für den Mann mit der Startnummer 54 aus Guntershausen auf den Katern. Katernummer 54 aus Guntershausen auf den Katernummer 54 aus Guntershausen auf den Katernummer 54 aus. Boteisi hat seine Spitzenposition hergegeben, und zwar an Hans-Peter Bachmann. An Basadinger Zachmann KTM-Pilot, der bereits im ersten Durchgang auf P5 führen gefahren ist, aber Bachmann im ersten Lauf ja ausserhalb der Top 10 hergekommen und hat sich durch den ganzen Schlamassel durchkämpfen. Und auch zwischen den Rennen noch mal einen Hänger hatte. Jetzt in der Startphase optimal wegkommen und führt jetzt ans Feld an. Und ich würde jetzt mal tippen, das würde ganz gut ausgehen aus Sicht von Hans-Peter Bachmann. Der dürfte da sicher Top 3 in diesem Lauf bringen können. Riffel jetzt auf 2 am Pothese vorbei, auch der Götz am Pothese vorbei. Die Pothese verliert 2 Platz, Angriff vom Götz Richtung Patrick Riffel. In den Salzgeber-Woop sind jetzt der Götz höher gekommen als der Riffel. Aber der Mann in Rot in der Elsauer-Garage-Elsener-Elsau-Kurve. Der Riffel wieder nach vorne. Der Mann in Rot aus dem Zürich-Oberland weiterhin als 1. Verfolger von Hans-Peter Bachmann auf P2 unterwegs. Aber jetzt der Angriff von Marcel Götz, vom 2 Platzierten aus dem 1. Lauf. Und langsam und heimlich, jetzt der Götz, fast vorbei gewesen. In der Mittelentsteigung der Riffel nochmals kontern, aber über den Diensteins- und Schausprung darauf. Schlussendlich jetzt der Götz, das Zepter übernommen und den 2. Platz nehmen können. Ein Motorrad-Schlüssel ist bei mir abgegeben worden. Es ist ein kleiner Motorrad-Schlüssel. Ich tippe auf einen Roller. Ein Honda-Schlüssel, ein schwarzer, mit einem Ring und einem Leder-Anhänger von Steiger-Motos in Kolbrunn. Also wenn einer seinen Töv-Schlüssel oder sein Roller-Schlüssel nicht findet von Steiger-Yamaha-Kolbrunn-Motos, den kann er abholen, da bei mir oben im Speicherturm. Ja, der Götz hat es definitiv geschafft, dem Riffel vorbei. Aber der Riffel ist jetzt stark auf der Bremse. Heute, den haben wir auch im ersten Lauf bereits gesehen, da bei der Anbremsphase Richtung Allianz-Waves über die Welle der Riffel wieder am Götz vorbei zu bremsen und ist weiterhin wieder, oder wieder der erste Verfolger von Baseldingen, von Hans-Peter Bachmann. Und klangheimlich kommt jetzt auch der Laufsieger aus der ersten Hütte, Michael Scheiben, hinten für die Schnitze auf dem Kawasaki, Michael Scheiben, bereits ca. vierte Position. Da bürgeln wir am Marcel Wechsler ja bereits vorbei. Vierte Position jetzt für Scheiben und er geht zum Boden. Ja, was für ein Bech! Wir haben ihn gelobt. Michi Scheiben und hier in der Togra-Zielkurve, er hat das Vorderrad verloren. Natürlich schade für ihn nach der hervorragenden Ausgangslage. Was er hatte mit dem Laufsieg aus dem Moto 1. Und jetzt da sein Kawasaki nicht gerade zu Urgeln gebracht hat. Da ist ihm jetzt auch noch die Startnummer 56 quasi vorbeigefahren. Der Basel Probst, der Honda Pilot aus Grenzenbach. Ja, der Scheiben auf T8. Frank zu finden, 9 Probst auf 10. Das Top 10 aktuell. Gut, Rennhälfte absolviert. Sieben Minuten haben wir noch to go. Sieben Minuten plus eine Runde da im zweiten Lauf von der Kategorie Senioren Open. Der Vorsprung vom Leader, vom Hans-Peter Bachmann, vom Bassendinger, Zachmann KTM-Pilot gegenüber dem P2-Fahrenden Patrick Riffel. Der letzte Zieldurchfahrt war 8,6 Sekunden. Aber der Riffel, er befindet sich ja da im Zweikampf. Ich bin davon ausgegangen. Nach Hochrechnungen hätte ich auf den Michael Scheiben getippt, der dann noch richtig hinten vorne kommt. Aber der Scheiben muss sich jetzt wirklich vorne arbeiten. Wird wahrscheinlich ca. 5. oder 4. Platz geben können für die Scheiben. Aber ganz vorne wird es ihm wahrscheinlich nicht mehr lange. In diesen 6 Minuten beobachten wir sicher, wo sich der Kawasaki Pilot mit der Frontplate Nr. 165 einfinden wird. Das Augenmerk haben wir aber sicher auf dem Zweikampf. Riffel-Götz, den ich jetzt in der Auffahrt sehe, Richtung Garnatsa-Sprung, ist Marcel Götz an Patrick Riffel vorbei. Und der Gunteshusener Fahrwerkspezialist mit der Staat Nr. 54, ist auf dem besten Weg zum Tagessieg. Mit P2 aus dem ersten Lauf, P2 aus diesem Lauf, würde er als erstes aufs Treppchen steigen können. Weil der aktuelle Leider, Hans-Peter Bachmann, bringt den 5. Platz mit der kleinen Hypothek aus dem ersten Durchgang. Aber auch für Bachmann können sie bei der jetzigen Konstellation auf die Podeste gehen. Pothesi im Dreikampf quasi mit Lukas Bischoff und Marcel Wechsler. Aktuelle Ausgangslage zugunsten von Alfeo Pothesi auf P4, der Staat Nr. 71. Aber Lukas Bischoff ist da gerade hinten dran. Marcel Wechsler musste diese Position hergeben. Der Staat Nr. 10, Werdersteiner. Und da sind wir gespannt, ob er das nochmals reisieren kann. Hätte jetzt aber auch den Michi Schmucki vorbeigehen lassen. Der Mann in Weiss in diesem Gruppetto, der jetzt oben runterkommt aus der Leinerkurve. Der Husqvarna Pilot mit dem Nr. 51. Der jetzt aber vom Wechsler nochmals gechanget wird. Der Wechsler wieder vorbei, am Michi Schmucki, am Herisauer. Und bei diesen beiden Piloten geht es um Platz 6 und 7. Frank zu finden, der Kawasaki Pilot aus Böckte. Aktuell an 10. Position. kann nicht mehr viel ausrichten. Gegen Basile Probst sind es doch bereits 14 Sekunden. Und er hat Stefan Schlegel am Hinterrad dran. Stefan Schlegel, der ja in der Anfangsphase von dem zweiten Durchgangsfehler verzeichnet musste in der Midland-Auffahrt. Er ist jetzt wieder etwas auf dem Weg nach vorne. Aber er muss Schadenbegrenzungen machen. Der 10. Platz, den er hier anmelden will, ist natürlich sicher nicht nach dem Gedünken, den er sich hier vor dem Lauf vorgestellt hat. Wir schauen mal durch bis zum Top 20. Also die ersten 10 haben wir mal angeschaut. Michi Scheiben haben wir, wie gesagt, 8 Basile Probst, 9 Fr. zu finden, 10. Stefan Schlegel, 11. Adrian Meier, auf Platz 12. Dann Jeffrey Fehlmann, auf 13. Stefan Eichenberger, 14. Uedi Kuenzi, 15. Markus Brunner, 16. Dann Daniel Gündensberger, Schadnummer 14, auf P17. Unterwegs. Dann Franco Sommer, auf 18. Dann Marcel Stähli, er unterwegs für den MC Vila, mit der Nummer 47, auf Platz 19. Und an 20. Position haben wir den Mann aus Ossi. der Husqvarna Pilot mit der Nummer 18, der Ramon, Roman Weber. Und jetzt Überholmanöver, vom Lukas Bischof, gegenüber am Alfeobor. bei der Prothesi, da geht es um die 5. und 6. Position. Und der Lukas Bischof, vorbei am Prothesi, der Husqvarna Pilot, gewinnt da ein Platz und da eine gute 2,5 Rundengrössernordnung von Rennende. Wir haben ja 1 min. 45 plus 1 Runde sind noch zu gehen. Jetzt erkundigen wir uns mal, wo wir da die Spitzenposition haben, in Form von Hans-Peter Bachmann. Ah ja, das wird ihm ziemlich sicher lange, hier noch innerhalb von diesen 1,5 Minuten, die Rundenzeit noch einmal auszulösen. Der Hans-Peter Bachmann kommt jetzt hier über den Garnatza Stepdown, Stepdown-Sprung ab. Da haben wir die Nummer 9, in Weiss-Hellblau unterwegs, auf der Zachmann KTM. Hervorragende Laufleistung für Hans-Peter Bachmann. Der würde den Lauf hinnehmen können. Zweitletzte Runde jetzt hier in Angriff genommen, Start Nr. 9, als Leader des zweiten Laufs. Dann erwarten wir Marcel Götz, Start Nr. 54, der ebenfalls in Anflug ist, Richtung Togra-Zielkurve, mit Patrick Riffel. Nicht gerade im Nacken hinten, aber immer wie... Oh, der Riffel zu Boden, genau wie der Scheiben! Wie der Scheiben, drei Runden vorhin, und jetzt ist es der Scheiben, der profitieren kann vom Riffels im Sturz. Und der Scheiben ist neu an 3. Position. Scheiben neu auf P3 auf Kawasaki, der Riffel Schadenbegrenzung, nur einen Platz verloren, der an Scheiben. Aber in der Tageswertung wird es jetzt natürlich interessant werden. Der Riffel am 4. Platz kam, jetzt wieder auf 4. Scheibenlaufsieg, jetzt bei P3, Götz haben wir die vorne. Ja, Bachmann, Riffel, dort wird es knapp um den 3. Platz in der Tageswertung. Die beiden werden es ausmachen. Der Tagessieg, der würde ziemlich sicher an Marcel Götz gehen. Könnte aber auch... Ja, vielleicht... Nein, ich denke eher, der Michi Scheiben würde er gehen. Sind wir gespannt. Werden wir bei der Zeigerehrung sehen? Ich würde jetzt keine Hochrechnungen machen. Für das habe ich keine Punktverteilung. Allzu wenig. Aber es würde richtig knapp werden, bei den ersten 3 Plätzen in der Tageswertung bei der Kategorie Senioren. Ja, der Riffel haben wir gelobt, beim runterfahren und dann haben sie das Vorderrad verloren. Wie gesagt, genau gleich ist mit Michael Scheiben passiert. Der Patrick Riffel hat aber, wie gesagt, Schadenbegrenzungsmagen. Er hat nur einen Platz verloren bei diesem Zwischenfall. Beim Scheiben ist es natürlich auch in einem früheren Zeitpunkt vom Rennen, wo das Feld noch näher zusammen war. Und der Scheiben hat dort ca. 4 Plätze verloren. Ist hinterher gegangen, bis auf P8. Und da kommt jetzt der Leader in die letzte Runde. Nr. 9 bereits in der Togra Zielkurve hinein. Noch One Lap To Go und dann ein Kapitel Motocross Schlatt 2000 und 23 definitiv abgeschlossen. Auch Marcel Götz. Jetzt hier unterwegs mit einem sicheren zweiten Platz und Michael Scheiben. Ebenfalls bereits vorbei. Wow, der Scheiben noch einmal richtig Boden gut machen können. Der Scheiben, nur noch eine Sekunde hinter ihm geht es dran. Und jetzt gibt es noch ein Überholmanöver. Wow! In der letzten Runde geht der Scheiben, was für ein Rennen vom Pilot aus Pürglen der Kawasaki Pilot nachdem er zu Boden gegangen ist bis auf P8 hinter gespült worden geht er in der letzten Runde noch am Marcel Götz vorbei und ist neu auf P2 unterwegs. Und die Position, die Michael Scheiben hinein hat, bedeutet so viel wie der Tagessieg für den Mann aus Pürglen aus dem Kanton Thurgau. sehr, sehr wichtiges Manöver war hier vom Scheiben gegen Marcel Götz. Also die beiden werden das Rennen finischen in der Tageswertung auf P1 und 2. Und dann um den dritten Platz wird es eine Hochrechnung geben zwischen Bachmann und Patrick Reifel aber ich denke, der dritte Tagesplatz dürfte ziemlich, ziemlich sicher auf das Konto von Hans-Peter Bachmann gehen. Ja, Bachmann, saubere Start. Zielsieg kann man sagen. Ja, auch die erste Runde konnte er das Zepter übernehmen. Die erste oder zweite Runde war es und seitdem war er der überlegte Mann in diesem Feld und auch jetzt das letzte Mal in der Auffahrt Richtung Garnazzasprung hinein. Kommt er oben runter, souverän runter. Start Nummer 9 auf den Zachmann KTM aus Pasadingen. Hans-Peter Bachmann wird den Lauf gewinnen und sich ziemlich, ziemlich sicher, ohne Gewehr, aber aufs Podest runterfahren. Da haben wir den Laufsieger. Gratulation, Start Nummer 9 Hans-Peter Bachmann. Und der P2 der wird jetzt in wenigen Momenten da auftauchen und zwar Start Nummer 165 wird erwartet mit der schnellsten Rennrunde, 2.16er Zeit. P2 geht den Kawasaki Pilot mit der Start Nummer 165 an Michael Scheiben. 3. Platz Marcel Götz, Start Nummer 54 der Mann auf der KTM aus Guntershausen. P4 kommt jetzt oben runter, der Redman, der Mann in Rot mit der Start Nummer 972 gibt es für ihn P4 aus Bubiken, Patrick Riffel. P4 Dann der Lukas Bischof, der hier auf Eho Botesi noch haben müssen vorbeiziehen lassen über die Zeillinien hier hier auf Eho Botesi, der Birmesdorfer schreibt. Platz 5 Bischof 6 Basil Probst 7 Michael Schmucki 8 Stefan Schlegel 9 und Marcel Wechsler auf Platz 10. Ja, meine Damen und Herren, das wäre die Race Action Schlatt 2023. Wir haben noch einen Höhepunkt und zwar die Siegerehrung 18.15 18.30 wird die sein, 18.15 18.30 Ich denke, in diesem Rahmen könnte man das schaffen zu der Siegerehrung. Dann wäre natürlich schön, wenn wir noch einen oder anderen da hätten, um die Fahrer ein bisschen zu beklatschen im Festzelt. Und sonst, danke vielmals, dass ihr da gewesen seid, dass ihr uns die Ehre gegeben habt für diese Veranstaltung. Ich sage hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Namen von Motospieker Chris Berger, danke vielmals, dass ihr eure wertvolle Zeit uns zur Verfügung gestellt habt und uns da an dem Motocross in Schlatt besucht habt, dass wir euch das Rennen haben dürfen präsentieren. Wir wünschen euch weiterhin einen schönen Frühling, wenn er dann endlich kommt. Und natürlich, wie gesagt, kommen wir gut heim. Danke vielmal! Essheim, das ist der Schweizerische Auto- und Motorradfahrerverband mit familiärem Charakter. Als Mitglied profitierst auch du, ob jung oder alt von vielen Aktivitäten, Dienstleistungen und Partnervorteile. Überzeug dich selber unter s-a-m.ch Wir freuen uns auf dich! Und den Schleifel habe ich immer noch... Und den Schleifel habe ich immer noch... ...